Heieiei Alle bekommen einen D, Bruder Bruder Guckt euch die Schuhe an Also wird jetzt richtig gebechert im Dev-Team Das ist leider auch so eine Geschichte, die glaube ich nie wieder vollkommt So, quasi wie eine AP-Geschichte, das Dev-Team von damals Das weiße, Bruder Was ist mit deinen Augen los? Die Hose einfach auf Kniekehle gezogen Für den Drip Let's go Und der sieht nicht gleich aus Der hat einen Angler im Bad jetzt Fuck, wo bin ich denn hier? Achso Ich hab morgen was gepinnt, ne? Ja, nur ich kann die Klamotten selbst klären, seid ich gemoddet Und die Hose muss übrigens so sein Ja, ich wusste das Ich wusste, dass sich irgendeiner beschwert wegen den Schuhen, ist aber nicht ein Kilometer zu groß Du bist einfach nur ein Blindfisch Tag zum Junkiepark Tag Was sind denn die Anglern? Ich weiß nicht, ich wollte gerade anrufen Wo ist mein Fahrrad? Ich hatte die Sterling-Mod drin, aber das hat mir nicht gefallen Wo ist mein Fahrrad, Alter? Die Schuhe müssen so sein Ich weiß ganz genau, bis wohin die Füße von dem Charakter gehen Und ich weiß, dass die nicht so groß sind Ich wusste auch, dass sich irgendeiner beschweren wird Wo ist mein Fahrrad? Ach da Wir haben übrigens die aufgeräumt Mit der Autos Was geht ab? Geht ab, Bitches Was machen Sachen? Verbrechen rechen? Ja Leider keine Verbrechen gefunden Jo, mach ich Komm rein Okay, er macht Verbrechen, können wir rechen Wat? Ha? Was? Wat machst du? Ich habe mit Max gesprochen Ja, aber wat machst du? Jetzt gleich durch Anadon fahren, weil die am Quatschen sind I'm for Kobe Bryant Hör auf Okay, sorry Besser Da geht nichts ab, ich hau wieder ab Ich geh schlafen Ja, gut nach Okay, hau rein Man sieht sich Boah, der ist immer noch da Boah Boah Dann verzieht er sich endlich Jump Klappe Jump around What is that about on the ground? So, wir sind da am Quatschen mit den Yardis Wer? Äh, die Jungs Bei die Jungs? Unsere Jungs Wo? Underground Was ist ein Underground? Wo ist das? Die Tuning-Werkstatt von den Yardis Achja, ich habe einen eigenen Werkstatt Ja, die haben sich eingezeigt Ah, ja bitte Ja, 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 mach ich Ich mach das schon schön Jo Mach der eh Was ist denn Underground-Nummer? Ja, Underground-Trace Und Underground-Tuning Wo ist das denn? Da sind die da Polner Achja Die Oma hat uns eine Flagge gemacht Eine Apes Flag Mit dem Affengesicht drauf Wer sind die da Polner? Die Trassen nicht gefragt Mnö Ich weiß nicht Da geh die Fragen Mnö Okay Das könnten die Streetfellers sein Wie, wer? Ja Also, die hat Also, als die da drüben in der Davis-Street waren Haben die sich Hoover Streetfellers genannt Ach, die waren da drüben Jetzt sind die sich nur noch Streetfellers Aber die wohnen jetzt in der Easter Die sind umgezogen Wo sind die Anglern? Sind die bei dem Ding Von den Yardis? Wo waren die Nachbarn? Nee, die sind da, wo die Bomben vorher drin waren Und da waren vorher die Yardis drin Nein, wo sind unsere Jungs, du Truffel? Was? Bei den Yardis in der Werkstatt Ja, ja Warum stehen wir rum dann? Ja, weil ich hier am Quatschen war Ich wollte schon links fahren Ich fahr mal da hin Oh wow Ich fahr mit Fahrrad Mach Ja, Mann, die ist echt sexy Ich guck mal, ob ich die ein bisschen besser zeigen kann Es ist nur ein Spiel Warum musst du schlau sein? Ja, es ist halt so ein Affengesicht in Orange-Blau Ich bin heute Spider-Man die Oh Mann, Exklusivvertrag mit uns Ja, das siehst du auch nicht so Du müsstest die Textur sehen Guck, rechts, links, Auge, Nase Es ist nur ein Spiel Warum musst du schlau sein? Was ist das? Was ist das? Es ist nur ein Spiel Sieht gut aus, du Wichser Sieht gut aus, du Wichser Ich wollte Redox drauf machen Hab mich aber dagegen entschieden Das sieht so ein bisschen Wie sagt man? Weiß ich nicht, diese bunten Farben und so steht da nicht mehr drauf Ich hab drauf gehabt aber wieder geändert Ich kann dir nicht sagen, was für Ich hab gar keine Grafik-Mod drin Oder meinst du die Klamotten? Grafik hab ich nix außer L.A. Roads Für mehr FPS Was geht, Driver? QuickWalks, Dankeschön für W717 Und DeadBacon, Dankeschön für 100 Bits Und DamageBoss, Dankeschön für W714 Auch und Sterni, Dankeschön für den Prime18 Und Reaps, Dankeschön für den Prime16 Ich hab nur Redox-Sounds reingemacht Waffen-Sounds und Sirene Tagsam Tag 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 Schien Wer seid ihr? Äh, ich bin Schwabbel Ich bin Young Wo sind die anderen? Die sind oben In der Werkstatt oben Was machen die? Aber ich glaub, wir reden Ich glaub, da solltest du nicht dabei sein Bist du überhaupt wer ich bin? Ich hab ne Maske auf, Idioten Achso, ne, ich hab da ein Fahrrad gestern gemacht No Ach stimmt Gibt ja nur ein rotes Fahrrad und das andere nicht Das andere ist ja nicht groß Ui, 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 ui Ui, ganz, ganz ruhig Boah, hier sind grad Rocker vorbeigefallen Bestimmt 50 Leute Boah Geil ist auch Ihr seid langweilig Ah, jetzt Äh, die anderen sehen bei mir einen grünen Parker Die eine Jeanshose, die ich sonst immer trage Orangenes Vendanna Und die normale Dings Die haben mich geärgert Jetzt mach ich Sneaky Bicky Nein, das ist zu schwer Los Fahr, fahr Hä Das Ding fährt nicht mehr Der hat mich festgekriegt Was ist das denn? Junge, willst du mich verarschen? Der hält mich fest Okay, hat nicht funktioniert Okay, hat nicht funktioniert Ich hab gar nichts gemacht Was hast du da gemacht? Okay Das wusste ich nicht, dass das funktioniert Ich will die Polizeisirene mal hören Okay Kannst du dich bitte mal heute um das Spiritus kümmern? Wie viel brauchen wir denn? Ja, frag doch erstmal, ob überhaupt was klar geht Okay Ob überhaupt dran kommt Okay Ja? Ja Cool, dankeschön Tschüss Miss Polizei Frau Ja? Können Sie einmal die Sirene machen? Boah, dankeschön Bitteschön Boah, dankeschön Bitteschön Wo sind alle Leute? Mega ruhig Oder hast du wieder geile Name? Tschüss Amelika Viel Spaß und questio dank schiff bei meinen resten was hat er gesagt was soll ich besorgen spiritus oder die spiritus gesagt auf jeden fall hat beim russland erzeugt irgendein alkohol oder so spiritus in gehört ich weiß zwar nicht genau wofür die da brauchen aber die wollen es haben es geht schon mit 5 hallo wo sind denn alle kürtis ja wo seid ihr denn ja wir sind drin oben im büro ja warum seid im büro ja weil wir weil man im büro quatsch achso komm doch rein ne ich kann da nicht rein ja komm doch einfach rein wo ist das problem das licht ist mir zu geil da bekomme ich Kopfweh aaa ja ich glaub wir kommen gleich raus warte dann bleib ich vor der tür ja ja keiner da lass mich allem schlägt nein stölding mutten nicht drauf hat nicht gefallen müsste ich ihnen bionzert für installieren um vernünftige shader zu haben für das metallic sieht doof aus tschüss juri sagt ihr mir die schuhe sind zu groß hammer naja ich komme in den laden nicht rein obwohl ich 100% safe game habe mit alle türen auf keine ahnung warum und die anderen die mein safe game haben kommen da rein ich aber nicht ich weiß nicht warum hallo swiss tv ist doof muss ich mal gucken er war doch eben schon mit dem Stieger tagsam hallo danke was hast du mit dem abschlepper gemacht erzähl mal ne ich hab den nur gepackt hast du den Haar nicht mehr abbekommen das andere hat mich festgehalten hallo ha danke schönen schwank hast du auf deine flat ich weiß danke deine lamborghini cap vor allen Dingen was war für ein schanz was ist denn mit dem da oben schon wieder mit wem ja die reifen kürzchen dinge danke die fahren motorrad und motorräder haben keinen reifen ne was geht her warum sind deine angst die fahren motorrad weil die motorrad fahren deswegen kürzchen die reifen nicht so ja das sieht absolut kack aus die müssen ihre hässlichen gesichter verstecken ja ja was habt ihr gequatscht rüte und wo ist mein sterling rüte gequatscht rüte ja wahrscheinlich nicht verwaschen weil du den nie fährst woher stand denn noch vor deiner haustür abgeschleppt hab den der ali war das oder die dreckigen ja die sind mit dem abschlepper ich hab von jess die autos abgeschleppt hab die einfach auf straße gestellt ui nein ich hab die geparkt und dann hab ich den abschlepper wieder her gebracht ja mhm sag Wula Wula ok wir hatten dir eigentlich einen schlüssel gegeben hehehehe sag ich stimme weiss eh wer es war ich war es nicht ich auch nicht ich auch nicht nein natürlich nicht dreckiger Lügner genau Schoko grüße ja der war es Schoko war es gar nicht wohl boah ist voll ruhig ne ja war bestimmt Steffi ja Steffi war das ach die vermisse ich Steffi war es ich vermisse sie ich vermisse die nicht warum den Schoko einfach sitzen lassen die blöde ich hab gehört die hat jetzt ne safti bar irgendwo ach lass vermissen dann Zeige ja lass die auf Milchpackung gucken ne saftschubst du auf saftpackung habt ihr den auftrag noch hinbekommen Juni? welchen? welchen? der den wir jetzt hatten ja mit dem Typen ja am selben Tag oi da ein Trecker beißiges Bühnchen Kostakwenda das ist 2,25 was ist das für ein Trecker wo ist ein Trecker? da hinten da ist ein Trecker das ist ein wilder Trecker ich habe auch ein Trecker ein Trecker ich fühle auch ein Trecker Trecker aus das ist der mit seinem Motorrad ist das wer ist das? wenn man den so laufen zieht und so wenn man den so laufen zieht und so wenn man den so laufen zieht und so sieht das wie Cody da ist ein Trecker aus dann könnte man den Deck denken das ist der Curtis boah der Front so lauf ich jetzt gesagt dass Curtis ein Bauer ist weg arbeitet ihr nicht Johnny gab es keine Schuld du bist zur Knie nach oben gehen oder? ich kann mir vorstellen du hast keine Schuld du bist zur Knie nach oben gehen warum denn zweimal? ich hab dir auch schon gesagt dass die Schuhe scheiße aussehen das sieht übelst hässlich aus mich hört ja keiner ja warum seid ihr nicht am Arbeiten ich verstehe nichts über deinen Schuhe sagen ich verstehe nichts über deinen Schuhe sagen Tante ja ich war noch nie am Arbeiten weil wir was gemacht haben tatsächlich aha ja ja das war nix das ist so richtig voll rum gesessen dreckliche Yadis Ruhe ich wollte mich erstmal ein bisschen zurückziehen ich hab heute schon zu viel gearbeitet bist du zu dir her ja ich hab grad ein Auto gemacht und war schon so viel ui aber das Auto sieht wild aus danke was darf denn jetzt? wie die hast du nicht rasiert? ich hab mich im Bart wachsen lassen, genau aber das ist fast das selber eigentlich bin ohne Bart rein, bin mit Bart raus so wie jeder hier hast du aufgemalt? ja wer ist denn? ne ok doch mit Edding ne ne mir darfst du die Pflop keine Infos aber nicht Wasserfels für nächstes Mal duschen ist das wieder weg grüße 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 ich sag es dir aber trotzdem macht schon ein bisschen Aua oder? frag mal den dann der hat schon ein bisschen wiegt für dich deswegen glaub ich du hast doch letztens noch ganz anders gebildet mach den Körner warte mal kurz kurz mit meinem Telefon ja was ist los? hii kumo ja mhm hola er rammt einfach dein Auto James aber Schuhe sind zu groß hab von Tante die genommen da hab Schuhgröße 48 ach du Gott Rockfuß da zähl ich an den Schlappen mhm damit kann ich dich aus dem Leben hauen so groß sind die Ruhe oha was sagst du da? äh nicht du der Max wird auch gefallen wenn du grad beleidigt hast oha danke was sagst du da? fest is for life ja und Finn was machen wir heute zu? äh ja die Werkstatt hier deswegen sind wir hier ja haben grad Gespräch geführt ist zu deswegen kommst du auch nicht rein hm wir haben schon abgeschlossen ganz Laserschranke drin da sind wir schon lange zu ne? ja du bist bisschen dick geworden Kurt deswegen passt du nicht durch die Tür mhm das stimmt Fußnagel zu breit mhm musst du heute was geklärt werden? hey Schoko ja mit dem Feuerzeug ist das Zeug da ich würd da noch nen Tattoo auf den rechten Arm machen mhm ja in der Armbeuge ne aber da muss ich abbrechen der ist so blass der Arm der ist echt der hat echt noch blass hast du lange im Ofen gelassen? hab ich extra so tätowieren lassen der ist dein Raucherarm der ist ein Raucherarm der labert ich rauch nicht mal passiv passiv dein Arm sagt was anderes Junge ja passiv du bist so lange neben Danjo gestanden der nehmt dir keinen Nikotinschock da kriegst du von dir rechts ne? Danjos Tapeten kannst du abziehen und rauchen leck mal dran guck bei meinem Arm auch schon langsam an nur weil ich neben dem stehe ja das ist übertragbar oder? renn Jana renn das ist nicht das ist Jana das ist Jana ja das ist Jana bitte äh geil Mila mach nochmal geil hast du die in deiner Tasche versteckt? nein die ist krank die hat Beinensee oooohh ich weiß ob er gegen hilft meiche 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 ich geb mir gleich später Kussi drauf er hat ne Ballenzähne eingebackenen Fußnagel meiche hat sich ein Zillnerd meiche sowas was du am Rückeln hast meiche wie kann ich denn ein Hain gewachsen ich hab ein 24 Mille Diamant auf meiner Stirn aber ich hab Wut drüber sag mal ne ich hab Wut drüber Boi hey was wollten die mit Dings da Johnny was du mir gesagt hast im Telefon warte ja dieses Getränkding Spiritus ja das war auch mit zum Arbeit Arbeit ja haben die ihm jetzt mit Alu wohl ja den testet den für uns ich bin Spirituosentester bald nicht mehr Junkie Park sondern Junkie World ja freut mich voll ne wenn alles umgebaut ist ja die sind ja schon fleißig am Arbeiten können wir einen Jurassic Park machen? jeden Tag geh ich da vorbei und guck mir die Arbeitszahlen immer schön immer schön dass die Bauarbeiter die Quartier angucken immer schön dass die Bauarbeiter die Quartier angucken same au au aber das ist ein müdi Tag ne mhm lass doch alle kuscheln machen wir doch eh den ganzen Tag pfff ah Schwabelinski ja kannst du nochmal anrufen wegen das was ihr vorhin gegeben habt ja der ruft mich an ok das geht grad noch nicht ok war das sehr sehr cool äh Lukas K danke für Luisa im sechsten und Klanger dank für Luisa im 28 sind und Tristan dank für Luisa im zweiten Chat ist Mude heute ne wo ist TK wir wollten heute Rockerzeiten machen der ist noch schlafen freche 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 er hat gestern Nacht zu lang wie war es lang wach mit dir was ist denn mit Anwalt mich ruft immer so ne komische Nummer an aber immer mit dem Damen wenn ich nicht da bin soll ich das mal zurück rufen ja ich rufe da jetzt mal an ich rufe da jetzt mal an mach sie ich rufe meine Uhr an Wagezeichen Kumo hei hallo hallo oh Privet Privet da 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 Vodka was geht da bei dir ich rufe dich dreimal an du gehst nicht einmal ran ich äh hab grad das mal nicht angemacht boah das war ein Lied ach so ja keine Ahnung hast du schon was gehört von der Frau wegen dem Urteil nein noch gar nichts meinst du die nimm das ich versuch zu erreichen aber ja bisher ich hab noch nicht recht wenn er das zu teuer ist was sagst du denn du hast letztes Mal schon Preis gesagt ne ja also es ist gar ne also so sieben zwischen sieben und acht glaube ich wäre okay es ist halt schwierig so dafür die Summe ja zu finden hm also ich glaube ich wäre mit zwischen sieben und acht auch zufrieden acht so acht ist wirklich schon okay das ist die Hälfte von dem was investiert wurde habe ich mir sagen lassen ja kann man mal machen das ist schon fein ich hab heute kein Geiselnehmer nein heute ist kein Geiselnehmer machen sie was nicht wie machst du was nicht ich bin doch kein Geiselnehmer hm 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 das ist hm soll ich dich doch nie mal fragen hm aber das ist doch die Frau die wir angeschossen haben ne ja richtig das ist doch die Frau von dem Typen wo wir den Auftakt letztens bekommen haben ja richtig und der ist auch schon ausgeführt äh da ja auf den Typen hast du es echt abgesehen ne ja sehr gerne verbuddelt dem im Meer mir scheißegal einfach wegnehmen sobald ich gehört habe haben die dann zum Friedhof gefahren und dann der ist ja auch da geblieben ach der ist sogar da geblieben ja schön wärs also um die Tage mal rausfinden ob er da geblieben ist hm ui sagst du nur Bescheid oder kannst du die mal anquatschen aber ich weiß nicht wenn man nervt dann ja ich versuch sie jetzt zu erreichen vor allem was neues gibt und so weiter und ja aber ja bisher ich kriege ein Telefon ja wenn die damit nicht einverstanden ist kann man nochmal quatschen ja ich ich werd dich äh ich werd mich bei dir anmelden sobald ich weiß ok danke Juri alles klar dann spiel dir mal ich mach mich weiter tschuss tschuss bin ich mal gespannt oh ja hallo was du hast ja du hast du du tout Ich hab mit Juri telefoniert, also mit dem Architekt, der versucht die Frau zu erreichen. Was machen wir dann, wenn die das nicht abkauft für 10 Millionen? Ja dann, soll ich dir sagen, was wir dann machen? Was macht jeder? Wui. Ja. Wui. Wui. Was macht jeder? Wui. Ui. Wirth im Toppen. Was ist denn ein Schmerzgrenz? Acht Millionen? Du bist so ein Idiot, ne? Ja, ganz lustig. Sag doch mal jetzt. Ich weiß es nicht, Alter. Acht Millionen? Ich weiß, was haben die anderen denn gesagt? Ich weiß nicht, ich glaube, jeder hat ein Gestapfel, dass wir Schummen verkaufen. Glaube ich. Ach, warte. Ich warte. Boah, mein Gesicht tut weh, Alter. Aber eh, oh weh. Ey, Max hier. Ne, ne, ich brauche nur eine kurze Antwort. Äh, äh, Hotel acht Millionen, okay oder nicht? Ja, nein, ihr müsst das sagen jetzt. Ich weiß es nicht, wo ist der? Mit oder ohne arbeiten? Okay. Ey, Finn. Ne. Ja, was denn? Eine Antwort? Äh, Hotel acht Millionen, ja oder nein? Also, ja, acht Millionen, aber dann wollen die halt auch mitmanagen halt, ne? Ja, aber dafür wollen die wieder Kohle haben, ne? Und das lohnt sich halt nicht. Ja, keiner arbeitet umsonst. Ja, aber das lohnt sich doch für die nicht, wenn wir da nur dran verdienen wollen. Ja, aber doch nicht so viel. Ja, ich weiß ja nicht, was ihr euch vorgestellt habt. Man, man kann, man kann ja vielleicht, äh, sag ich mal, ähm, sagen, keine Ahnung, was ich weiß nicht, 10 oder 15 oder 20 Prozent von den Einnahmen, die da durch reinkommen. Ja, aber du kannst doch keine acht Millionen verlangen und dann noch von den Einnahmen was sie haben wollen. Ja, aber jetzt, pass auf, guck mal, du kannst, die sagt ja, man soll sich um das Hotel managen, ne? Oder sagen wir dann, ne? Okay, und was, wenn die das nicht will? Was, wenn die sagt, die macht das Leine? Aber die hat doch selber gesagt, die will das! Ja, aber falls sie sich unentschieden hat. Max will nur, ach, keine Ahnung, also dann, ja dann verkaufen wir einfach nicht. Fertig aus jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, aber acht Millionen! Hä? Acht Millionen! Investieren, Junkie World! Ja, okay, acht Millionen natürlich, aber wie gesagt, wenn da zum Beispiel nur einer drin wohnt und die verdient nur, sag ich mal, 50.000, dann kriegen wir vielleicht nur 5.000 davon. Verstehst du, was ich mein? So, sind da aber zum Beispiel, wir sind nicht fünf Stück ansässig und die verdient 250.000, dann verdienen wir daran, weiß ich nicht, 30 oder 40 oder so'n Scheiß, keine Ahnung. Okay, der Juri versuche ich, die zu erreichen und dann mal gucken, was die sagt. Ich würde halt auch für acht Millionen abgeben, ohne das zu meinen. Weißt du was? Ruf den Max an, ne? Weil der Max will das sowieso managen. Ja. Okay, ich ruf den an. Jut, vergiss aber nicht, ne? Sag dem noch. Ich bin da ein bisschen zu gierig, acht Millionen und dann plus Verwaltungskosten. Wo ist denn der Max? Hier, nimm mir. Ja, warte los jetzt zwei. Ja, wie lange brauchst du dann mit deinem Telefonat? Äh, eine Minute. Okay, dann mach fertig und dann... Oder fünf Sekunden. Ja, dann mach. Ich, ich, ich ruf... So, ja. Ja. Ja, Körte, das ist zu viel, wenn du für Managen Geld nimmst. Wenn du den Managen schon acht Millionen bezahlt. Ja, ich will ja nicht managen, aber ich will da halt auch schon ein bisschen so arbeiten. Was? Wo arbeiten? Ja, da. Wo? Am Hotel? Ja, klar. Wie du bist? Hausmeister oder Facility Manager? Irgendwie so. Räumen ein bisschen Zimmer auf. Wir warten erst mal, bis die sich meldet bei mir, weil die Rue quasi steht an und dann gucken wir. Ja, pass auf. Wir können doch erst mal sagen, dass wir da halt so... Ich weiß nicht. Man kann ja erst mal sagen, ja, acht Millionen und wir Menschen das Ganze halt ein bisschen. Und wenn die sagt, nee, okay, dann kann man halt runtergehen. Das ist doch kein nix festes. Wir haben ja auch bei, glaube ich, den 10 Millionen gesagt, ne? Das ist ja nichts festes. Weißt du? Aber warum sollen wir niedrig ansetzen, wenn wir dann noch hoch und runter... Wir haben schon hoch angesetzt. Ja, klar, aber wir sind ja jetzt auch weit entgegengekommen. Das ist ja nur, die kann sich ja dann auch auf uns verlassen, wegen Dings, ne? Weil, falls es irgendwann mal Stress gibt. Ja, mal gucken. Der Rue quatscht jetzt an und meldet sich bei mir, wenn... Ob die sagt, ob die 10 Millionen zu viel sind und oder nicht. Ja, dann soll Jure die zwei drauflegen. Der legt schon eine drauf. Ja, stimmt. Aber wenn er noch zwei drauflegt, hey, dann musst du, glaube ich, private Insolvenz anwenden. Hast du jetzt nachgefragt wegen Spiritusen? Der geht nicht am Telefon. Wer? Der alter Russland. Ja, können wir das nicht noch von woanders? Ja, ich habe keine Ahnung, wer du... Ich kenne die anderen von dir nicht. Ich glaube, John. Ich glaube, John. Wer ist denn John? Ja, John. Der hat bitte schnell einen Finger. Ja, dann soll der da mal anrufen. Na, der hat, glaube ich, auch noch Kontakt, wo Spiritus... Oh, der steht doch hinten am Paragon schon. Oder wolltest du den anrufen gerade, Önke? Nee. Okay. Ich habe versucht, über Cody vielleicht. Hm... Nee, aber der kriegt doch, glaube ich, über das Unicorn oder so. Der hatte da auch Business-Kontakt. Aber ich weiß, man kann ja erstmal sagen, ja, wir managen das halt so, wir gucken halt, ne, damit halt alles glatt läuft. Die kann ja von sich aus auch die Gewinner und sowas einnehmen. Guck mal, ich habe zum Beispiel gesagt, ne, Max, man kann es ja davon abhängig machen, wie viele Leute da drin wohnen, ne? Sag ich mal, die nimmt sich jetzt 50, oder die nimmt 50.000 pro Zimmer, ne? In der Woche? Im Monat. Ach so, im Monat, ja. So. Wenn wir zum Beispiel sagen, jetzt, da wohnt nur einer gerade drin in einem Hotelzimmer, kannst du ja sagen, von den 50.000 willst du einfach 5.000 im Monat dann haben. So, dafür arbeitest du dann da. So, arbeiten da oder wohnen da zum Beispiel dann irgendwie 5 Leute und die verdienen 250.000, dann kannst du immer nur sagen, okay, du willst 30.000 oder 40.000 davon haben. So, einfach nur einen kleinen Prozentsatz so, dass du nicht umsonst da arbeitest. Und dadurch wird die nicht arm, sondern verdient trotzdem noch gut Geld. Oder ist das falsch? Ne, das stimmt schon, aber ich sehe es so, die muss ja bestimmt locker 40 Monate offen haben, damit die ihre 8 Millionen wieder drin hat, weißt du? Genau darum geht es nämlich. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass dieses Hotel ein einfachen Nebenverdienst sein wird. Ja, ja. Dass sie dafür nicht wirklich arbeiten muss. Das stimmt. Ja, lass dein Foto aufwarten, bis die es meldet. Wenn die sagt, ist es teuer, dann sagen wir, okay, pass auf, wie viel. Ja, ja, ja. Wenn die dann sagt, irgendwie 5 Millionen, dann sagen wir, ne, pass auf, scheiß auf. Dann machen wir den Quatsch selber, egal. Ja. Wir finden schon Leute, die da einziehen wollen. Mit Schlüssel oder so. Wenn einer, dann ja wohl du. Ansonsten schweißen wir irgendwelche aus deren Straße raus und sagen, die alle Quatsch sind. Wenn ich ziehe selber dahin. Oha. Hä? Einfach Hotelzimmer. Ja. Obwohl, ich will da nicht wohnen. Aber wir haben doch schon viele Gabel, die da einziehen wollen. Ja, ich habe ja auch schon mit dem Washington gequatscht wegen PD, ne. Der meinte auch so, dass der locker bestimmt 5, 6 Dinger da füllen könnte, ne. Mit den Leuten, die halt noch kein Zuhause haben. Dann machen wir das halt dann scheiß drauf. Wie viel Restgeld haben wir denn noch? So 5 Millionen, ne. Boah. Glaub nicht mal, ne. Ja, ne. Wir haben ja angezahlt schon irgendwie ein bisschen. Aber so fast. Ja. Ich glaube, wir sind, obwohl Philly hat, glaube ich, noch was. Der hat, glaube ich, nur 900.000. Ja, doch. 5 Millionen sollte man noch hinkriegen, ja. Ja, ja. Ich habe auch noch ein bisschen was. Ich habe ja letztens auch noch was gekriegt von den Sachen, die wir verkauft haben. Was müssen wir dem Architekt nur geben? 1,2, ne, wegen dem Auftrag. Ja. Ja. Nicht mehr diese zwei Dings. Nein. Ne. Boah, das liegt immer aber sehr am Herzen, dass der Typ auf die Fresse kriegt immer. Ja. Ja. Wie findest du meine Kappe hier? Na, hübsch. Danke, danke. Die Flag vom Önkel ist auch sehr hübsch. Scheißjunkie. Was ist mit nem Schwabbeln? Und seinen Mätschi-Schwabbeln? Wer hat das gesagt? Das ist halt ein sprachiges Techniker. Ja, ja. Kann der überhaupt schreiben? Brr, was geht ab, Curtis? Was sollt ihr, Motherfucker? Was geht, Bruder? Hallo. So renn ich gar nicht. Alles trifft über dir oder was? Der Schnurzler. Ich fahr jetzt erstmal die Grove Street, mafargo. Die Grove, for I. Weg. Hallo Mustard. Ja, die hab ich auch. Bleib mal kurz stehen. Bam. Warum schlägst du den? Hä? Weiß nicht. Warum wolltest du mich hauen, du Dude? Ah, bitte. Wow. Was denn das für ein Ding? Danke, die Dame. Moinzen. Soll ich den Champagner holen? Nein, danke. Nein, danke. Soll ich den Teppich ausrollen? Ja, bitte. Okay. Geil. Sie heißen nicht zufälligerweise Amali, ne? Nee, nee. Okay. Noch nicht. Sind sie sicher, dass die mit dem Auto herkommen wollen? Das wird, glaub ich, geklaut. Och, nee, nee. Das hat Wegfahrsperre und so. Wegfahrsperre. Ist ja von 2017 das Auto. Wann weißt du? Ja, die ist Kundschaft. Ding Dong. Oha, sogar mit Butler. Wie kann man helfen? Halbe Batman. Hallo, wir würden gern unser Fahrzeug lassen. Curtis. Hä? Ich komme. Ja, was willst du jetzt wissen mit der Shisha-Bar? Ja, was willst du jetzt wissen mit der Shisha-Bar? Hast du schon was angezahlt? Genau. Ach nee, der wollte das Ding machen, ne? Er wollte doch erst das eine machen. Stimmt. Wir haben den noch die vor... Also unsere vorerstellung gesagt. Ja, ich muss den Namen. Vielleicht macht er es heute noch. Können wir machen. Ich quatsch die Nummer. Jut, jut. Ich habe nur was vergessen. Was kannst du vergessen? Dieses, ähm, kostenvollen Schlag-Moped. Füll die Bar. Ob du das schon fertig hast. Ja. Ich werde nochmal eine Express-Notice dran machen, dass ich da schnell eine Rückmeldung bekomme. Okay. Alles klar. Dann bist du da. Ja, ich meine nicht. Da. Das ist ja dann ja. Biden. Warum schlägern alle? Heut ist Welt Schlagtag. Aber... Wie alle doof sind. Der hat von dem Ding noch keinen... Ach so. Der hat das nur nicht fertig. Da fehlt noch irgendwas. Ja, er ist ja nicht fertig. Weil er arbeitet nicht. Soll einfach sich melden. Aber warte, wie viel hat er jetzt gesagt? Insgesamt circa vier, fünf, oder? Schätzungsweise so zwei, drei. Nur? Okay, dann können wir das ja... Also für unsere Halde bezahlen wir 4,4. Ja, und was ist da drin? Die ist schon groß. Die ist schon extrem groß. Okay, ja. Ich denke mal so zwischen zwei bis drei Millionen. Hast du doch Geld? Ja, ja, wir haben das Geld. Das, was wir halt noch machen müssen, ist den Müll wegtransportieren da überall. Ja, das können wir heute machen. Ja, das können wir heute machen. Wir haben eh nichts zu tun. Ja, ja. Das können wir noch machen, dann... Ja doch, sonst... Müssen wir ja nichts machen. Das spart schon ganz viel Geld. Da hinten den... Den Garten, ne? Zum Beispiel. Ja, ja, die Terrasse, da wo draußen aus dem kommt. Das müssen wir wegmachen. Ja, das können wir heute machen. Nix zu tun. Ja. Film schlägert schon wieder nur. Ja, James. Wie viel haben wir zusammen? Vier oder fünf Millionen? Ja, vier Millionen haben wir ungefähr. Wie die alte Flagge. Wenn nicht, wir kriegen ja immer noch jede Woche Geld. So ist ja nicht... Wer verdient doch jede Woche zwei Millionen. Mew. Ja, ich... Ja, aber das ist nicht das Geld, was James und ich verdienen. Also, James und ich verdienen auch eine Mew fast. Ja. Separat von denen. Was? Ja, ja. Ja, wir haben Arbeiter. Aber... Ich und James kümmern sich ja eher gut. Egal, dass wir das... Das Thema... Ja, wollen wir dann gleich aufbauen, ne? Können wir machen. Top, 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 top. Hoffen wir dann auch irgendwas für LKW oder so? Den LKW brauchen wir schon. Ich weiß ja nicht. Das war jetzt... Also, was das jetzt ist. Das ist ja nicht so viel. Ich hab einen LKW. Da sind zwei Mülltagen, glaub ich. Ja, willst du mit dem LKW durch die Stadt fahren? Nee. Aber innen sind wahrscheinlich auch noch irgendwelche Sachen drin, die hier raus müssen, oder nicht? Bestimmt. Ich hab mal reingucken, ob da noch alte Möbel drin sind. Ja, von den Möbel auch Putzen und so, ne? Ich steh nur. Vielleicht finden wir da noch alte Pornohäfte. Äh, ui. Mit diesen 90er-Weibern. Nee, das Hotel ist noch nicht verkauft. Das klären wir gerade im Endeffekt. Wenn die das nicht kauft, bespielen wir das einfach selber in Familie. Psychologe. Ja, genau. Man hat mich gerufen. Pornhäbel. Also, Steph Sarge ein Psychologe bist du? Hm? Ja, ja, genau. Habt ihr die Kangen hinter mir gesehen? Oh, ja. Du brauchst ein paar Millionen. Ich will das haben. Sollen wir Autoreifen klauen? Ich raub hinten ab, okay? Du machst Seite. Ich guck zu, okay? Nein, du schraubst mit ab. Geht nicht. Ich hab Mädchen in Hände. Ja, das sieht man aber auch. Alleine mach ich nicht. Wir müssen gleich die Baus räumen, ne? Arbeiten. Ich hab Bauschmerzen. Schlüsselbund? Ich hab Bauschmerzen. Ich hab große Bauschmerzen. Was? Was helfen? Wo? Bei uns die Bar. Da muss der Scheiß rausgeschleppt werden. Wie bei der Lagerhalle. Oh je, oh je. Ruf mich nicht mehr an, ich vertrau dir nicht mehr. Ach hey, hier ist das schon spät. Da lachen sie wieder, die Rentner, die drei. Thank you. Ein Rücken. Schoko ist auf jeden Fall ein Rentner. Ja, das ist ein Rentner. Das stimmt ja. Der hat doch in Los Wuppertal fünf Kinder. Wuppertal. Illegal sind egal Wuppertal. Auch. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Warum stehen wir eigentlich schon wieder hier rum? Ich weiß nicht, ich dachte hier ist irgendein klärendes Gespräch und so. E.T. ist jetzt gerade einmal zu spät. Ja, du bist zu spät. Ich wusste auch nicht. Ich wusste auch nicht. Der ist telefonieren und ist dabei wahrscheinlich irgendwo in Falito rausgekommen mit seiner Raumrennerei beim Telefonieren. Geht der nicht da hinten? Die sind halt total bescheuert. Die wollen acht Millionen für das Hotel und dann wollen die das sogar noch verwalten und dafür auch nochmal Geld haben. Das ist so bescheuert. Ne, das ist dumm. Ja, aber egal. Die sind halt gierig, ne? Der ist gierig. Wenn dann verkaufen und sagen, okay, komm, pass auf, wir verwalten das, aber dann kriegen wir halt einen kleinen Teil von... Ja, das haben wir da vor. Ja, aber halt nicht so, jo, wir verwalten das und dafür wollen wir die Kohle, sondern wir verwalten das und dann kriegen wir vielleicht nicht fünf Prozent von der Miete oder so. Hm. Darauf würde ich dich nicht einlassen. Ja, weil dann hat man nicht diese, ja, ich zeck mich hier safe rein und hab da eine Pauschale für, sondern okay, pass auf, wenn das läuft, dann kriegen wir ein bisschen was ab. Das will die hundertprozentig nicht machen. Aber dann können wir auch wiederum sagen, wir geben dafür Schutz. Und halten da die Hand drüber. Ja, das wollte Juni aber nicht. Weil zu viel Stress. Hä, mit wem gibt das denn Stress? Was für Stress? Was siehst du nicht? Der hat letztens gesagt, ne, Schutz ist wieder was anderes. Mit uns will keiner Stress. Was denn doch? Mit uns will keiner Stress. Was denn doch? Ja, guck uns an! Oh, oh! Vielleicht wollen die Stress! Ne, das ist ein Nutscher. Gelbe Flex. Jetzt wollen die einen auf großen Macker machen, weißt du? Es sind immer nur drei Leute, jetzt fährt jeder mit einem Auto. Ich würde das einfach für acht Monate verticken und dann sagen, yo, ich bin fein aus dem Schneider. Und dann nehmen wir die Kohle und bauen uns aus dem Junkie Park, bauen wir Junkie World. Ja, wir brauchen ein Theme. So eine Themenpark. Echt? Ja, das ist ein Mixer zwischen Jurassic Park und Wonderland oder so. Du bist auch so im Wonderland. Boah, du bist auch so im Wunderland. Bogo, wo ist Jeffy? Stimmt, die hat auch so kleine Arme wie ein T-Rex. Meinst du schon? Ich bin mal gespannt, wann der Architektisch meldet. Oh, jetzt! Jetzt! Oder jetzt? Ne, ich glaub immer noch nicht. Oh! Lässt sich ganz schön Zeit, ne? Ach! Die hat jetzt... Wann haben wir das letzte Mal mit der gequatscht? Am Montag! Mit wem? Mit dieser Frau, die das kaufen möchte. Wer will denn das kaufen? Das ist so eine Medizinfrau. Hure! Das sagt man nicht! Böses Wort! Geh den Mund ausmachen! Die Blonde oder das? Weiß nicht, will die halt. Meine Kurzsage? Das ist die, die wir unter der Brücke in den Fuß geschossen haben wegen dem Mann. Doch, Hure! Wir haben die abgeknallt und die gibt uns acht Millionen! Das ist die, die das letztes verhandelt hat, wo ich hingegangen bin und hab gesagt, hier zieht sie dir mal vor. Klingt fair! Ja, genau die! Die Blonde, die auch die Tiermedizinerin ist. Die macht die Hunde immer und so. Ja, bei der hab ich gelernt, Hunde zu operieren. Warte mal, du hast gelernt, Hunde zu operieren? Mhm. Hast du an dir selbst rum geducktollt? Nee, ich hab Fischer seinen Hund den Dildo aus dem Bauch geholt. Der hatte doch mal Steffi! Deswegen ist die nicht mehr da! Oha! Der hat einfach Arme im Hinterkopf genäht! Warte, was? Jetzt winkt die die ganze Zeit, wenn die läuft! Und klatscht immer! Ich stell mir das grad vor! Das ist komisch! Wenn die so rennt, dann klatscht immerhin! Ja, die Tante rennt mit Flipkops und macht das Geräusch, steht hinterher und klatscht! Das ist nicht nett, über Leute zu reden, die nicht da sind! Warum die ist so da? Nee, lass uns mal aufschreiben! Ich hab immer Orangensaft in Tasche! Du alte Saftschubse! Saftbefehl! Saft für die Abi! Der hätte im Lamm und Ferrari sind! Die vier sind alle müde, kannst vergessen! Holzer Dankeschub für den WeSub im sechsten! Suki Dankeschub für den Prime 14! Und Eichen Dank für den WeSub 5! Was machen wir denn heute noch? Und Weedlober Dank für den WeSub 10! Bald ein Jahr hier Abfahrt! Macht auch wieder IP! Ich weiß, ich weiß! Und Saomi Dank für den Prime! Und herzlich willkommen! Ja, da hast du deine Antwort! Das ist okay! Nix, heute geht nix anscheinend! Doch wir müssen den scheiß Bar ausräumen! Oh, mach ruhig! Oh, ganz mietig verspannend! Boah, scheiße! Wir müssen die, wenn wir nix zu tun am Mulde, müssen wir die Bar ausräumen, ne? Ah genau, wir wollten den Röhm füllen! Und den Müll und so alles wegmachen! Genau, alles aus der Bar raus und den Hinterhof da! Ja, auf jedes! Wie jetzt schon? Ich hab immer noch Zeit! Ja klar, let's go! Wolltest du am Anfang? Warte, machst du das dann schon? Jetzt? Tag zu Tag bist du hässlinger, Junge! Danke, danke, danke! Auch, auch, auch! Machst du das dann auf Bademeister? Du bist immer hübscher! Ich bin jetzt... Ja, die guck mich an! Da fehlt aber die Duck-Schnauze! Duckface! Ja! Duckface, ja! Hab ich nicht! Ey, ey! Wir fallen nach Hause aufräumen! Wir brauchen jeden Handarm drinnen! Aua, aua, aua! Kommt! Aua, 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 aua! Wir haben so Schmerzen! Aua! Wir haben einfach Rentner in der Gruppierung, Alter! Choco-Rentner, Jivke-Rentner, Nick ist auch ein Rentner! Hallo Tido! Boah, ich will nichts sagen, Bruder, aber die Schuhe sind absolut geil! Ja, Spider-Man-Shoot! Und ja, die Schuhe sind zu groß, ich weiß! Ja, ja! Und die Tasche ist zu klein! Und Stream ist zu dunkel! Glaub ich mit dem Dream of the Dodge Pedal! Wo ist denn der Pounder? Wo ist der Juni? Äh, den haben wir grad nicht! Ja, du musst noch mal das reinpacken! Ich hab' einen Rubbel, glaub' ich! Äh, nee! Du bist auch so'n Rubbel! Meine Ecke ist sauer, Nick! Aber wir haben, nee, aber wir haben Pounder ohne Enger! Ich hab' nur den Betonmischer! Schau! Wir brauchen einen ganz großen Teppich, damit wir das da drunter kehren können! Gibt's hier nicht irgendwo nen Gulli? Nee, nur nen Gulli! Ist da denn so viel drin? Oder können wir das nicht einfach zerkloppen und rausgehen? Ja, da sind halt ein paar Tische und Stühle und so! Tische und so! Ganz alte Sachen! Und können wir den Jadis rüberwerfen? Vielleicht Katapult werfen! Ja! Ja! Ich hoffe, wir haben Katapult! Kannst dich gar nicht selber küssen! Das ist nicht möglich! Hallo! Einfach stehen bleiben, der Herr! Warum? Ich will... Wir holen einen Pounder! Wir haben einen Pounder! Ja, Juni! Ey, du hast einen Schlüssel für den Käfer! 2 Pounder! Äh, Jemco! Ein Pounder! Was habe ich Schlüssel? Hallo? Für den Pounder! Käfer! 2! Nicht Käfer, sondern LKW! Ja, hol dir! Hol dir! Alles gut, hast du schon erledigt! Bauen Sie! Ja! Ja! Der Brett Brett ist doch hier! Klar machen wir KlonerP! Die Jacke, Alter! Peppe! Für die, die sich wundern, warum die Hose so hängt! Moment! Das! Ist einfach der Drip, Bruder! Oder soll man das anziehen? Nee! Das, was drin ist, ist wichtiger! Was ist mit dem Bienen seine Karre? Der Müll! Ne, der ist äh... Eine Mülltonne! Die kommt weg! Ja! Soll ich... Wo ist denn Beaty? Kacken! Mir ist das nett! Der wollte was essen... Toilette... Ja, aber es ist nicht schlimm, wir müssen halt nur die Mülltonnen und so! Das ist ja... Was mit dem Baum? Soll ich schon Axt holen? Nee, den kann man ja nicht so stehen lassen! Boah, lass uns nen Baum ausbauen! Wee! 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 Ja, wir brauchen nen Paun, da! Ich hab' können den gerne holen, da! Ja! 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 Du kannst, komm mit! Da... Da, da... Ja, aber den Baum... Wohin? Paun holen! Hm? Paun holen! Hast du schon mal was von der erste Po gehör? Sagt mir, der war gut, der Drift. Ja, der war gut. Boah, das war ein Italiener. Da war der Schwurbel. Du fährst so roto. Das war 90. Hol mal tausend Ocken raus. Hast du so? Ah. Hä? Ja. Ah, Katze. Warum kratzt du mich? Boah, hab ich mich erschrocken. Hab ich. Guck mal, ob der... Ja, Paul der Kasse kriegt. 1kb2, Paul der. Genau, den rausholen, bitte. Ach du einiger. Einmal zu von Barstelle. Einmal bitte zum Park, hier. Danke. Bruder, was... Was so... Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nen Auto kaputt gemacht. Ja, ich... Hallo. Ich kann da nicht einsteigen, ne? Die Tür klemmt. Ja. Ui, ui, ui. Hallo? Ja. Gibst du mir bitte den Schlüssel dann? Also... Ich weiß nicht mal, wie ich den Schlüssel hab. Doch, hast du. Bist du noch letztes Mal gefahren? Außer wenn du keinen Schlüssel gehabt hättest, dann hättest du ihn jetzt noch nicht darin gefunden. Dann. Gut. 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 Der kann da auch nicht einsteigen. Doch, kann er. Oh Katze. Lauf nicht über die Tasse. Katze! Was ist mit dir, Bagheera? Uiuiui. Wir sind hier schon wieder los. Wir bespielen jetzt im MP, dass wir die Bar leer holen. Damit wir ein bisschen Geld sparen. Nicht viel, aber... Schnell das Auto. Ja, Katze, ich mach dir die Tür auf. Was da reinkommt, da kommt so eine Shisha-Bar rein. Drück mal Handbremse. Bitte. Warum du bist. Wie? Ach, noch mal. Wir haben ja nicht erst zehn Stück. Ja, komm, auf, auf. Arbeiten. Wo sind die anderen? Die sind da hinten. Ich hab voll Rückenschmerzen, ne? Ich hab voll Rückenschmerzen. Alter. Ja, John, von dir bin ich nicht an das Gewöhn, dass du V bist. Ach, du Arschloch. Ich gewartet mit dem Baby. Kannst du meinen Hamster-Säbo fragen? Aber ich glaub, ich decke hätte gerufen. Was steht denn an? Das ist unfair. Das ist unfair. Ui. Ey, ihr vorhin mit Schweine, kommt jetzt. Puh. Boah, die Zirinen hören sich auch geil an. Nur nur die Zirinen licht, da muss ich ändern. Was machen? Ja, den Scheiß ja ausräumen. Uiuiuiuiui. Hier, das Ganze. Müsst du mal die Motorräder rauspacken, ne? Ja. Uiuiui. Warte, ich fahre das eigentlich mal weg. Ja, hast du für beide Schlüssel... Mühe weg? Nö, hab keinen Schlüssel für die. Ah, ich auch nicht. Das muss ja alles weg, alles. Alles, was hier rumsteht und drinnen. Die einen Stühle und so. Lass mal den Müll. Da geht mal bitte einer beim Schwabbel an. Den müssen wir ja auch wegschieben. Ja, warum tut ihr den Müll im LKW, Idiot? Na, von uns ist ne Mülltonne. Ja, einen Mann brauche ich noch. Arschloch. Curtis. Warum schmeiße ich den Müll im Ding ins LKW? Damit wir die Scheiß hier nicht weiter rumliegen haben. Da kommt mit ein Schraubplatz. Ja, aber die werden noch abgeholt. Egal, rein da. Ab in die Biotonne, damit ist Klasse. Wenn die abgeholt werden, warum klangen wir den dann da raus? Ja, weil das die nicht abgeholt wird. Achso, okay. Scheiß Müllmänner. Oh, den Aschenbecher nehm ich. Die Tonne. Will, lass den Dandjula stehen. Wobadabadu. Wih. 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 Was macht der denn, Alter? Warte mal, Kollege. Ah. Was denn? Achso. Guck mal hier, guck mal, der faule Hund. Der John macht wieder Pause, der ist voll faul. Der hat gerade an der Mülltonne gegeben. Nee, da war eine Spinne an seinem Stuhl. Ja, sag dem John Bescheide. John mit dem Buckus an sagt, ne? Na, ich nimm das nicht. Der John arbeitet eh nie. Faul Sau. Mach doch mal was anderes. Der meldet sich auch nie. Jungs, glitt aus der Hüfte. Ja, bin dabei, komm. Irgendwie ist mein Schlüsselbund locker. Du sollst hier dran sitzen, beweg dich. Ich hab meine Kappe aufgehoben. Man muss den Müll noch hier wegschieben. Du musst doch jetzt meditieren. Ich bin Cristiano Ronaldo. Christian, arbeite. Ja, nicht schon wieder Pause machen. Ich will den Zug schieben. Extra hat Sicherheitsschuhe angezogen. Was kommt da eigentlich rein? Ich aber. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, der JFK, der steht da noch, guck mal. JFK, du sollst es anpacken. Was macht Spaß und bringt uns weiter? 140 macht er weiter. Komm, bei drei. Oh. Hogwarts. Du, 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 du. Geil, mach weiter. Du kannst nur aufwählen, die Mülltonne zu verklocken. Baut mich. Helf. Tu ich da. Puh. Helf jetzt mit. Ja, warte. Hallo, ich will den noch wegschieben, du. Oh, 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 bei der da. Dann packen wir einfach mit an, dann machen wir es zu zweit. Aber die treten, da bringt nichts. Doch, dann bewege die sich. Warum willst du die heben? Da sind Rollen drunter, die du da. Schiebe, ich ziehe doch. Bist du boh? Okay. Du, schiebst, ich ziehe. Ja. Dann schlepp doch immer LKWs. Ich hab ne Hegel. Ich hab ne gute Mülltonne. Komm, die packen wir da hinten hin. Wir brauchen den Eingang hier noch, ne? Ja. Falls wir jetzt von rechts buschen müssen. Weißt du, warum wir das hier haben? Lauf, arbeite. Damals für den Shorty. Musst mich hier so Treppen machen, damit ich den Müll wegbringen kann. Die drücken sich schon wieder, Max will den Bademeister. Max will den Bademeister arbeit nicht. Wir sind weggefahren. Boah, das Schwabbel ist auch da. Na, ich hatte ein Problem. Schwabbel die Kommode, die noch da steht. Ne, willst du noch arbeiten? Was sind denn das hier für kleine Schnelle? Fuck. Oh, Curtis, du kannst den Müll auch einfach auf BTs Auto legen. Da liegt eh schon alles drauf. Nein, dann weinen da. Na, du hast gerade schon alles draufgelegt. Aber sag's keinem. Fällt wirklich nicht auf, ne? Sag mal, zieht BT um? Nein, ich lasse Sachen einfach bei ihm auf den Vakuum. Du musst sogar, dass das Ding tiefer gelegt ist. Hilf mal, den Hockerl auf. John. Was? Ah, du wirst hier drauf. Ah, Jutz. Einfach rauf damit. Hast du jetzt extra angerufen, damit du nicht mehr weitermachen musst? Was ist der Panther? Curtis, 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 Curtis. Was hab ich hier schon mal gemacht? Guck mal, guck mal jetzt auf den JFK. Achter mal, guck mal. Warte mal, guck mal. Der tut das beim Bienen auf dem Auto. Warum? Das Auto ist tiefer gelegt, siehst du? Ja, dann kann der das nachher wegfahren. Das ist voll schlau. Der BT zieht um. Ich weiß gar nicht, wie viel er noch auf die Karre drauf soll. Ja, das ist... Das schränkt sie. Die Karre, die fährt immer weiter. Ach, Quatsch. Was ist das so, als ob du deine Ex-Folndin da drin hast? Die Chimenta. Die ist schon weg, fast. Chimenta, oh. Die geile Sau. Dann nehmen wir ganz oben hin. Ja, schau fest. Nichts, du räum auf für den Pommes, ja. Was trittst du denn da schon wieder? Ja, ich will das da hinschieben. Und der tritt alles, die weg. Dann schiebt das doch und tritt dich dagegen. Ja, das bewegt sich doch nicht anders, du du. Ich wollte die nicht tragen. Ja, mal. Habt... Seid ihr alle geistig weg? Tagsamm im Junkpark. Ich geb an. Ja, nimm. Ja, nächstes Päckchen. Halt zwei. Bewegt dich jetzt. Ich geb euch an, wir machen Kette. Okay, gut, wir machen Kette. Lass Kette machen. Wir machen Kette, einfach nur, dass wir stehen bleiben. Dann gehen wir jetzt einfach weiter. Den anderen Krimpel schmeißen wir einfach durchs Fenster rein. Kette, Kette. Wir machen... Boah, wir machen eine Kette. Okay, sorry. Kennst du doch, mit der du durch den Dreck gezogen wurdest? Direkt noch ein Tritt. Gib mal kurz ein paar Kleinigkeiten. Deine Eier. Fick you. Nimm den kleinen Kartoffel. Tritt stauben, nimm doch an. Was bist du denn für einer? Tritt stauben. Ach so. Nimm ab. Ach so. Ist das ein Idiot. Steh halbe Stunde hinter, Leon. Danke schön. Bitte schön. Du sollst stark werden. Pass auf, da kommt Flüssigkeit raus. Dann musst du den Hundebock weiter sagen. Hey, ganz ehrlich, wie sieht das denn aus hier? Wie viel passt denn da noch drin? Da ist noch ein Stuhl, auf dem man sich setzen kann. Da. Das ist ein Dings Racer. Den Stuhl behalte ich. Den Stuhl behalte ich. Ich fahr wieder. Der bleibt jetzt hier, der Stuhl. Ich fahr nicht am LKW mit. Du kannst gar nicht fahren, du hast gar keinen Schlüssel. Stimmt, ich häng im Strahlen. Obwohl, ich will mich auch ranhängen. Mein Antibierenprogramm heißt Cash-Bashki. Hallo, Daniel. Hallo. Lass mich mal eben kurz ein Stück vorfahren. Oh nein. Oh nein. Oh nein. War das jetzt die schlechte Seite? Das ist jetzt so krass. Ähm. Ja, fragt ihr mal. Äh. Äh. Hi, na? Tanksam. Wo bist du, JS, Jali? Junge, hier vorne hin. Hier vorne hin. Nach vorne, Meister. Wir haben es. Nach vorne ist dein Platz. Mein Gott, er läuft die ganze Zeit gegen die Jacke. Ruhe. Er läuft da gegen die Dinge. Sag mal, Meister. Der Bord hat arbeiten. Der LKW ist eigentlich nicht so mein Gefährd. Ich fahr mit dem Auto. Hier passt nur einer auf euch. Ja, ich fahr mit dem Auto. Ah, oder. Hallo. Ja, ich fahr mit dem Auto. Hilfe. Sag mal, Akte bei euch. Was sind die besoffen? Kannst du bitte einfach wegfahren? Nein. Habt ihr da Schmierseite dran gemacht? Hier passen noch zwei Leute dran. Wo ist der LKW? Aua! Oh, oh, oh. Boah. Er schnippt voll dem LKW und sagt, wo ist der LKW? Wenn du mich runterziehst, hauscht weg, ne? Auf rechts. Die linke Seite ist voll. Rechte Seite. Rechte Seite. Rechte Seite. Hammer. Boah, was guckst du mich so dumm an? Du bist so dumm schüllen. Bist du dumm oder so? Nimm ein Auto. Okay. Ja, ich mach das Kali, ich will kein Auto nehmen. Oh mein Gott, oh. Ja, weee. Junge, ich seh mich schon auf dem OP-Bett, alter. Was ist mit ihm denn da links? Was macht denn da los? Was ist denn hier los? Das ist nett wie ein Kombi. Da sind voll viele juggeln lassen so. Das sind meine Arbeiten aber auch so. Ja, weih. Die sollen hier nicht mehr füge Arbeiten. Du fährst im Gegenverkehr, du Dut. Macht nix, ihr hängt längst dran. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der Johnny ist die Kali, habt euch keine Sorgen. Pff. Oh oh, hier ist ein Popsner. Hier passiert nix, hier ist sicher. Da steht aber auf der falschen Seite, das steht auch immer anders. Ja, könnte man jetzt LKW fahren. Ja, das musst du mir nicht sagen. Boah, ich bin hier reingedürftet, Junge. Das Ding ist schlimmer als ein LKW. Der Panne, der hat gerade gesagt, das Ding ist schlimmer als ein LKW. Du, du standst gerade auf dem LKW. Vielleicht will ich eine Kette machen. Kette, einmal wieder anstellen. Ja. Ah, mit Ketten kennt sich der Jacke aus. Hm, der alte Kettenraucher. Boah, ey. Ja, los, hol was raus. Ja, hier, ich hol die ganze Zeit raus. Oh, ne. Sehe ich, ja, ja. It's only game. Ey, du fie. Ja, nimm doch mal die Arme runter, wenn du nix in die Hand hast, du dood. Nö, ich warte, ob du das so angibst, die Penner. Und. Ist der eine da eingeschlafen, oder was ist denn los? Da hängt doch die ganzen Dinge vor. Ich bin der Blinker. Ja, warte, lass mich in Ruhe. Ja, der muss doch die Flippe wegrauchen, warte. Ich bin der Blinker. Der ist der Blinker. Der hat auf jeden Fall die Lampen. Warum ist das der Pfillen? Au. Ne, der wird die Lampe zumachen. Bei dem glühen Lüchten. Nimm doch an! Ach so. Was, hä? Vom LKW bist du da? Guck. Aber guck. Der John hält den ganzen Verkehr auf. Ja. Fuck, Alter. Schmeiß die Glied in der Kälte. Ich schmeiß gleich nach vorne einfach. Wortwürdig, Alter, das Schmeiß die Glied. Und das Kleinste. Warum muss ich hinter dem Idioten stehen? Boah, Johnny, wirf, pass auf. Schieb, schieb. Oh nein, ich wäre frei. Nimmt alles. Hier, mitschön. Ich werfe einfach nach hinten. Hier, und weiterschieben. Ich hab nach hinten geworfen. Was denn, Trudel? Okay, ich reich rüber. Warum hast du denn überhaupt einen Helm auf, Junge? Ich gehöre jetzt auch noch nach hinten. Halt mir mal mit Trudel gefahren. Hau auf zu tanzen. Sag nach hinten damit. Oh Gott. Das war eine Porzellanwase. Ist mir doch egal. Ich schmeiß rüber, Young. Ja, ja. Ui. Ja. Wie viele sind da noch drinne? Ja, noch fünf. Okay, hier. Wir machen weiter damit. Wir haben hier noch fünf. Wir haben hier 20 Minuten lang eingelagert. Ausland geht immer schneller. Das stimmt. Okay. Ja, ob ich zunehm, das habe ich auch gemerkt. Direkt weiter damit. Hier kommt der Schwabe wenigstens mehr zum Sport. Oh, wow. Das bringt auch nichts mehr. Der Zug ist abgefahren. Habt es aber gelogen. Ah, gut machen sie das, Onkel. Kommt rüber. Und weiter damit. Ich mach viel Sport. Ja, da sieht man dir aber nie an, Junge. Ich esse ganz viel Ritter. Nimm jetzt. Achso. Das ist jetzt für Schokolade. Äh. Fangern sie. Ist doch das letzte Onkel. Kommt weiter damit. Hoppada. Wie immer noch fünf? Ja. Das wäre schon fertig. Sag mal. Hast du was gefunden, oder? Jony, kannst du nicht zählen, oder was? Der hat in seinem Bauchnabend noch was gefunden. Ui. Das ist auch dicker Klumpen. Ui. Dann werbe ich jetzt auch. Werfen ist besser. Ich mach mit Turbo. Der ist ja groß genug. Fuck, bitte. Ui. Sind wir fertig? Ich bin echt ganz in vollen Schweine. Mh. Guck, der hat Johnny Bier auf. Schnauze. Ich geh nix mehr. Da ist nix mehr. Ey, ich schieß aber weg. Wir werden keine Pfandflaschen weggeworfen. Oh oh. Oh oh. Ey, Jack, danke für deinen vollen Körpereinsatz. Oh oh. Oh oh. Der Jack wird gleich gejumpt, weil der nicht geholfen hat. Ah, ah. Ah. Ich hatte... Tag, Meister. Tufa hast du das gemacht, Schwabbel. Ich kenne. Boah, Drift King. Der Decay. Ui. Warte mal, war die Bar jetzt leer oder ist da noch was drin? Da war nur noch ein Gaming-Schuh drin, aber den hat sich der Dingsbild genommen, der Jack. Ich weiß auch nicht, wofür den den braucht, wenn der immer im Wald hängt. Er schädte sich da rein. Bei seinen Nachthälfen. Weil der zu Hause zählt. Ach, der baut dann quasi im Zelt seinen Rechner auf. Oh oh oh. Der ist alles gut gegangen. Bisschen Beyblatt gespielt. Boah, den Betonmischer können wir Cinemales machen. Ui. Da müssen wir aber erst mit LKW Cinemales kaufen gehen. Ich habe irgendwas krachen gehört. Ne, der war nix, alles gut. Ja, der war der dreckige Motorrad von Jack. Der kriegt eh nix mit. Ne. Der hängt noch an der Fluppe. Du musst dir doch deine Stütze wiedergeben. Wir kommen. Was ist mit Codys Laden? Ich habe genau gesehen, dass du gegen mein Motorrad treten hast. Müssen wir den auch rauskriegen? Aua, ich war das bloß. Versteck dich bloß. Was ist mit Codys Laden? Müssen wir noch irgendwas leer machen? Ne, da musst du nicht, glaube ich. Warst das jetzt oder müssen wir noch was leer machen? Na, aber du könntest immer die Zähne putzen. Ich weiß gar nicht, wie das geschrieben wird. Zahn. Tick-Tack. War nur Tick-Tack. Toll, und was machen wir jetzt? Im Kreis stehen. Im Kreis stehen. Lass mir da alles einrollen. Rufen wir den Codys an den Fakten. Wir sind so und so. Hat Codys dann auch 24 Stunden geöffnet? Ne. Hallo? Was geht ab, du Kaspernacken? Bist du denn so unfreundlich? Ähm, muss aus deinem Laden irgendwas ausgeräumt werden? Weil wir sind gerade hier am Machen. Aufgeräumt. Auf dem Zelt stand nix, ne? Auf dem kostenvollen Schlag. Lass mich doch mal schauen, genau. Aber ich mein nicht. Ne, da steht eigentlich nix drauf. Ja, dann guck nur mal. Ja, einen Moment. Ich muss den erstmal wiederfinden. Wir haben auf jeden Fall den Parkplatz hier gefakt und so. Ach ja, ihr seid voll die Fleißigen. Ja, das erzählen doch nicht alle, was sonst zu essen bei dir. Heißt das, ihr kommt gleich mit einer riesen Horde Leute hin. Daheim, die Tante hat sogar dein Fenster geputzt. Der schuhlt die Augen. Vor allem der Schwabbe ohne Tiefel. Da steht Grundausbau, Kernsanierung, Elektro, Toiletten, Möbel nach Wunsch, Außenfassade, Auslagen und Spesen, Schuhschuhschnöp. Da steht nix mit irgendwas ausräumen. Okay, dann ist da auch nix drin. Ja, perfekt. Dann bis gleich. Bis gleich, ciao. Wir kriegen alle kostenlos das erste Mal Koldi. Ui. Ui. Oh, das wird teuer, wenn Schwabbele was bestellt. Geht's mit der KW hin? Was hat mit der KW hin? Nur ich fahr mit Fahrrad. Hallo Jay, warum wird hier rumgespampt? Die sind alle müde, da kannst nix machen. Die haben teilweise fünf Streams gleichzeitig auf und übergucken sie. Ja komm, wir zählen durch. Eins. BD. Hallo? Mr. Bean. Da ist ganz viel Müll auf Ihren Autos, müssen wegfahren. Wir kriegen mal Koldi's Assassin. Okay. Oh. Ich bin heute nicht am Schimpfen. Der Chat ist hier einfach immer am Schlafen. Man weckt keine schlafenden Hunde. Was ist denn hier los? Jetzt nennt der uns Hunde. Wie, das Pokémon Opening gibt's immer noch? Ich dachte, das wäre nur so ein Tag gewesen. Wie, das ist ein Tag gewesen. Was ich? Was ich? Was ich? Was ich? Was ich? Was ich? Hallo Mr.Polizeipfrau, Mr.Pizzeimann, Mr.Pizzeimann. Ein wunderschön, was geht ab? Hi. Könnt ihr mal die Serena machen? Nur ganz kurz. Ui. Cool, oder? Äh. War die aus Mode geworden oder was? Wow. War die aus. War die aus. War die aus. War die aus. Ja, super. Mein Fahrrad ist auf dem Dach. Äh, König? Wieso ist dein Fahrrad da? Nein! Kannst du mir mal erklären, wie du das geschafft hast? Was denn? Mit dem Fahrrad gerade. Ich bin Demix-Profi. Ja, das habe ich gesehen. Damit es keine klaut. Das ist immer so. Aber ich vergesse mal die Kombination von meinem Schloss. Was problematisch. Achtsam. Ja, dafür nimmst du den Beutzelschneider mit oder so. Nein! Ja. 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 Aber das ist ein Verband. Das ist kein Verband. Doch. Natürlich ist das ein Verband. Amy! Das ist nochmal doch. Das ist heavy. Ich sehe da keinen Sinn hinter zu wechseln, weil Unity ist Liebe. Wie. Ah, hier geht doch viel besser. Wo war das? Wie. Oha, schicke Weste. Tagsam. Gott, ich habe Kunden akkurriert. Ja, es laufen wir jetzt von dem Önkel zur Stellung. Irgendwer was will zu essen. Mich nervt mich nicht. Achso, wenn ich essen will, ich will. Wie. Nimm ein Jahr die Menü, das ist gut. Das Kleid oder das Große? Nö. Ja, natürlich das Große. Ja, wir sind hungrig. Okay, warte. Das Große waren fünf Peach, zwei Pommes, vier Schoko, vier Blaubeer. Na, aus dem Peach kannst du mal Zitrone, bitte mal. Also bei mir Zitrone, bei mir Peach, bitte. Okay, dann Cheeseburger ohne Ananas. Vier Stück. Ja, ich finde Zitrone auch wilder als... Ach, du hast auch James. Ach komm, Ruhe, Digga. Ruhe, James. So, gut. Das habe ich denn auch. Weißt du, wen du brauchst mal hier, als der bei dir arbeitet? Keesburger Eddy. Ich habe Fritten, die sind knackiger als Titten. Ich habe ein Jahr die Menü im Großes. Das würde mich nerven. Äh, Zitrone natürlich. Was für eine Frage. Ach du Dreckiger. Wo ist Titten? Hey, warte! Ich hätte Cheeseburger mit Ananas, bitte. Warte! Hast du Keeper geholt? Ich hasse dich. Wo ist Titten? Wo ist Titten? Ich hasse dich. Ist okay, dann nehme ich nichts zu trinken. Dann trinke ich aus der Kritze. Oh, die Tante spuckt mir in den Mund. Oh, Alter. Oh, Mr. Bean, wir haben jetzt keinen Magneten am Arsch, ne? Ja, Icke. Ich will ja nichts sagen, aber... Ja, die Menü auch. Darf man keine Maske tragen, der Typ da vorne? Natürlich. Das ist ein Verband. Das ist ein Verband. Ach du Scheiße. Mr. Bean, wir mussten dir Telly schon Bilder. Ach du Scheiße. Ui, ich mache eure Hosen. Ich mache... Danke. Ich mache ihre auf. Danke. Wollen wir tauschen? Ne, das geht leider nicht. Schade. Warum nicht? Guter Versuch. Dienstanweisung. Ach so. Ja. Muss ja keiner wissen. Kollegen drehen sich um. Ach so. Ja, 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 klar. Das wird nicht ganz funktionieren, wenn ich das nächste Mal kontrolliere, dass er seine Dienstausrüstung vollständig dabei hat. Und ich finde raus, dass er seine Dienstausrüstung nicht dabei hat, dann gibt's von mir... Wo sind sie Chefe? Unter anderem. Bist du Praktikum recht, wenn du weißt Namen? Lass mich durch. Bin an. Ich bin tatsächlich Office 1. Ich habe auch Hunger, bitte. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ja. Bitanem. Pitch. Was ist unter dir, Praktikant? Du bist pitch. Was willst du? Gar nicht. Ich hätte gerne einen 5. Also bist du doch niemand. Ja, direkt Cody aus hier. Ich bin ja schon jackass, also davon abgesehen. 5 Sandwich Toonfish. Immer Leute, die mit dir einen Ragen treiben müssen. Das ist richtig. Genau. Wollen wir schreiben? Ich will auch arbeiten. Alles klar. Dann bewerben sie sich doch. Und Mr. Bean, was willst du essen? Klare Führungszeugnis. Das kann man bestimmt irgendwie arbeiten. Da kriege ich hin. Ich bin Werkstattabstattmeister. Raupen. Da will ein Raupen-Menü. Abstattmeister? Ja. Ich habe die rosa Abstepper. Ja, unten rechts, Bruder. Die rosa Abstepper? Ja. Alles klar. Und sonst noch was? Nein, danke. Und der Grund ist die Macht, Kollegen. Ich sage euch das. Ich habe mir alle nachgemacht. Ich war der Erste. Ich war der Erste. Er hat nämlich den Schwabelschlepper. Ja, ja, ja. So ist das. Wabbel? Ja. Wabbel? Wenn du mir nochmal in so was schreist. Ohne Wind. Nein. Du, ich habe... Nee, ich will jetzt bestellen. Vorsicht! Genau. Darf ich mal bitte durch? Teddy. Ja, denn Teddy weiß ich nicht, wo der ist. Ist der Bean. Ist der Bean. Du, das hilft mir auch nicht weiter. Ja? Hä, wo ist Teddy? Achso, geht das einfach? Wurzbach? Amy? Wo hast du von Mr. Bean in Teddy gelassen? Wo ist Teddy? Weiß ich nicht. Muss mal gucken, muss mal suchen. Hast du mich vielleicht unter Twitch gelassen? Da kann ich auch. Ja, siehste? Ja, ich weiß nicht. Wo ist Teddy? Ja, gut. Wo ist Teddy? Ich werde ebenfalls mal was bestellen. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Muss mal in deinem Auto gucken müssen. Ja. Aber such da mal schön. Nee, warte, warte, ich habe einen gefunden. Guck mal, ich habe Teddy gefunden. Ein Traum. Wo ist Teddy? Ja, da ist Teddy. Ja, da ist Teddy. Oh, Teddy. Ich habe Teddy. Ich habe Teddy. Da gibt's jemand eine vermissten Anzeige auf. Merken Sie das nicht? Der sucht seinen Teddy. Bearbeiten Sie doch bitte das Anliegen des Herrn. Ich habe Teddy. Ich habe Teddy. Ach, mein Gott, ja. Ich habe Teddy wieder auf. Ich habe Teddy wieder auf. Und dann ist die Kacke, wenn man das klientseitig gemoddet hat. Und jemand die Hose, die ich jetzt anhab, klientseitig trägt, aber kein langes T-Shirt dazu. Jetzt guckt euch gleich mal den Rucker an. Wo ist der? Da. Ich frage mich, warum ich den Teddy habe. Der Rucker ausdechnen. Ich habe Teddy. Ich habe Teddy. Wo ist Teddy? Wie heißt der Lange nochmal? Mr. Brain. Gegen, gegen. Ich frage mich. So, wer hat dein Essen bei dir? Das ist Teddy. Oh mein Teddy! Wo ist Teddy? 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 Und Schokomuffins? Boah, der Lange ist ganz schön voll, ne? Zitrone. Zitrone. Bitte sehr. Ich danke dich. So, wer hat noch ein Jahr dieses Menü? Ja, ich geh. So, dann kriegst du auch deine vier Blaubeer und deine vier Schokomuffins und schon mal deine Zitronen-Eistee. Top, top. Danke, danke. Sehr. Die Burger brauchen noch einen Moment. Ja, ja. Was ist mit meinem Eistee? Bei wem hast du bestellt? Bei dem... dem neuen da. Ja, bei Mike. Dann musst du auch Mike fragen. Aber ich bin von dir be- Wo ist Teddy, Cody? Du hast doch grad nen Teddy bekommen. Der ist schon wieder weggelaufen. Schweil, schweil. Ach, Beatty. Das ist Bean, nicht Beatty. Mr. Bean. Mr. Bean. 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 Ich weiß nicht. Ich glaub als krasser Gangster gefällst du mir manchmal besser. Was ist grad passiert? Das ist einfach nur asozial. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Das ist einfach asozial. Ja. Stell dir vor so einer Klotter im Hotel. Ich reite ganz nach Teddy rum. Dann kommt wieder jemand und sticht jemanden von sich selber ab. Was schon bei dem, merkst du schon bei dem Wald? Nein, ich bin doch da. Ja. Mhm. Du wirst doch vorher besetzen. Es ist gut aus. Ja. Als Getränk bitte einmal einen Kaffee. Genau. Und ich rühre noch einen Muffins am Nachtisch. Schoko oder Blaubeer? Mach mal Schoko. Schoko. Easy. Und der mit dem Kauberrutsch? Jo, ich nehm zwei Cheeseburger. Einmal Pommes. Zwei Cheese. Einmal Pommes. Dann zwei Cola und zwei Twinkies. Das ist das Kicker hier, Alter. Kann aber klein machen. Aber der Laden ist kaputt. Guck mal. Das geht ab, Edel. Jetzt auf mein Schuss. Jetzt auf mein Schuss. Ich hab das gerade, ich hab das gerade gesungen. Jüngste Kicker. Ja, ich hab das gerade gesungen, mein Jungs. Mein Herz ist frisch. Großteilig. Oh, ganz viel Schisse. Und so Meister, du wirst schon mal deine fünf PSD haben. Ja, bitte. Lübfen. So, da seh ich schon mal deine fünf PSD. Dankschön. Als Paar Neun? Das bin ich, bring ich gleich. Dankschön. Hallo. Oh, hallo. What's here? Tangsam. Hi. Grüße. Mach du schon mit der Geheimnis, da? Ja, wir reden über Schlagermusik. Willst du mithören? Wir reden über Schlagermusik. Nö. Okay. Mein Kürtis mag keine Musik. Stimmt, das ist lustig. Der Typ mit dem Kaubehut hat die gleiche Hose am Weg. Ah. Das sieht so dumm aus. Mr. Bean. Mr. Bean. Hast du Teddy gefunden? Teddy? Muss Teddy? Ja, nicht. Du hast doch gerade einen Teddy bekommen. Wo ist Teddy? Teddy Space. Ça va? Lüge. Also Französisch kann er auch nicht. Si. Das können sie ja noch so frei aus. Gracias. Nicht Spanisch? Nee. Portugiesisch? Nee. Binne. Das krieg ich nicht hin. Was? Nee. Was ist Grazias für eine Sprache? Griechisch. Grazias? Grazias? Na klar, es ist Griechisch. Nee. Okay. Spiechpa. Das ist amerikanisch. Können doch bestimmt Miss Sabine übersetzen, oder nicht? Na klar. Ja. Ja, dann. Es kommen noch Beleidigungen. Was? Spiech, 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 Spiech. Okay. Der hat gesagt, bitte ruf mich an meine Telefonnummer und andere seine Telefonnummer geben. Zufa, Zufa, Choret, Choret. Aber sie haben zweimal Tourette gesagt. Nein, Choret, Choret. Achso. Nichts Tourette. Jetzt zieh ich hier auf der Pause an. Geh mal auf. Was? Wo ist Teddy? Ja, wo ist Teddy? Können Sie nicht mal mit ihm bitte zur Growth-Anstelle gehen für den Teddy holen? Ich habe kein Geld für den Teddy. Ich bin mal... Ja, aber der hat doch bestimmt selbst ein bisschen Geld dafür, oder? Weiß nicht, Mr. Bean, haben Sie Geld? Bööö. Leider nicht, leider gar nicht, sagt er. Achso, das war alles in diesem einen Wort drin. Na klar. Ja, das Respekt. Da hast du gepresst. Was ist Teddy? Butzbach? Bootsbach ist der State Prison. Warum kann der eigentlich dieses... Offenbach. Ja, genau. Serny Shows. Pommes. Pommes. Ja. Gut, du hast die Pommes. Gibt's bei Cody. Teddy. Gut, du hast dies. Warum kann der dann, wo ist Teddy, auch ganz normal sprechen? Weil der es gelernt hat. Achso. Anwalt. Der ist nämlich Anwalt, genau. Miss Sabine ist Anwalt. Ja. Dann hätte ich gerne mal ihre Anwaltslizenz gesehen. Entschuldig. Okay, jetzt muss ich gucken. Ist hier kein Bürger. Genau, ist hier kein Bürger gegen ein... Teddy! Ja! Hier ist dein Teddy. Wo? Wo ist Teddy? Am liebsten würde ich hier... Teddy? Muss raus hier. Hey, warte! Die Streife ruft schon wieder. Ich weiß gar nicht, was die Frau hat. Da schreit doch gar nicht so laut. Wir haben das erst mal übrigens mit. Danke. Also, falls die zukünftig mal einen Anwalt brauchen, soweit Mr. Bean seine Lizenz erworben hat, der boxt das nicht so schön. Nein, nein, der muss erst nur eine Prüfung bestellen. Achso. Ja, dann drücke ich ihm die Daumen. Bei dem macht man so eine Sonderprüfung. Der muss nur Sachen ausmalen. Wenn der Prüfung wirklich bekommt... Ja, wollte gerade sagen. Der muss ja die Dreiecke in die Kreise kriegen oder so. Das ist ein richtiger Klauen. Aber der wird sich auf jeden Fall überall rauswachsen, weil der riecht ja keinen Bock auf ihn. Warte draußen. Ja, sehr gerne. Ja. Oh, Scheiße. Hallo, was ist denn hier los? Wow. Das ist eine Pommesbully, ist immer viel los. Wow. Wahnsinn. Aber ich rate euch nicht, die Mayonnaise zu essen. Was sollen wir nicht essen? Nicht die Mayo essen, die Sabrina schwanger geboren danach. Warum? Weiß ich nicht. Wär ist doch gut, Mensch. Einen Traum. Bitteschön. Einen Traum. Bitteschön. Einen Traum. Und die Rechnung sind 425 Dollar. Ja, machst du 10.000 Euro. So. Die Rechnung ist 450 Dollar, er hat noch 10.000 Euro. Dann krieg ich noch 5 Thunfisch von mir, ne? Ja, Tuna, Tuna. Einen Traum. Bitteschön. Danke dir. Ich dachte, sie können wir nach Nekern. Dann? So. Hier haben wir 5 Thunfisch. Und dann kriegt er mal 300 Dollar aus Rundfisch. Okay. Mach 200. Mach Stress. Also 500. Mr. Bean. Ja. Alles klar. Willst du was essen? Ich hab schon bestellt. Gut, Terry. So, dann einmal auf die Automaten drauf. Scheiße. Dankeschön. Yo, guten. Und wo ist jetzt der Mr. Bean? Der Polen. So, mischstabin. Bean. Du kriegst einmal das Raupen-Menü von mir. Taddle. So, dann kriegst du hier noch einmal einen Chicken Burger, eine Pommes, einen Twinkie, einen Peach-Eistee und einen Vanille-Shake. Ja. Und ich krieg von dir 100. Ich glaube, der holt ab. Ach, ist schon so weit? Achso, okay. So, dann einmal die Pommes, einen PCer und... Ja, kein Ding. Schubst nicht. Stopp. Bean passiert. Mr. Bean hat die Zeche geprallt. Dries. Oh, oh. Bean, Bean, Bean. coming. Batas. Freddy, wo bist du? Und, wo ist er? Leuchte es oben auf dem Dach. Ja. Das sieht so geil aus. Oder es kann dieuely mit unserem neuen Auto fahren? Ja, lassen wir's machen. Dr63. Der hat die Zeche gepellt, wenn der Typ sucht den, guck mal. Der hat da. So, Mr. Grüner Parker. Der klettert auf dem Dach. Das ist illegal. Ich stelle einfach dir die Rechnung aus. Ha, warum soll ich denn das zahlen? So, ich krieg einmal 5000 Toleros von dir. Hm, von wegen. Von wegen? Ich zahl das nicht. Beatty soll zahlen. Der Mr. Bean hat die Zeche gepellt. Hat Cody nicht gesagt... Hast du nicht mit Cody telefoniert und gesagt zu... Hey, was geht ab, Kollege? Sind wir heute kostenlos? Hey, Freunde, wie geht's? Ja, was geht, man? Turn the flag up. Grüße. Nee, Kollege. Oh, der sieht richtig schick aus mit der Flag, ne? Danke, danke, danke. Lass doch mal so, warten so kurz. Geht mal was essen. Nee. Nein, Moaikiki. Mach dich zurück in deinen Westsides. Deine Schnauze sind... ...kristallen. Von selbst. Ich komm gleich da raus. Komm doch, komm doch, komm doch. Wie steht ihr eigentlich so? Ja, komm doch. Mach schnell. Mach schnell. Mach schnell. Wenn du Eier hast, machst du das jetzt? Ejot. Es ist okay, Nina. Alles gleich, dann hau uns reinbauen. Hallo. Prisen. Mach schnell. Hey, mach Musik an. Jetzt. Jetzt. Hey. Hallo. Jetzt. Oh. Ey, warum sind da jetzt so viele? Das verstehe ich nicht. Stadtpark. Warte mal, warum seid ihr nicht mal denen unterwegs? Äh, äh, äh. Heute ist schönes Wetter. Ich hab Pause. Heute ist schönes Wetter, oder? Wie geht's hier? Eine Betriebspause. Hat der Hunger? Mit dir hast du gezahlt jetzt? Ja. Das war nie, hatte ich es. Aber die anderen, hatte ich es mir. Gibt's da Stress? Ja, die krank. Ich ruf mal Muttern an. Ja, wann sind denn die halt jetzt wieder so viele? Jetzt freu sich nicht. Auf. Flughafen. Ich werde mich dazu nicht äußern. Besser ist es. Ich bin neutral. Die Masse steht doch hier, Schwabbel. Boah, Alter. Ja, normal. Ja, Schwabbel hat halt bisschen Masse. Für Masse? Klasse zusammen. Was soll ich jetzt sagen? Ja, vor allem Schwabbel und ich stehen hier. Das ist ziemlich viel Masse. Ey, da ist ja Anne doch nicht. Enkel. Ja? Wenn sie mich zum Park fahren. Ja, also ich hab da eben nur zwei bekannte Gesichter im Auto gesehen. Jut. Was willst du im Park? Ah ja, Bubu machen. Warum? Weil ich müde bin. Guck mal, Tacho. Aber das ist ja 20 pro Zellen. Ja. Ja. Passt noch 20 Minuten. Dankeschön, wir schlafen. Nein, guten Nacht. Das ist aber seltsam. Was? Was? Was ist das? Was ist das? Ja, wo kommen die Leute? Wer sind die Leute auf einmal? Äh, hast du nicht gesehen, wer da im Auto saß? Blö. Ja, also ich hab mir sagen lassen, beziehungsweise ich hab's gehört, dass die von der 21 aus dem Pro jetzt Leute frei gekauft haben. Deswegen auch mehr Purple. Ja, der Ben wollte da ja mit rein. Ja, Ben und DK sind da. Und der DK, ja. Dann ist noch mein Cousin heute gekommen oder gestern. Ich weiß nicht. Entschuldige. Musst du mal das Skulli fragen? Also, das sind ein paar neue, glaub ich. Ja, was mit euch? Äh, ich bin, äh, ich hab mich, äh, ich hab mich, äh, ich wollte mich, äh, fest auf, äh, um die Shisha-Bar und um die Werkstatt kümmern. Und ich unterstütz mich. Mr. Bean, der hat voll noch danken Straßenhalter tätig geklaut. Guckt halt in die Hand. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Halt ge-tockert. Was ist denn schon mal in der Projektmappe los mit Sirene? Ich hör nix. Wie du hörst nix. Ich geh nix. Ich geh nix. Ich geh nix. Ne, du? Anscheinend schon. Ich geh nix. Du hast was getrunken. Hab du was getrunken? Hast du was getrunken? Ja. Ja. Hast du was getrunken? Ja. Ja. Was gegessen? Hm. Hm. Ja. Ja. Da wird den abstechen. Ja. Ich geh nix. Ja. Der hat Teddy geklaut. Ich geh nix. Ja. Ich geh nix. Ja. Ja. Ich geh nix. Ich geh nix. Ich weiß nicht, wo dein Teddy hieß. Ich finde den MB jetzt haut gar nicht so schlimm mit den Sirenen. Das hört sich halt so an, als würde hier überall was los sein. Auf sein Fahrrad und ist weg. Da geht ein Kick. Jetzt fährt er eben mit dem Fahrrad um. Ich glaube, der hat Angst. Jonathan, bist du schon mit dem Telefonieren? Bist du schon mit dem Telefonieren, Johnny? Weil du springst die ganze Zeit so rum. Ich weiß. Bist du auch mit dem Teddy? Bist du? Das ist unser Auto. Bitte? Achso, Max. Ja, hi. Was ist los? Nix. Hab mich gefragt, ob das unser Auto ist. Ja, das ist unser Auto. Hübsch, ne? Pass auf, drive-by, drive-by. Uuuuuh. Das ist... Ja, hübsch, ne? Ja, ich park kurz, ne? Ui, Memo. Sonntags, guck, er fällt einfach weiter. Er fällt einfach weiter. Er hat Augen zu, er hat nix gesehen. Er fällt einfach weiter. Ich mach, äh, Dings, ne? Park mal ein. Der hat vorne den SOB angefahren. Umfall gebaut und fällt einfach weiter. Ja, wir fahren weiter. Teddy. Boah, ich geh jetzt rein und gucken. Wo ist Teddy? Okay. Okay. Jetzt wissen wir, der Sound kommt. Ah. Oh. Jetzt... Du kannst nicht einfach so mit der Straße laufen. Klar, siehst du. Das ist gefährlich. Ja, nicht schlimm. Hallo, Keller. Auf geht. Ja, okay. Dann war's das. Okay. Halt mich. Komm, prob mal gut. Na, komm doch her. Was, komm doch her. Er hat kaputt im Chat, Junge, erst mal Dings, Backseat Gaming, Junge. Okay. Probe. Er hat kaputt im Chat, Junge. Er hat kaputt im Chat, Junge. Er hat kaputt im Chat. 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 Was machst du hier? Ich telefoniere gerade Ja, ja, ja Kohle Jacke Danke Die ist grün Ihr müsst ja nicht vor mir knien Alles in Ordnung Gefällt mir Ich fahre uns einmal weg Okay, tschüss Oh, wie hast du das? Entschuldigung Wie hast du das da runtergekriegt? Ich bin runtergefahren damit Ich steige nicht Jetzt langweilig Ja Ja, ja, ich weiß Ja, mach was Ja, lass uns das machen Hat doch die Unikon nicht auf? Er hatte gestern aufgehabt Toll Lass alle diese Lass mit dem Pounder rumfahren und sagen, wir sind Umzugsunternehmen Dann räumen wir irgendwelche Buden leer Oder wir kaufen Aspo und machen eigene Stockerrennen Anja, das geht auch nicht Ne, ich hab schon zu viele Autos Ja Das hat Probleme Gibt doch dieses Umweltschutzgesetz Mit den Abgasen Ja, die Plakette Brauchst du die gelbe Plakette Ja, ja Schönen Sie an, du hast ein Telefon Telefon Versuch mal Russland zu erreichen Mach ich gleich Ja, Mama? Mir ist langweilig Was macht ihr? Hier stehen zwei Cops am Park Ich schwöre, ich hab nix gemacht Was wollen die? Nein, die sind nur durchgefahren Was machst du? Wir stehen gerade einfach nur im Park und labern Wer denn? Äh, das ist der Fischer Der, der Logan und der Finn und ich Der Fischer? Ah Was für ein Fischer? Ja, der, der Polizeifischer Was will denn der? Aua Der ist hier durchgefahren Der hat gesagt, der kontrolliert Der macht Kontrolle Was machst du? Wir sind bei Cody's, aber ich fahr jetzt hier rum Was gibt's bei Cody's? Essen und tinken Gibt's da auch Pizza? Ich glaub schon Aber hier seid gar nicht im Park Doch, hier Bist du das mit dem Fahrrad? Naja, wer ist denn das? Hey, wie? Fährt einer mit Fahrrad? Ach so, Arsch doch Verarsch mich Da Fischer und Dingern Werden wir schon mit dem Fahrrad? Nein Die Kussbutter kenne ich doch von hier Das ist doch Herr Kusch Das ist gar nicht Herr Kusch Nein, der abnet jetzt Klar Ich hab dir neue Makeln Das ist der Pulchel noch Ja, die Beste sieht auch cool aus Wofür sind eigentlich die Spiegel Für die Spiegel? Oh, du hast auch eine schöne Tasche Danke Das ist ein grüner Spider-Man in Hulk-Form Was machen die hier schon, Bilder? Wir sind einfach nur langgefahren Bist du euch auch langweilig? Oh, ja, Papa Warte ich schon mal in so einem Betonmischer drinne Das macht voll Spaß, hinten drin zu sein, ne? Und da verstecken die halt Drogen drinne Hast du Cobra Kai geguckt? Ja, wurde die bewegende Fahler gefragt Ist das irgendwas cooles? Das ist eine Serie Ja, das lohnt sich, lohnt sich Drei Leute sind schon auf mich zugekommen heute Kennst du Karate Kid nicht? Nee, Mr. Mian doch Karate Kid Ja, genau Und davon gibt es jetzt eine Serie Ach, das ist doch scheiße Ist die neu? Was? Nein, die ist gut Weil die stehen heutzutage noch auf Karate K-ha-ha-ha-tee Aber die knattern doch alle nur noch Ist einfach K-ha-ha-ha-ha-ha-ha Kämpft doch keiner mehr im Rühre 30 Jahre Karate trainiert Fängt an, der Anne zieht eine Waffe und Bumptoast Irgendein Penner Ja Und ja, verkauft ihr jetzt wieder Drogen Wer sagt das denn? Weiß es nicht Wir befinden sich hier gerade in einem Gewerbegebiet Ja Mr. Bean wird angehalten Wo? Da vorne glaube ich An der Verwarschstelle Ihr müsst Mr. Bean helfen Der kann nicht reden Der sagt immer Teddy, weil er seinen Teddy sucht. Warte, ich gehe übersetzen, sonst nehmen die ihn auseinander. Ja, 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 schnell, schnell, schnell. Jetzt geht da nicht alle. Wenn ihr da ist alle hin. Warum sind die toll? Handjes! Hallo, ich bin der Übersetzer von Mr. Bean. Ich kann besetzen. Hört? Dankeschön. Auto. Der hat Auto gesagt. Na? Und sorry. So. Also, ist ja soweit alles in Ordnung. Haben sie auch Führerschein, Fahrzeugpapiere und so? Ja, hat er. Dankeschön. Bist du bei Ihnen? Bitteschön. Wo ist Teddy? Wo ist Teddy? Weiß ich nicht. Wo ist Teddy? Gut, dann ist das soweit alles in Ordnung. Das ist eine polizeitische Maßnahme. Ich bin dumm. Mit dir? Äh. Also besser ist das nächste Mal einfach, ne? Nicht über den Gehweg fahren unbedingt, ne? Ja, ja. Weil da am Seac-Lays ist oft ein bisschen was los. Äh. Und da ist dann die Gefahr halt, ne, dass man irgendwie Leute mitnehmen könnte oder so. Deswegen, beim nächsten Mal einfach ein bisschen mal aufpassen. Bäh. Nö hat er gesagt. Ansonsten ist alles gut. Na, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Bye-bye. Na ja, bis denn. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Bye. Have a great time. Schönen Abend noch. Hehehe. Jürgen, ich hab' Phaser-Funkgerät alles im Ohr, Digga. Hehehehe. 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 Vaksly, Huffly, Huffly. Wahch! Okay, das hab' ich noch nie gesehn. Basti hönhe. Kontole mit nem Fahrrad haste, wa? Ich bin noch BMX-Profi. Exh. Eben nicht. Auch, sind da schon wieder? Ah ne, da nicht. Aber ich musste aufhören, mein Kerl. War es so? Wird of geklaärt. Oha! Hübsche Westen. Danke. Danke! Hübsche Tasche! Boah, da steht da noch was drauf! Ja! Da steht denn da? Crime Task Force! Ui! Memo! Boah! Die ist so als nur grau! Das ist kein Hamburger, das ist ein Hotdog! Ui! 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 Hallo Mr. Bean! Oh, und die Marke von dem Herrn Fischer! Eieieieiei! Geil, ne? Ja, die sagt's geil viereckig, ne? Bean, lass es weg da! Teddy! Wo ist Teddy? Lass es sein, Mr. Bean! Da ist kein Teddy drin! Aufm Army Gelände ist im Moment ne Militärshow! Da fall ich nicht nochmal drauf rein! Wie nochmal? Ne, ich mein Bean! Vielleicht wieder zu dieser Militärshow hingegen! Achso! Okay, der hat's aber mitgebracht! Teddy! Wie ist das eigentlich, wie man da übers Mitglied? Wo ist Teddy? Wo ist Teddy? Ich hab erlaubnis bekommen! Kopf abgeschnitten! Wir haben die Knopfe aus dem Gesicht genommen! Das war ein Spaß! Keine Ahnung, wo dein Teddy ist! Lass den mal hier ran! Fischer mal mal auf! Ja, schlank die Scheibe ein, ne? Den nehmen wir gleich mit! Fürs Date! Ey, war abgeschlossen! Hallo! Wie geht das denn? Ach, hast den Knopf hochgezogen, natürlich! Der hat so kleine Kinderfinger! Was? Ey, ich will den nächsten Klamottenladen aufmachen! Der muss ich doch nicht! Oh Gott, was? Hier nach China telefonieren! Deine Hände reichen dafür! Wir haben einen Platz! Wow, das war ja voll rassistisch! Wieso rassistisch? Du willst einen Klamottenladen aufmachen? Nein, aber in China ist es halt billiger zu produzieren! Ich mach einen Klamottenladen! Outsourcing nennt man das! Machen lieber Türkei am besten! Türkei, nee, geht nicht! Kann man so einen auf Merch-Shop machen! We E back resembieren ihn zu wollen! Nimm das so einen... Wiend nicht! Wie cara rauskriegt! We E LAUGHTER Wo eine Wение! Bei mir wieder FIRST Drop! We E interpretieren ihn! Wendy, clip! Der ist so eine ries�� Chunde! Nicht! Wie Esch das! Woman! Wie Eschung! Wie Eschung! Wie Eschung! Ich Floch! Mystische Preet! Es geht an Brem normalmente, wie low! Eigentlich suchen wir ein Auto. Das ist so ein Kastenwagen, hat vorne ein Reifen, hinten zwei Reifen. Das ist so ein italienischer Pizzawagen. Vorne ein Reifen, hinten zwei Reifen. Ja, nicht so ganz ein bisschen größer. Und hat letztens ein paar Autos vom Parkplatz runtergeschoben. Was hat der? Autos vom Parkplatz runtergeschoben, weil der da parken wollte und hat Saftschaden verursacht. Weißt, woher das liegen könnte? Ich wollte ein Vergleich für Mr. Bean sein, aber ich verstehe den nicht. Ach ja, ihr seid doch alle Kulturbanausen. Vielleicht wollte der einfach ein paar Autos da weg haben, aber leider... Kennst du den Endgegner von Bean nicht? Ach so, oh mein Gott. Ach komm. Oh, da bist du wieder! Hallo, lassen Sie bitte das Auto heilen. Der hat das nur ausgeballt. Wo bist du? Dann jetzt schon wieder nach da oben. Komm da runter, Mr. Bean! Die Kache heißen Piaccio, ne? Der heißt nicht so. Ja. Boah, der ist ausgewichen. Der ist ein Ninja! Taddy! Komm. Ich geh auf unsere Seite noch mal weiter. Was machen wir auf eure Füße? Ja genau, mach meine neuen Schuhe nicht direkt. Ich guck dir die an. Oho, deine Schuhe sind wild. Machen wir Sirenen, bitte da! Aber länger! Hey, warte! Hey, warte! Boah, die coole Sirenen. Toll, jetzt stehen wir hier rum. Wir haben absolut keine Hobbys und keine Freunde, ne? Das Einzige, was wir machen können, ist kriminellen Scheiß und Sachen zu. Wer hat den Schlüssel für den Fister hier eigentlich? Was für den Fister? Ja, kannst du den mal wegfahren? Ich hab den grad hier hingestellt. Du Hure! Pack den mal hinten hin, weil der hat eigentlich keine Schlüssel für. Hä, warum nicht? Ja, weil du nie den Schlüssel weitergibst. Hä, bist du dumm? Du bist ne Arschloch. Ich hab 20 Schlüssel gemacht und zwei Stück sind weg. Ein Stück Scheiße, Digga. Gib's halt mal an deine Freundin aus dem Krankenhaus. Komm mal, Hurenboog. Du verpiss dich. Boah, ich hasse den. Können wir den bitte kaputthauen? Wen? Den John. Ja. Komm, wir hoppen den jetzt. Nein, mach nicht. Der heult dann rum. Nein, ist egal, wir gehen hoppen den jetzt. Alle dabei? Ja. Der rennt rum und lacht, du Mädchen. Hättest du auch? Komm, auf geht's. Da kriegst du einen. Alack, du. Ihr dumm. Puh, alle ne, weh. Stell'n Beinchen. Junge, was? Papi Wichser. Sag mal, Nixe. Hast verdient. Tönei. Arschloch. Hast verdient. Gebt nix für die Schüssel, weiter zu Wichser. Da ruhen sie sich aus, der Herr. Apfelpuff. Ja, wo du nicht gehörst. Wir verteilen ihr geschnittenes Kantholz. Nein. Doch. Brauchst du einen Krankenbangen oder rufst du dich neu? Finjumpen. Brauch'n Krankenbangen. Finjumpen. Du Wichser. Beim Essen. Oh. Oh. Warum prügeln die sich jetzt? Weiß nicht. Aber ich glaub' Finn gewinnt. Finn hat einen Schlag zuerst gehabt. Das war Wumfeld, hat gegessen. Ja. Da hast du dir vor der Hotdog in den Hals gerutscht. Hat jemand schon den Mediziner gerufen? Null, du brauch' keinen, sag'l der. Ich hoff' trotzdem mal. Aber hoff' trotzdem mal dann. Ja, 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 ja. Johnny Rockstar, dank' für den Primer im vierten, Bruder. Dreieinhalb Jahre. Mach weiter so. Dankeschön. Und Oceans, dankeschön für den Primer. Herzlich willkommen. Bambo, dank' für den WeSup im fünften. Pune Basti, dank' für den WeSup im sechsten. Aloha, dankeschön. Stufe drei sogar. Sonnenboomen, dankeschön. Final, dank' für den WeSup im dreißigsten. Raven, dankeschön für den WeSup im sechsten. Und Hefrausch, danke für den Prime im vierzehnten. Dann kommt noch Crisscross mit dem Prime im siebten, danke. Brönzle, danke für den WeSup im achtzehnten. Mein Zapp ist seit 18 Monaten, aber mach' mal tausend draus. 10.000 sogar. Nein! Wizard, dankeschön für den gifted Sub. Und die anderen, glaub' ich, hatten wir, oder? Chat seit der Mude, hallo? Ist mein Chat kaputt? Und da bist du wenig Chatter-Kreativität. Bula-Achim, das ist kein Spaß mehr. Ich hab' gesagt, dass hier einer angefahren wurde und hier liegt Gehirn und sowas. Kommt bestimmt jetzt schnell. Beste Leben, weil da nur klärenseitig ist, meine Motz. Ja! Wollen wir jeden einen? Du brauchst mich gar nichts angucken. Ich will mich nicht pugeln. Nein, nein. Jeder einen? Nein, der Verlierer, den verkloppen wir. Willst du dem einen reinhauen, oder solch? Ich mach' das. Ich bin feige. Ja. Zack, Fynn legt. Dei Mann! Jetzt, 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 jetzt! Jetzt, 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 jetzt! Ah, du Huren. Da liegste, Lutscher! Zugeschnittenes Kantholz! Wunnen sie sich aus, der Herr! Ich hab gesagt, hier wurde einer angefangen und ich... Du bist eine schattengefüllte Familie. Nee, das ist nixer. Brauchst du Krankenwagen? Ja. Was ist denn das? Äh, Medik schon verständigt? Was? Wer sind sie? Eine Dame, die hier zufällig gerade hergekommen ist. Okay? Wobaki? Hhm? Americanos Nikasolchi! Die Dame wollte helfen. Wollt die Kühlpäck bitte. Es sieht mir nach einer Schießerei aus. Ja, ja, klar. Nein, das ist kein Schießerei. Hier wurden Kanthölzer verteilt, auf Ecke geschnitten. Ja. Sie haben nur was in die Fresse bekommen. Wir haben alle drei rausgenockt, weil wir die Stärksten hier sind, im Junkpark. Aha. Aha, ist ein böses Wort. Aha. Mache das nicht. Warum lachen Sie? Da muss es zur Kirche. Sag mal, geht's dir gut, Samantha? Also Samantha heiße ich nicht. Wie heißen sie denn, die jungen Dame? Abigail. Ah, Abigail. Vom Dozer, die? Was? Nee, alles gut. Heißt du, Freund Dozer? Da ruht ihr euch aus, die Herrschaften. Ey. Wo steht der Foodtruck jetzt? Der ist fast über den drüber gefahren. Der steht in der Gasse da. Ja, hinter den Dings, hinter den Garagen. Das übrigens die Abigail. Ah, hallo Abigail. Dafür, dass ich gesagt habe, bin ich dabei. Warum sagen Sie nicht hallo? Rüchter. Das war die Beidemeister. Hallo, sind Sie noch unter uns? Ja, und ich stehe neben dir noch. Ach, wir haben die kurz weggeknallt. Die waren wieder frech. Hier, die Abigail hat alle drei umgehauen. Nein. Wenn die Polizei kommt, Abigail war's. Abigail? Was soll das? Ja, Abigail, warum hast denn die? Warte mal, Abigail. Das war mein Brüderchen. Soll ich dich jetzt auch umknäbeln? Ich bin unschuldig, unschuldig. Die kam ja einfach mit dem Baseballschläger und alle drei weggehauen. Bitte, was? Du hast kommt mein Bruder umgehauen. Ich bin unschuldig. Mach dich weg hier. Ich kann mich aufhalten, wo ich will. Was? Genau, sie kann sich aufhalten, wo sie will. Lass die Pfeuern nur. Ich verstehe die so schlecht. Ja, dann hör besser zu. Ich dachte, ich kann mich aufhalten, wo ich will. Genau. Ich glaube, die Abigail ist medizinpfeuern, ne? Ich war mal Medizinerin. Ja, warum machen sie dann keine erste Hilfe? Ich glaube, das habt ihr schon gemacht. Weißt das irgendwie so aus? Ja. Ja. Erst kloppst du dir um, dann hilfst du nicht. Ich hab die nicht umgekloppt. Du hast mich umgekloppt. Du hast mich umgekloppt. Wow. Abigail hat Bretter verteilt. Wenn ihr es glaubt, dann denke ich glaub das doch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Mach dich weg. Du fiesches Peter. Warum bist du so frech zu der? Kann ich mir sagen. Nö. Die hat mein Bruder schon umgehauen. Nein, hat die nicht. Ja. Hab die das gesagt? Ja. Glaubst du, dass die Frau alle drei umgeklatscht hat? Der nächste, der passiert hat? Ja. Ja. Von drei Leute. Abigail, lass dich nicht ärgern, der ist ein Idiot. Fahr einfach an dem vorbei und spuck. Wir sind ja auch schließlich im Junkiepark. Ja genau. Ich sag, lass dich nicht ärgern, der ist ein Idiot. Ja, wir sind ja auch schließlich im Junkiepark. Gehen wir aus. Das ist interessant. Fein, mein Bruder. Hallo. Musst du mitziehen maln? Hallo. Hey Curtis. Also ich glaub der Finn hat Zähne verloren. Ja, die mussten wir alle ziehen. Aber die sind ja schon faulig. Er hat gesagt, du bist ein Phantom. Die setzt gar nicht. Du bist Einbildung. Geh bitte auch mal direkt hinten ran zu. Er hat dir weh, dort haben wir die Salbe. Dankeschön. Und da vorne wegen Mr. Bean. Hast du schon mitbekommen, hier wurden zwei Hunde umgeknallt im Park. Der Hund? Ja. Und ne? Solange ich das nicht seh. Bin was? Ja. Wo soll ich jetzt nochmal umknattern? Der Mediziemann steht daneben. Warum warst du denn so frech zu deinem zukünftigen Jack? Zu wem? Spannst du doch bestimmt den Dose aus. Nein, dein Name. Nee, das passt nicht. Jacky Girl, passt nicht. Aber feck nicht. Aber sie macht den Jacky geil. Hallöchen. Sie macht was? Hast du dich wieder rasiert bei der Meiste, man sieht den Doppelkind? Ja. Du hast gar kein Kind, ne? Ja. Du willst doch kein Kind. Ja. Egal ob's da die Flanke sitzt. Immerhin hat er einen Hals. Hauptsache die Flanke hat ja eine Lösche. Oh, sonst noch jemand draus? Nein. Nein. Nein, alles gut. Okay. Dankeschön. 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 Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, am Stadtpark waren so viele Pops. Vollspanzer. Oh du ein Helikopter. Oh, lass ihn her, Jack. Lass ihn her. Oh, ich will auch gucken. Tönein. Warte mal, wollt ihr hin? Warte. Mach dich weg. Was? Halt dich schön aus, mach dich weg. Halt dich schön aus, mach dich weg. Halt dich immer um den Wohner getreten. Das haben wir vorhin schon mit dem Jack gemacht. Der lag direkt. Guck, da fährt der John hinterher mit seinem Twister, von dem man keinen Schlüssel hat. Ja, nachher wird wieder eine Perle von dem Pfarrer. Was ist denn jetzt los? Ja, die haben Spieß umgedreht. Pass auf, Jugula jetzt gleich ganz hinten. Da kommt der Panzer. Nee, das ist KK. Aber Kurt, was sagst du zu unserer neuen Fahrzeugaufstellung im Park? Cool, oder? Der sieht fancy aus. Bind geschnitten. So gut aus. Ja. Wo ist mein Stirling? Der steht dort vorne, oder nicht? Echt nicht? Was ist jetzt los? Was? Ist Batterie bei denen leer? War das jetzt ein Krankenwagen? Was soll das denn sein? Was? 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 Nee, vor ein paar Tagen. Oh. Warum hat man was nicht zurückgerufen gestern? Weiß nicht. Mach mich nicht an am Telefon. Ja, der lügt mich nicht an. Sag fünfmal. Mann hat dir gesagt, fünfmal. Sag ich kann dir nicht vertrauen. Verstehe nicht falsch. Ich vertraue dir nicht mehr hier. Lösch meine Nummer rückwärts lang. Wenn nur einmal diese iPhone klingelt da. Wenn ich nur diese Namen leh da. Die lege ich dich. Du lässt mich sitzen ohne Fahrkarte? Was riechst du? Rede nicht, wenn ich rede. Hör mir einfach nur zu, ihr Maniac. Lass mal eine Goribox bestellen von Savas recht. Ja bitte? Ich glaube, ich habe mich gerade verwirrt. Hast du Kontakte zu irgendeinem von den Jungs von Russland? Nee, gar nicht. Warum? Ich habe gar nichts gemacht. Ja. Lösch meine Nummer rückwärts. Ich rufe John an. Auf einmal gibt eine ganz fremde Person dran. Und sagt mir, lösch meine Nummer rückwärts. Ja, Salome und so. Was? Ruf mal John an. Schöne Gott. Oh. Jungs. Die Antennen. Die Antennen schwingen. Maus. Renn. Deine letzte Chance. Alles okay bei dir? Renn. Der Kurt meinte bei dir hat irgendjemand komisches am Telefon geredet. Achso. Wie? Hat er sich verwirrt oder hat er sich nicht verwirrt? Kann sein, dass du mich verwirrt hast. Oh. Hast du jetzt ernsthaft die Nummer gelöscht? Was? Äh, ich muss aufliegen. Da gibt das Telefon jemand komisch an. Der redet ganz, ganz tief. Ja. Ja. Ich hab mich voll erschrocken. Ich dachte so, hä? Wer ist denn das? Glücklich, ich hatte das Telefon. Hörte das? Boah, lass mal den Bienen voll in der Back schleppen. Dann labern die wir voll. Was denn? Warum? Vielleicht hat die ja Teddy. Oder vielleicht heißt sie Teddy. Oh. Ich glaub, Bienen versteckt sein Teddy mit Kamera bei der Frau. Kann auch sein. Oh, die Red Back? Der geht hinterher. Alle dort nicht. Was denn? Der Juri hat mich vor zwei Tagen angerufen. Hast du mit dem geredet? Der Architekt oder der Russland? Der... Heißt Russland auch, Juri? Ja. Ich mein den Architekten. Ja, mit dem hab ich heute schon gequatscht. Okay. Ich sag ehrlich, das war ne gute Kick, oder? Watt wo? Finn? Was? Finn? War ne gute Kick, sag ich, ne? Finn? Was? Finn? Pack den Schlagring weg. Ich hab mich gefickt. Du packst den Schlagring weg. Du... Wreckiges... Schwein. Ruf lieber nochmal die Morelle an. Los, 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 los. Ach so. Also der Russland ging nicht am Telefon und der John hat auch keinen Kontakt dahin. Aber ich könnte mal da hinfahren. Ey, hallo. Klingt aus wie die Tante, oder was? Ey, was ist hier mit mir jetzt los, hallo? Gandalf der Graue war hier. Alle gefesselt. Ist nicht stresst, der wird gern... Hallo? Ich fahr mal kurz zum Russland. Pass jetzt auf zu telefonieren. Dann komm mit mir. Kommst du mit, Bean? Bäh. Ok. Spare. Du, langsam. Berluft langsam. Du. Quatsch nicht. Lass den Blauen nehmen. Keine Ahnung, was das für ein Audi das war. Keine Ahnung, was das für ein Audi das war. Keine Ahnung, was das für ein Audi das war. Kommst du runter? Da liegt jemand im Ring. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hast du schon alles im Griff? Jaha. Okay. Jaha. Ach, das ist der Typ vom Bus. Das war eine Notlandung. Boah! Boah, was ist das denn für ein Auto? Ey, psst. Die denn hier drin? Ein paar. Boah. Ein paar Hammer-Mammas? Mamas-Hammas? Ist das hier so ein Underground-Club? Heimliche Partys verbotene machen die hier. Ohne Beschränkung. Hallo Belobo. Wer wohnt eigentlich jetzt hier unten? Bei dem Postamt? Vielleicht die nächste Idee. Was zum... Hä? Mal. Haben die den geflogen? Sind die... Haben die den... Haben die den einfach geflogen? Hä? Ist der Polizier mal drüber, wir müssen ein Helikopter da. Wo? Hinter uns. Hier, hinter euch. Da steht ein FLB-Helikopter. Uff. Und da sind... Da sind Leute dran, ne? Hallo, okay. Kannst du mal runter... Einfach hinter uns. Der ist runtergefallen. Der ist einfach runtergefallen. Und da vorne liegt der Pilot. Was macht ihr schon wieder her? Ach klar, dass ihr nicht weit weg seid. Hä? Hä? Genau, mit dir nichts zu tun. Wir haben Störsignale versendet. Laserpollet ins Auge. Ja, ja, ja. Top, top. Idiot. Fahr am besten rechts ran. Oder... Ja. Ja, komm doch, ja. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ja, das ist nett. Wir haben die einfach geklaut. Danke fürs Bescheid geben. Trish Plinderloon? Äh, ja, vom FIB. Ach, die haben doch hier kein Geld. Kann sein. Tschüss. 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 Hallo. Tschüss. 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 Tja. 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 Ansonsten. Die hassen jetzt da richtig in die Leute rein, die die angeschossen haben. Ach, weil das ist natürlich wichtiger, ne? Da kann man dann mal mit Emotionen dran gehen. Ja, der ist auch Kopf, ne? Der hat zwei verletzte Piloten, die mussten nur landen. Ja. Warum stehen wir eigentlich hier? Weil hier keine Reihe war. Ich warte auf Epic, gut. Hallo, Götz, was ist in Russland? Ja, der ist nicht da. Ist keiner bei denen da? Ich könnte hochfahren, zur Bergstadt. Hat einer diese Nummer von diesem Hardy? Ne, oder? Ed Hardy? Die Dings, Sabine, müsst ihr die Nummer haben. Dem Ossi? Oh, dem Tugum von Cube. Ich hab die Nummer, warte gleich, gibts sofort. Oh mein, was? Hi, was ist das? Ich hab mich voll erschrocken, ich dachte, was ist das denn jetzt? Ja, ja, ja. Äh, Mr. Borlust, JJ, KW, Was ist eigentlich mit Mamo, ist der tot? Kann ich den löschen mit meinem Handy, oder was mach ich mit dem? Nein. Ich hab den im Wald ausgesetzt. Du bist echt tot. Du warst mit dem Training. Ich hab dein Gehirnmast auf Boden gesehen. Dankeschön, vielen lieben Dank, Bruder. Äh, Tinge, Tange, Tinge, Dankeschön für den Prime Vierten. Genji hat man, da hab ich eh vergesst. Das ist ein Ziegen, Mann. Ich hab hier noch Well drin. Er ist Well? Vielen, vielen lieben Dank, Brudi. Die süße. Die Schwester von Kiki. Die süße Schippstüte. Oh, der Max hat auch einen bekommen. Was fragst du da? Ja. Ja, ihr müsst euch mal bedanken, ne? Oh, Filly. Ja. Die sind grad alle im Großeinsatz. Und die haben grad keine Zeit für Verwahrsteller. Kann du JJ auch machen? Ja, lass Shops machen, los. Mit 20.000 Leuten. Jeder nimmt einen. Lass den Kopf an der Verwahrsteller. Ja, und der Ali ist grad außer Dienst. Nee, nicht schon wieder. Die wurden grad schon angeschossen. Ja, ich weiß. Ja, lass da einfach alle einschießen. Wo kommt der denn her? Der. Der. Das hat Young-Holter zu erfinden von dem Baum gesprungen. Ja. Warum fährst du weg? Das ist mein Oldo. Komm sofort. Ja, dann war's gut. Ah, genau. Boah, das wäre Killer-Banuris, ich heute malen würde. Also Russland-Unterarchitekt. Wegen dem Hotel-Dum-Spiritus. Soll ich den Juri anrufen? Der hat mich angerufen vor zwei Tagen. Ich fragte, was er wollte. Warum hast du ihn gestern nicht so rufen? Ich wollte mit dir sprechen, was sonst? Ich hatte gestern wieder Probleme mit meinem Schloss. Musst du erst wieder jemanden kommen lassen. Du hattest gestern Probleme mit dem Schlafrhythmus. Du hast eher ein Problem mit dem Fahrzeugschein, Junge. David hat er immer Probleme. Warte, man ist ja nicht gestern um 10 Uhr pennen gegangen, um zwei Bilder aufgewacht. Ja. Und hat den ganzen Tag durchgemacht. Ey, was geht ab, Juri? Du hast angerufen vor zwei Tagen. Perfekt, ich weiß dann nicht mehr warum. Achso, der Curtis, der hatte vorhin irgendwas erwähnt, der wartet auf einen Rückruf von dir wegen Dingern. Soll ich ihm irgendwas sagen? Ah, okay. War gut. Ohne Pol, die sich nun nicht gemeldet. Alles klar. Bis dann, tschü. Hat noch keinen erreicht da. Boah, ich bin fuchsen, wie ich gemacht habe. Den Trouble und so haben wir gerade auch getroffen. Echt? Wo war der? Das ist aber komisch. Die waren auch bei diesem FAB-Helikopter. Das ist aber komisch. Der Ries fährt mit neun Leuten rum und Trouble und so sind dann Codeys gewesen mit uns. Soll ich den Ries mal anrufen? Der Ries hat zwei neue Leute von den Hustlern genommen. Okay. Der Ries hat doch gesagt, der wird auf Werkstatt konzentrieren und Shisha-Packen. Achso. Wir haben, äh, wie heißt das? Aber die haben nicht mal miteinander gequatscht. Vielleicht. Süß-Sauersoße im Spiel. Also ich hasse dich auch für das, ne? Ich hasse dich auch. Oh. Ja, dieses Junges A ruft an. Junges A. Guten Abend, Töte. Humo. Gut und selber. Ja. Wollt ihr das Tinker-Pattchen? Okay, ich muss kurz beiseite. Habt Geheimnis am Telefon. Ich will das, ey. Du wolltest mal haben, die Nummer haben, ne? Ja, wenn du die Hustlern kannst, du den auch anrufen. Nö. Warum nicht? Weil ich den mal beleidigt hab am Telefon. Dass er mich wahrscheinlich irgendwie eingespeichert hat als Bastard. Ich hab den mal gedroht. Glaubt, das ist nicht der Einzige, oder? Ja. Schreib auf, Curtis. Aber wo? Der böse Mann hier, in der Stadt. 946. Bartel. 5, 5, 5. 946. 5, 9, 8. Ja. 2. Ja. 4. Oh, der ist nur da. Hi. Fuck, wo? Der hat mich weggedrückt. Was ist denn das für ein Bichser? Komm, wir gehen brettern. Wo? Keine Ahnung. Okay, ich merke, wie ich langsam Muskelkater vom Tragen bekomme. Ich nehm jetzt eine heiße Wanne. Ja, vielleicht hab ich voll. Müsste, bin ich alle verlassen und. Tade. Genau. Keiner hat Bock. Krieg da immer gegen mein Bike, ne? Warum liegst du denn da so? Der steht. Ich kann froh sein, dass ich keinen Taser dabei habe. Wir werden jetzt unten. Guck mal, der telefoniert nur. Die da hinten haben keinen Bock auf uns. Nein, die haben ein Geheimnis. Wir brauchen neue Freunde. Tade. Ich fand immer Freunde. Achtung, das Geheimnis, bitte zurücktreten. Warum gucken sie so? Der Da Vinci kriegt nix. Der ist ja gemein. Ja, ja. Heute ist, heute ist entspannt. Heute ist ruhig. Bist du wieder auf andere Leute warten. Pixel, vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen in Kurdistan. Der Rindamt war nun vorbei. Wie den Sammeln nur Freunde suchen? Okay, du brichtest auch nicht mehr mit mir. Okay. Was machen Sachen? Mir ist langweilig. Ich fahre jetzt rum. Fahre jetzt rum? Komm, fahre jetzt rum. Warum? Wir nehmen uns an den gelben Schlitten. Gelben Schlitten, ja. Oder sind wir mit deinem Auto fahren? Ja. Danke, bitte, bitte, danke. Gerne. Dankeschön für den Recept. Hast du schon den Müll weggebracht auf deinem Auto? Wie schnell fährt das Teil, überhaupt 30? Das ist ziemlich eng hier. Hallo? Hallo? Ist nicht da? Ja. Fuck. Puder. Why? Es gibt nichts ab. Absolute Resident Sleeper-Content gerade. Oh, you have to be mad. Oh, you have to be mad. Oh. Oh. selbst siegeln nur noch Plan 6, danke für den Primestop im 13. Merci und Boris, JJ oder JJ, Unity sonst gibt es aufs Haar, oh mein Gott vielen lieben Dank, Brody, I don't know keine Ahnung warum ich verdient habe jetzt gerade, JJ, Dankeschön für den Gift der dann dort putze, aber vielen, vielen lieben Dank Ich habe Mr. Beane mitgebracht Wollt ihr auch mit nach Brutzbach? Hallo? 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 Göttis? Ja? Keiner hat Lust mal dann zu quatscheln Ich glaube die mögen Mr. Beane nicht Hallo? Ja! Ah, jetzt! Mr. Beane? Ja! Hallo! Hallo! Hallo? Ja, Teams wie kackt wieder ab Woher haben sie das? Was? Woher haben sie das? Was? Das Auto? Gekauft! Wo? In Putzbach! Im Laden! In Putzbach! Hallo? Was ist hier los? Wunder vom Auto! Hör, warte mal, ist das nicht Skrulli? Ne Schwobel? Aber schickes Auto Taddy! Ey nicht Bruder, ich gebe dir mal hier der Aktenkoffer her Ab geht Warum redet denn keiner mit uns? Hallo. Hallo, was machst du hier? Hallo. Ich chill hier. Was denn? Was geht denn hier ab? Das schreit die ganze Zeit hier hallo. Hallo? It's only game. Teddy. Mr Bean. Die haben mir den Aktenkoffer geklaut. Klatsch die weg, Junge. Wow. Aktenkoffer. Der liegt doch da oben noch. Schnapper, welches Emoji hab ich denn geklaut? Fuck die Scheiße. Fucker joo. Ja du, Junge. Ne, mit dir boxe ich mich nicht. Das ist scheiße. Nein. Ich hab Rücken. Ui. Warnschuss. Hey. Hallo. Was zum Teufel geht hier ab? Hallo, hält auf damit. Ist das ja auch nur drinne? Mach doch, mach doch. Oh mein Gott. Daui. 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 Du Hund! Hab ich nicht. Ja, mach fertig, da wünsche ich, dann hau ich da rein. Was ist doch das denn? Fass, Mr. Bean, fass! Boah, Junge! Piepst immer nur. Boah! Boah! Was passiert da? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht, gar nichts. Nur eine Biergeschwunkel, eine Bier. Ich glaub, Pillenbox ist nicht. Hat Lutscher, Junge. Gibt keinen dran. Gab's ne Schießerei? Weiß nicht, irgendwas mit Copper. Ah ja, hab ich auch gehört. Extra nicht. Was? Na, Ibo, bitte. Hab ich nicht. Hab ich eigentlich nicht. Hände hoch, ich guck nach. Warum, warum mach... Was? Hallo? Wer hat denn? Habt ihr hier nur gechillt? Ja? Ja? Wir wussten uns was... Ja, ja, wir haben nur gechilltiert. Was, Junge? Wir haben nur gechillt. Ja, ja, ich wollte was sagen, aber ich hab'n wieder gelassen. Lassen Sie mich, ich hab'n leptischen Anfall, wie er heißt. Jetzt geht's nicht. Ich wollte... Ich wollte... Oh, Junge, ey! Was hast du gesagt? Der ist kurz in der Wohnung verschwunden, ne? Jetzt geht der aufs Maul. Jaja, der hat Angst. Behalte hier, nicht bewegen! Jo. Das ist ein Glavioschi. Los, Mr. Bean, hauen weg! Nicht viel, heute ist es sehr ruhig, und ich habe keine Ahnung, was die gerade abgeht. Ui! Ach, Haku, der bist du, JJ? Wie gesagt, danke. Und, Jay, dankeschön für den Gifted-HT. Und, Schnapper, ich lade den Kuss lieber bei der Twitch-Show für dich. Was ist hier los? Oh, hier wird der noch geboxt. Es gibt eine Randale hier. Darf ich Schmidt boxen? Nee. Warum boxen sie sich? Weil der hat einer Mr. Bean sein Teddy geklaut. Oh, nicht gut. Aber Cody, von Young oder von Schwabbel kannst du abziehen. Ja, ja, aber dann sollen sie sich prügeln, dann ruf ich die nochmal an, dann sollen sie im Laden vorbeikommen. Soll ich nicht rüberfahren, Cody? Nee, passt schön, ist ja nicht weit. Alles klar. Ich danke dir, ne? Ich steh doch. Ciao, ciao, ciao. Dabei durch, danke. Ui. What? Ui. Hä? Da ruhen sie sich aus, der Herr. Das liegt ja auch da hinten. Taddy. Gar nix mach ich. Taddy. Brauchst ein Krankenwagen? Ja. Hallo. Aufstehen. Ja, ich bin ein Krankenwagen. Nein. Lass mich in Ruhe. Au, du netter Mensch. Dann red doch. Ich hab dich nur angestopft mit dem Kohl. Da geht keiner drinnen. Bei Paleto auch nicht. Warum nicht? Weiß ich doch nicht. Mann, das tut weh. Ja, was machen wir jetzt? Sie ruhen sich aus, der Herr. Ich will mich nicht ausruhen. Dann schliere auf. Nee. Da liegt's unter Lutscher. Das junge Stück A. Was? Warum liegen sie denn? Was sind Lutschers? Der hat nix drauf außer Zahnbelag. Ich will Anna Kusinger. Nee. Ist das deine Freundin? Nein. Nein. Doch, du hast doch von dir erzählt. Ich hab keine Freundin. Ja, du wirst doch niemals deine haben. Guck dich an. Du hast Miele. Du bist kein Königmaterial. Du hast Miele. Die hat ne Beidensee, die ist zu Hause. Was hat die? Ne Beidensee, angewachsene Fußnagel. Boah, geil. Leckst du den ab? Ja, bist du bescheuert? Das wird langsam ekelhaft. Ich geh mit Hackenschere. Seitenschneider von Ovi. Pass auf. Ich glaub, das haben die, ich glaub, die haben dieselbe Größe. Ich bin mir nicht sicher. Das freut mich, das freut mich. Ich hab grad geblutet. Ich hab grad geblutet. Am Kopf. Auch, auch, auch. Bitte, kasse dich. Das ist Mr. Bean. Du kannst ja nicht erkennen, denn du machst gar nichts. Das ist Mr. Bean. Du kannst ja nicht erkennen, denn du machst gar nichts. Warum? Wird schon immer mal so'n Schlüsselanhänger. Aber der John macht ja keinen. Jetzt werd ich angerufen, Alter. Jetzt werd ich angerufen, Top. Na geh doch dran. Ey. Meine Arme sind zu kurz. Ich hab den in der untersten Hosentasche. Hey John. Wann fängst du doch mal an zu pushen? Ja, du sollm was verkaufen. Teddy. Teddy fragt mich. Teddy. Ich hab grad zwei Leute bei Hassler gebotst. Äh, 21, ja. 21 Hassler? Ja, Teddy. Ja. Wo ist der Schlüsselanhänger? Was machst du? Die sind cool Leute, ne? Ja, die sind nett. Teddy. Ja, auch. Bindung. Dann können wir gleich zusammen ins Klang. Du bist bei Mr. Bean seine Karre. Komm gleich. Kannst du züglich Familie aus der Karre rausziehen. Warum ist das ein Viersitzer? 18 Leute. Ist das ein Viersitzer? Nee. Nee. Du setzt dich oben drauf. Oben hab ich genug. Mach mal einen Koffer. Wenn du dich da oben draufsetzt, wenn du hier fahren, fliegst du auf jeden Fall bis nach Vegas. Ja. Vor allen Dingen, wenn du da heile ankommst, ey. Boah, ich glaub, weiß nicht nicht, dass dich Kinder erschrecken, wenn die hier vorbeilaufen. Warte ich schon mal ein paar Müllsecke und tu die auf drauf. Nein, dann siehst du aus ne Leiche. Halt die Klappe, wir tarn dich nur ein bisschen. Ach so. Schwarzer dicker Müllsack. Boah, Junge, du hast guck nach deinem Fuß, Alter. Ja. Da ist nur Joghurt. Du brauchst einen Geld, der zu dir passt. Aha. Ich glaub, da war noch Huhnchen drin. Oh ja, ich krieg jetzt, Alter. Ich krieg jetzt. Boah. Junge, war Schwabbel hier essen, oder was? Bäh. 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 Du hast dir doch schon wieder hier einen angelächelt. Bäh. 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 Ich hab... Nee, dann siehst du später irgendwann. Aber... Ich weiß noch damals hier so. Als ich angefangen hab mit dem Kriminellen, im Scheiß, saß ich da vorne mit dem Knochen. Und mit Juni. Und die haben was von Big Business erzählt. Und Drogenhandeln und so. Ja, und dann sind sie einfach Fickern. Und jetzt haben wir ein Hotel geklaut, ja. Bäh. 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 Weil der ruht sich nur aus, der Herr. Bäh. Ja. Vielleicht liegste. Nein. Ich dachte schon. Nein, bitte. Du bist ja schon wieder. Du bist ja schon wieder auf die Beine. Nein. Nein. Jetzt habt ihr eine glückliche Zeit zu zweit. Ich kann man nicht so sein. Ruh dich noch besser ein bisschen aus. Schwabbel, ich wollte angerufen. Aber ich musste... Ruf mal zurück Schwabbel. Von wem musst du angerufen? Weiß ich nicht. Ich wollte auch angerufen von der Finden. Ich musste dir ne wichtige Info geben Das ist voll süß wie hier ein Ding zusammen Das ist ja noch Zeit für die Infos Vielleicht liegst du da nehm, Jung Guck mal, dass die auch nix machen, ne? Was sollen die nun machen? Achso, das gehört ja gar nicht zu sehen So einer Seitengasse, Mann Wer ist der denn jetzt? Die müssen ein bisschen Angst haben, abgezogen zu werden von uns Was macht denn Momik an? Hilfe! Das letzte Mal, wo ich jemanden abgezogen hab, kam 5-0 Stimmt schon ein Knall, ne? Da musste ich wegfällen Da hat sie gleich Kanthölzer geschnitten werden Fett Kommt eigentlich mehr nix? Geht keine doll ne? Wir müssen denn hinfahren Ach, Gottes Willen Paleto geht keiner Doch, Paleto kommt Das wurde angerufen Wurde angerufen? Ja, Paleto kommt da, ja Da kann ich ja noch 2-3 Leute unboxen Boah, ich hör's nicht, ne? Verpiss dich Steh du mir mal auf, meine Kelln Ich krieg dich gleich, Kollege Ich lass euch mal hier liegen, ne? Ja, danke Ja, deine Boxer schaut hoch Ihr könnt euch ja miteinander unterhalten Ja, ja Passt auf, keine Bohlen gibt ja Murilen am Popo Oh ne, dann jucke Einfach Respekt Schelle gegeben Wie die da liegen Aber Projects fühl ich auch, hab ich aber noch nie beschwert Aber das riecht wild hier Wo ist denn eigentlich der Bean? Boah Wo ist denn der Mr. Bean? Hey Ja, wo bist du? Bei den Losern hier Was? Bei den Losern, die liegen Ach so Ich habe die da liegen lassen Ich habe die da liegen lassen Ja, ich auch Komm her, ja Der ist selber Saphirn hier geguckt bei dem langweilig ist ich glaube mediziner kommt schuss driver schlaf gut und viel spaß auf arbeit und vier das sind ihren kutschen auszeit hat mir echt gut getan ja ja schon wieder mit anfang aber mila ist krank zu hause habe nichts zum kuscheln bin ganz allein auf der street mit bis zu bieten doch zwei war die versuchung die mediziner sind gleich da buchen sie sich besser nur was aus der her buchen sie sich besser nur was was soll da bist du bescheuert verdient junge das war nicht extra ich kann kein fahrer fahren ach man hat der medic nicht verfahren oder was ist mit dem ich glaube da kommen keine doch da war jemand ich hab ihn gehört du hörst die nix sein sie ruhig ruhen sie sich aus du rufst dich gleich in dem bildhorn aus da pass ich kein schreien warum bin so hübsch wer hat schon wieder angerufen merkst du das für handy bübel in deinen hose ja was sind wir eigentlich schon bei den taser ich hab den immer noch niemand kontrolliert und die koppers haben dich vorhin nicht kontrolliert ich hab mir stabil gesagt da haben die angefangen zu lachen und dann wusste ich schon dann komm ich auf ja wieder raus mal schwabe wie lange willst du eigentlich noch da rumliegen freu dich nicht ein paar ja 5 minuten 30 sekunden also eine halbe stunde auszeit wird das schon gut tun nee tatsächlich nicht natürlich geht es nicht so um aber warum fährt denn der nicke überhaupt mit meinem fahrrad rum warum nicke lol den heißt der du ja weiß ich noch was gibts nach zu lachen weißt du worauf die stehen verdient er nicht verdient bist du bescheuert hätte das bei mir gemacht bist du bescheuert ja aber der taser war auch ein bisschen höher als mittel eingestellt der taser ist niedrigste stupe der rtb ist umgekippt nicht schon wieder vdm is fire is fire mann nein 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 hast du ein glück du Mistvieh alter nein 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 ich glaube der hat den wischt ich hoffe dass du das Ding runtergestellt ne das ist niedrigste stupe das hat schon ein bisschen gezwirbelt hör auf damit hör auf das zwirbelt schon ein bisschen ja das ist ja auch ein taser das soll ja auch zwiebeln boah oh also wäre ich jetzt superninterne würde ich jetzt f11 drücken und selber machen aber geht nicht ja dann kommt mit der mediziner jetzt brauche ich auch Hilfe wo ist denn der johnny jetzt eigentlich jetzt ja wo ist johnny ich glaube den hast uns jedenseits geprüft das war nicht achso das war nicht achso das war nicht das war nicht der 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 Von wem? Von den Friendly Runners. Oh mein Goooooooott. Ey, warum? Weiß ich nicht. Beat ist kranke, Mann. Schießt Baller mit dem Taser. Geh direkt mal wieder ans Auto. Besser ist, glaub ich. Könnt ihr bitte... Nein, James, kannst du bitte aussteigen? Warum? Lass mir noch ein bisschen Zeit, so ne Minute. Nee, du willst mich gleich unboxen. Binne! Alles gut. Dann legst du nicht wieder hin. Nein, nein, ich will nicht. Du sollst mir kurz helfen. Oh Jay, wieder am reinen Triggern hier. Slammer, Dankeschön für den Prime-Supplen. Herzlich willkommen. Habibuck. Der ist doch abgehoben, Jürgen. Voll am reinen Triggern hier, Alter. Ist mit dir. Hallo. Sitte des Wahnsinns. Der hat euch umgeboxt. Einer von denen hier vorne. Ja. Genau der. Achso, Teddy oder was? Kuber. Oder Mr. Bean. Beil gefühlt. Teddy hat der Kickflip gegeben. Wann kommt eine Krankenbahn? Ich glaub gar nicht. Hallo John! Ich hab'n Fahrrad abgeschlossen. Will da aufsteigen? Will da aufsteigen? Will da aufsteigen? Der Kick, Junge. Was macht der? Der hat mich zweimal angefahren. Hör ich nur die ganzen Sirenen oder ja? Ich hör'n die auch. Ich glaub da war aber ne Knotterei vorhin, wo ich vorne war. Hey, ich war beruht dich an der Matte. Ich hab'n Spaß. Ich lieg' schon. Ich lieg' schon. Tschüss! Mach' los! Hör mal, der kann froh sein, dass ich hinterher rennen. Der wird sofort wieder nieder sein. Ach, Mann. Sonic. Guck mal jetzt wieder wegrennen. Guck mal jetzt. Unseren Cousin. Ja, ne? Was macht die Frauenwelt? Ja, ja. Muss, muss. Was denn? Hast du ne Perle? Nee. Warst du nicht mit dieser Pfeil zusammen? Nein. Mit der Kentra. Von der Bombe. Von der Bombe? Ja. Echt jetzt? Ja. Stopp. Ja. Warum bist du denn nicht mit der zusammen? Ähm, Meinungsverschiedenheiten. Oder wurde unterbunden? Nee, nee. Das ist die große Menge hier. Ich hoffe, ich mich mal so unterbinden lasse. Ja, du bist schon ziemlich der Lutscher. Ehrlich? Beim Boxenjahren. Ich werde mir jetzt hier zu 99 Prozent... Blablabla blablabla blablabla. Blablabla blablabla blablabla. Da hat ich aber was auf die Zunge. Das war's. Hau rein, HT. Malzeit. Gumo. Wer liegt hier noch? Hallo. Ah, wie geht's hier? Ja, ne? Ne? Ja, der RTW, der zu ich kommen wollte, der ist leider gegen eine Laterne gefahren und umgekippt. Du bist so ein Vogel, Alter. Ehrlich? Ja, der steht bei Codys. Hä? Was? Das meine ich ernst? Ja, der liegt auf einem leisen und umgekippten RTW. Ich hab gefragt, ob man irgendwie helfen kann. Und bin losgefahren und hab geschrien. Gegen Dummheit kann man eh nicht helfen. Das ist aber frech. Ja, James hatte auch Gewissensbisse. Dafür sollte man ihn verprügeln. Lässt du auf dem Weg gehen oder nicht? Oder liegt der flach? Der ist umgekippt mit seinem RTW. Boah. Kann ja laufen. Ja. Hättest du auch einfach weiterfahren können. 2-3 Kühlpacks werden schon nicht so schwer sein. Hallo? Hallo? Wo ist Teddy? Ich weiß nicht. Sag mal bitte. Was? Nein. Bistabin, lass mich zum Krankenhaus fahren. Teddy. Ich muss meinen Vater... Hau rein, Cousin, ne? Ja, ja. Bist gleich im Krankenhaus. Gleich. Oh. Mann. Was ist da drin, Kurtis? Fetchki. So, ja. Haben wir bei Unicorn geklaut. Wow. Boah, das ballert ja richtig rein. Das ist sehr, sehr gut. Ja, ja. Czertes Müde. Czertes Müde. Czertes Müde. Bartels ein Tinkerbetscher. Lägen, die Diener, da. Die kriegst du nicht wach, die sind immer müde. Jetzt erst mal drei Stunden, Warte zu machen. Oder lass eine Palette fahren. Puh, weißt du, wie lange wir brauchen, bis wir da sind? Egal. Das geht voll ab, das Ding. Ja. Hi. Tade. Hallo. So, nach Butzbach. Bitte? Kommen Sie mit, die Dame, nach Butzbach. Nee, danke. Offenbach. Nein. Frankfurt am Main. Ihr der zweite von uns war in einem Kampfsportverein. Ah, ja. Michael? Bei der Hamadi, ja. Bei Gott, keiner hat Bock auf uns. Ich war auf alle Zeit. Oui, wir Mullen. Halt das, du Mediziner. Oh, der Fuck. Ach du. Ich glaube, der hat anderes zu tun. Jetzt gerade, mit dem bin ich ja hier. Oh. Fertner. Dann gehe ich wieder zu, Kollegen. Jo. Ja. Was ist da mit der Kollegin? Kann die laufen ein bisschen? Ich denke schon. Können Sie mal zur Seite stützen? Ja. Das wäre super, danke. Ja. Viel Spaß euch noch, ne? Danke, dir auch. Teddy. Tschüss, Mu. Danke. Ciao. Servus. Mr. Bean. Alter, hat er ein Launch-Auto? Alter. Alter. Teddy. Outland. Warte mal. Teddy. Das ist Mr. Bean, glaube ich. Mr. Bean, du schwarz. Aber der Beifahrer, ich finde den interessanter, den Beifahrer. Das ist Teddy. Der sieht nämlich aus wie Teddy. Teddy. Die Hasse haben Mr. Bean gesucht. Mr. Bean. Boah, was der gesagt hat. Ja. Fasel-Mund. Böschen, Musa. Er hat so meine Mutter eine ganze Faust im Mund. Warum sagt er sowas? Warum sagt er sowas? Kindheitstraube. Hey, lass mal aufs Auto klettern. Das ist nämlich voll witzig. Und hinsetzen mit Klappstuhl. Und dann sagen die, wir sind die Missgeburt. Das haben wir lieber ein Pidav-Stechen bei uns. Opfergaben bringen. Die Vorsicht. Paleto, oder hier? Da war ein Spiel los, ne? Ui, brr. Der Fenster ist kaputt, kaputt rauskotzen. Oh, knapp. Das war knapp. Teddy. Möchten Sie uns auch? Mr. Bean kalkuliert das. Aha. Mr. Bean. Aber die haben halt alle schlechte Laune hier. Ufa, crap. Was? Tagsam. Freddy. Ich hab Aua. Ja. Einmal mir... Weinen Sie? Ähm, nein. Nicht mehr. Haben Sie geweint? Augen zu? Warum? Egal. Für Hunde, für... Aber wo haben Sie Aua? Zehntausend mal ich deinen Mann platt. Wo haben Sie Aua? Also, am Kopf. Ich glaub, das Blut hat auch gerade ein bisschen geblutet. Ich hab nämlich einen auf den Dots bekommen. Hm? Auf Nöts. Und da ist Mr. Bean. Nein. Mhm. Sie klingen sehr traurig. Darf ich Sie in den Armen nehmen? Okay. Gerne. Gerne? Okay. Kommen Sie. Sehr lieb von Ihnen. Freddy. Nicht traurig sein. Sie dürfen mir jetzt den Ausweis zeigen, bitte. Ja, bitte. Geh mal weg, Mr. Bean. Ja, bitte. Hallo. Das ist mein Cousin. Das ist Ihr Cousin, ja? Ja, der ist auch verletzt. Sie sind sehr lustig. Dankeschön. Dann nimm ich Sie auch gleich noch mal am Arm, ne? Komm her. Das Schwabbel. Schwabbel. Schnuckeputz. Ich bin Schnuckeputz. Okay. Wenn ich nicht vergeben würde, würde ich mir eine Nummer geben lassen. Okay. Bitte, Kashi. Was haben Sie? Bist du Bean? Was hast du, Dunko? Auch Aue im Gesicht. Jungs, ihr müsst mit mir reden. Hättet. Ja, Mr. Bean wurde auch geschlagen am Kopf. Ja, der hat auch Aue im Gesicht, ja. Im Gesicht. Aber jetzt erst mal Byron Takashi. Der hat auch Schläge im Gesicht. Das sehen Sie doch. Guck mal, wie deformiert er. Nein, ich gucke so auf mein Handy. Okay, und der Nächste, bitte? Ja, du brauchst meinen Ausweis, ne? Bitte. Okay. Was geht denn? Was können wir für euch tun? Ich bin dein Patient. Patient? Ja. Wir stehen für eine Priage-Karte. Ich nicht, aber trotzdem bin ich dein Patient. Du machst Bogen. Ja, setzen Sie sich erst mal bitte hin. Er ist täglich. Bei Ihnen auch super. Kommen wir schon im Badezimmer. Wenn Sie ins Badezimmer möchten. Frau Engels gleiches Haar. Aha. Sie können mir gerne folgen, ja? Ich soll ihm... Okay, ich folge Ihnen überlehen. Leit still? Leit still. Leit still. Komm, wir gehen im Badezimmer. Hey. Moin. Moin. Tragsam. Servus. Auf Dona zu gehen. Oder Marie. Lauf, Mr. Bean. Wenn ich mich auf Veterinär spezialisiert habe. Das ist hier aber gar nicht das Badezimmer. Nein, ein Wartezimmer. Das Badezimmer. Ich dachte, sie wolle ins Badezimmer. Das hätten wir getrieben. Ich bin noch kein Stinker. Boxt mich nie wieder. Stop hier. Aber das werde ich dann mit Marc zusammen machen. Könnt ihr mal die Getränke aus dem Getränkeautomaten? Ja, in Ruhe. Danke. Was für Getränke? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sitze ich jetzt. Die Bänke kommt Platz daran. Warum hatten die geweint? Frust du mich? Ruf Leit still an und fragt nach. Wie du du petst, dass Mila ich es im Arm genommen habe. Zum Trösten. Nachrichten lösen. Ich schreibe dir nämlich gerade, dass du im Kino bist. Was für einen Smiley schickt meine Mädchen immer? Das, wo sie aber aus dem Urk kommt. Ich mache mal den Affe mit dem Handtongesicht. Oder den schwarzen Mond. Machen wir mit mit den Fingern. Ja, du schreibst doch nicht mit Mädchen. Ja, auch. Du kennst nämlich gar keine Mädchen. Doch. Die Jutta zum Beispiel. Komm, wir gehen rüber. Komm, wir gehen rüber. Mach doch mal Platz, Mann. Ist dir mein Bein zu fett, oder was? Ey, Curtis, hauch mal den Young an. Hauch du den mal an. Ich brauch den gerade. Wo sind die anderen, Julen? Was weiß ich denn? Wen meinst du? Ja, ein paar. Willi, Finn und Max zum Beispiel. Mit irgendeinem reden. Ich weiß nicht, mit wem. Und die anderen weiß ich nicht. Ich glaube, irgendein krieg ich schlafen. Jek auch. Boah, das ist ein ganz komischer Tag. Ganz ruhig. Macht mich immer nervös. Wird immer hibberlich. Aber egal, ob er sich cool aus. Ja, stimmt. Ja, ja. War gut. Hör auf, die hinzuholen. Zu locken. Boah, ja, Bütze. Nein, ich mag die nicht. Mann, labert keinen Scheiß. Jeder von euch will die Handy nochmal klar machen. Was? Vor allem du, John. Ich hab die Handy nochmal schon, aber ich will die am liebsten nicht. John rennt allem hinterher, was ein Schacken wirft. Voll die große Fresse hier im Kölnhaus. Moment mal. Ja, richtig. Der Name ist gut. Der kommt wieder von mir. Ja, leider. Leider hatte ich die Idee nicht vor dir. Aber, ja, danke für die Idee. Wir haben heute ein Dummes. Ein bisschen, ja. Hallo. Hallo, Entschuldigung. Das ist mein Mann. Ich bin ja beschäftigt. Wer hat es gesagt? Ascher. Die, die mir den Teddy geschenkt hat. Warum schmeißt du den weg? Damit ich sagen kann, wo ist Teddy? Ja, Schwabe. Hi. Ja? Wo ist Schwabe? Weil die Hüse noch holen. Oder wieder? Okay. Oh, du. Alles klärchen. Okay. Was? Ich bin im Krankenhaus. Ja. Ja, mit beiden. Als wären das deine Söhne. Ja. Ja, ja, mit beiden. Mutti und Niklein. Ähm. Mr. Bean. Oh. Ja. Ich glaube, die machen da was im Hinterzimmer. Du spielst mir nicht ganz sicher. Ich höre das auch, ne? Ein ganz stumpfes Stöhnen. Was geht denn da schon mit der Apeln? Das ist so, Jukbaldi. Ja, jo. Denk halt auf. Also, ich habe mal gehört, dass hier auf jeden Fall schon mal im Nebenzimmer einer, ne? Boah, bitte. Halt die Klappe. Ich wollte sowas nicht hören. Am Unicorn hat eigentlich schon gereicht. Ehrlich? Ja, hier wurde schon auf dem Knochen umgekaut. Geil. Warte, von dem Pfiffli-Sixi-Typ? Nee, nee. Nee, 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 nee. Von der 52. Auf dem hätten bestimmt ein paar keine Runde gehabt. 600 Erz-Rendierung. Keiner behandelt uns. Die machen Pause alle, ja. Tag, komm, Junkie-Bite. Ja, bezahlt, dass Junkie-Privatpraxis aufmacht. Wir machen einfach alles auf und alles andere zu. Ja. Ja, auf jeden Fall genug zu tun, Alter. Boah, ich hab Bock auf'n Tinge-Päckchen. Was für ne Sorte. Boah, Krebsfut. Ey, 50.000 wäre der Typ, der da hinten telefoniert, umwichst. Hast du überhaupt 50.000? Mhm. Direkt hinten in dem Auto. Können euch gehören. Der, der dem umwichst. Alter, wo viel Stress zu machen, die Toten? Herr Takashi. Teddy. Viel Spaß, Doktor. Viel Spaß. Wo haben sie Schmerzen? Schmerzen, 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 Schmerzen. Ich bin nicht gemein heute. Ist gar nicht schon passiert. Ich hab ein bisschen Kopfschmerz schon in den letzten Jahren. Ja, ist geil. Ich pack mich ein bisschen ab. Er tut weh, wenn ich auf dem Monituck gucke. Hi. Schickes Outfit. Danke. Aui. Ich glaub, der merkt mir nicht mehr, weil der andere nicht so gut drauf ist. Aber ist nix schlimm. Morgen ist neuer Tag. Das sind Lückenfüllerfolgen hier. Für das Hollywood-RP. Die letzte ist verboten. Die Frau begleitet dich, glaub ich. Wofür brauch ich denn eine Frau? Da geht's nur nachschminken. Ja, das machen doch Frauen immer gern zusammen, oder? Nein, eigentlich wartet immer einer, weil die andere einem abseilen ist. Oh. Geil. Hält dir die Tür zu? Ja. Und die Haare. Oh, du hattest die Maske, Junge. Ich bin schon wieder weggeschmissen. Ach, du V-Mann-Junge. Tür ist auf. Draußen ist die Hoover, ne? Äh, äh, die, äh, wie heißen die? Hab ich ja schon den ganzen Tag nicht nur gesagt. Weiß ich nicht. Wer denn? Ah, die Streetfellers. Warte, wie? Streetfellers. Okay. Wir haben 50 Millionen Jahre, und ich muss mein Geld abheben. Alles ist besser als Yardies. Warum mobst du mich jetzt? Weiß nicht. Na, der Huckabobild. What the fuck? War blöd, ey, Kurb kassiert. Ja. Ich bin so stolz auf dich. Willst du nochmal liegen? Nein. Das sind die Picheln, dass er jetzt auch nicht hat. Das ist auch Zeit. Alles gut. Ich glaub, der Kuss war feucht. Der war richtig feucht. War das ein Kuss? Ja. Du kriegst gleich ein Sauerstoffgerät, Junge. Bei den ganzen Grills, den du auf Instagram folgst, hast du aber so bitter nötig. Da hast du auf jeden Fall abends immer schon Ababung, wenn du dein Handy aufs Leidest. Der Herr da Vinci. Ui. Komm, du läufst ja noch ein bisschen sauer, die Wange runter. Du bist ja nur neidig, Junge. Was ist neidig? Die hat mich heute angerufen. Du bist ja nur neidig. Du neidiger Clown. Hast du aber schon mal eine vollen Dinge abgeschwabelt? Ich? Ja, warum? Warst du mit der Fade zusammen? Nein. Wie bist du mit dem Rätmann zusammen? War die nicht voll mit dem Abo? Ruhe. Bist du doch ein Wichser, Alter. Wieso machst du denn so ein Schöner? Wie kann man denn so... Woher der Hass? Ich trage doch nur... Das ist Curtis. Als ich mit Meal of Moonschilder war, Picknick, so, hab ich, glaube ich, Abo in die gewinnt. Ich enthalte mich zu. Ich interessiere mich für meine Mitmenschen. Ja, ich... Was ist denn das jetzt hier? Äh... Moment mal. Du sitzt auf der Armlehne, oder? Ist bequem. Und Jan steht einfach seit halbe Stunde da, hat sich nicht einmal bewegt. Hä? Ja, klar. Ja, ich müsste mich auch jetzt... Ach, was ist denn jetzt hier los, ey? Ach, ey, wo ist denn Finn? Hallo? Geh nix Ruhe. Ihr seid heute böse. Ihr seid müde. Ja. Wie geht's dir? Ihr seid böse. Ihr klaut ständig Tinkerpättchen. Bist du noch ein bisschen schwer? Naja. Kein ist nicht Schwabbel. Ist trotzdem fertig. Warum nennt man den überhaupt Schwabbel? Weil er fertig ist. Der ist sogar nix dick. Doch. Hä? Der hat Body-Bee-Einschlag gemalt. Ja, aber von innen. Ne, der ist dick. Boah, ich hasse das Medic-RP, ne? Wo sind die denn alle? Da standen nur gerade fünf Ärzte hinter mir. Ich hab erlaubt, du hast gar nicht den Schlüssel zu meinem Kühlschrank. Wo ist denn jetzt der Moorin gerade? Ähm. Glaub ich wurde zu schwer. Ich schwör bei Gott, ne? Hier könntest du verbluten. Ich könnte ne Kugel immer haben und vor Schmerzen schreien. Ich müsste trotzdem noch warten, glaub ich. Ja, dann wird er dann zu dir kommen und sagen, so halten sie mal die Schnauze. Ja, das ist die Kibble-Team, sonst kriegst du auch ausverwohlt. Hatte ich letztens. Da saß ich eineinhalb Stunden hier mit ner Schussrunde. Hab ihn nachher gefragt, was ist denn los hier? Ja, sie stehen noch gar nicht auf der Liste drauf. Boah. Ah, chillig. Hallo, Digga. Boah. Dann muss ich nochmal ne halbe Stunde warten, bis ich dran war. Nein, Jay ist nicht die neue Herrscherin. Ich klau mir mein Fett. Um Glück bist du wieder fit. Ja. Ja, Schuss ging in die Kette. In die Fliege. Happy Birthday, Eindhoven. Du hast heute nichts verpasst. Heute ist noch gar nichts passiert. Es ist ein komplett toter Tag. Guten Tag. Assalamualaikum, Habui. Servus. Wer ist der Nächste in der Liste hier? Ich hoffe, dass ich das bin. Kusch. Das bin ich. Hier sind viele Kusch. Nein, das ist ja mein Freund. Das ist der beste Doktor hier. Ich habe eine Fresse bekommen. Moment. Wo ist Schwabin? Herr Takashi? T. Das ist der hier. Mr. B. Ja, ich weiß. Wir haben mich ja gerade handelt. Die anderen Flickparteien sind hier noch, ja? T. Alle. Okay. Dann werde ich, also der Nächste, der jetzt mitkommt, Herr Kusch, das sind Sie. Dem werde ich als erstes die Leviten lesen. Okay. Warum? Ich habe nichts gemacht. Ja, 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 ja. Mitkommen. Ich habe gesagt, alle haben mich geschlagen. Was geht ab? Ja, da brauchen Sie gar nicht Ihre Hände so anlegen. Jetzt gibt es gleich einen Einlauf. Der hat nämlich gerade schon gesagt. Ich habe dem erzählt, dass alle mich geschlagen haben. Das stimmt aber. Wenn mir jetzt jeder von euch erzählt, dass alle gegen ihn waren und alle ihn geschlagen haben, dann ist natürlich auch ein bisschen unglaubwürdig, ne? Nein, 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 nein. Also, er hat erzählt, er war der Erste und ihm glaube ich natürlich auch als allererstes, dass er von euch geschlagen wurde. Das stimmt so. Hallo Ascha. Was machst du, Heiratsvon Tag? Oh mein Gott. Oh, bitte rauskommt. Okay. Dieser Ascha ist eine komische Ärztin. Deine Kollegin. So, Herr Kusch. Also, es ist natürlich höchst unfair, einen, der alleine ist, gegen viele zu schlagen. Ich habe nicht geschlagen. Deswegen kriegen Sie auch kein Teddypflaster, weil das Teddypflaster ist schon rausgegangen. Bitte einmal hinsetzen und dann erzählen Sie mir mal, was bei Ihnen passiert ist. Und dann höre ich Ihnen aufzu. Als ich dazwischen gehen wollte, als Sie sich gepügelt haben, habe ich auch einen abbekommen. Ach so, Sie wollten nur dazwischen gehen. Na klar, ich bin Streitschlechter. Ach so, das ist natürlich ehrenhaft. Dann waren Sie ja fast der Ritter in der Not. Der edle Ritter. Genau. Meine Rüstung, die glänzt. Aber auch bei Ihnen sehe ich hier eine kleine Platzwunde an der Stirn und ein Hämatom. Ja, das hat so geblutet. Und ein Hämatom am Thorax. Was ist ein Thorax? Ist das nicht ein Anzug? Thorax ist da oben, ist der Brustkorb. Haben Sie aber ganz schön den edlen Ritter gespielt. Gut. Da Sie ja schon so oft hier waren. Wie ist die Behandlung für ein Hämatom? Ähm, Kühlpäck. Nein. Wie immer. Nein? Schusswunde ist immer Kühlpäck. Nein. Ein Hämatom, ein Bluterguss behandeln wir mit einer Heparinsalbe. Hinter die Ohren schreiben. Heparin. Bald werde ich Angst. Ja, ist nicht wahr, oder? Ist das hier eine Elektroschockwunde? Ja, stimmt. Genau, Mr. Bean hat mich mit... Aber der war ganz niedlich eingestellt. Haben Sie die Dinger gesehen? Waren die noch in meinem Körper drin, oder? Ja, nein. Die Rückstände davon nicht, aber das ist ein typischer... Ähm... Der hat mich nämlich im Anschluss damit, oder? Okay, dann gibt's jetzt einen Heparin-Verband. Ui, Memo. Sie sind der beste Arzt hier in dem ganzen Schubben. Ja, das sagen Sie zu jedem. Null, das stimmt nicht. Und... Diese Asche zum Beispiel, die ist schlecht. Ich werde mich nicht an Ihren bösartigen Unterstellungen beteiligen. Das ist kein richtiger Ärzte. Und ich will halten jetzt... Ich hab die Kiffensillen im Club. Jetzt verrutscht da der Verband gleich wieder. Okay. Ja. So. Teddy-Pflaster ist schon weg. Delfin-Pflaster hab ich noch. Eigentlich wolltest du mir letztens dein Indianer Ehrenwort geben. Warst auch du, ne? Ja, ich hab doch nichts getan. Mhm. Hat aber auch einen Tag nur gehalten. Ja. Aber meinen beiden gibt's wieder besser. Mhm. Kannst du schon mit dem Fahrrad fahren? Nein. Bitte nicht schon wieder. Dein Fahrrad fahren kenn ich. Was soll das denn heißen? Ich fahr voll gut. Mhm. Ich mach Flick-Tack-Oberdack. Ja, ich bin auch hier so... Ja, ja, ja. So. Pass auf, jetzt desinfizier ich wieder. Pass auf. Halt dich fest. Ui. Ja. Schade, dass Sie kein Psycholole sind. Bei Ihnen würde ich gerne Therapie machen. Mhm. Weil ich hab traumatische Belastungssturren. So, Platz vorne an der Stirn. Wie gesagt, du kriegst das Delfin-Pflaster. Nee, eigentlich müsstest du ja das Ritter-Pflaster kriegen. Hier ist doch das weiße Pferd. Weißes Pferd ist ja wieder Ritter. Du bist doch heldenhaft dazwischen gegangen. Das stimmt. So, also du kriegst das weiße Pferd-Pflasterchen. Okay. Bitteschön. Ist das mit dem Hengst? So, dann sind wir auch schon fertig. Bis auf was, Herr Kusch? Bis auf die Rechnung. Richtig. Und wenn ich die nicht angesprochen hätte, hätten Sie mich vielleicht ohne gehen lassen. Aber da ich ein absoluter Hornerman bin, zahle ich das. Ich muss jetzt mal rausrechnen, wie viel. Hornerman ist Englisch für Ehrenmann. Was? Hornerman ist Englisch für Ehrenmann. Im Ernst? Und was heißt dann Strontzo? Ähm. Was? Was ist ein Strontzo? Ja, dann finden Sie es mal raus. Nee, das ist doch bestimmt so ein Punk. Dafür krieg ich ja bestimmt ein Fressekornbilder. Ich weiß nicht. Mal schauen. So. Salbe für die... Wie hieß die Salbe, die wir bei Ihnen verwandt haben? Hm. Hepatitis C-Salbe. Heparin. Heparin. Genau. Und Wundreinigung. Desinfiziert habe ich auch noch. Stimmt. Und ich bin Neungestellter. Und da lasse ich das jetzt berechnen. Oh, 1100 glatt. Ja. Können Sie das bezahlen? Na klar. Ich bin Multimillinder. Sie auch? Na Mensch. Ich mach Beschärfste. Das schaffst du sowieso. Was schaffe ich? Donke auch. So. Dann werden wir fertig. Bekommen Sie eigentlich das Geld? Oder es kann noch? Ich bekomme einfach gar nichts. Nein. Aber ich bekomme auch Geld, ja. Aber mir geht es überhaupt nicht um Geld, weil wir sind ja Multimillionäre und da interessiert uns ja Geld nicht mehr. Sie sind auch Multimillionär? Ja klar. Sie nicht? Habe ich doch gesagt. Sie sind doch beide. Erpressen Sie auch Geld von Gangs? Von Gangs? Nein. Von Gangs kriege ich kein Geld. Ich kriege ja hier vom Staat Geld. Der Staat ist aber die größte Gang. Dann kriege ich auch von der Gang Geld Geld. Sind Sie noch so ein krasserer OG als ich? Ach, Sie sind noch OG sogar. Klar bin ich im Obergeschoss. Ach so. Ich befähige neunsten verrückten Leute, die auf meinen Befehl alles kurz zum Klang kloppen. Oh, da muss ich mich ja in Acht nehmen. Dann kriege ich ein bisschen Angst. Nein, Sie sind mein Freund. Ich bin ein Medic. Einfach nur ein Medic. Und mein Freund. Okay, Herr Kusch, dann fühle ich mich geehrt. Und wenn Sie mal einen Gefallen brauchen, kommen Sie zu mir zum Jungepark. Wenn jemand Ihre Freundin oder so anspricht, mit einem Mädchen Süß oder so, dann fahren wir da hin und dann verteilen Bretter. Dann gehe ich schon alleine dazwischen. Da habe ich schon alleine. Und hast du denn jetzt so eine Gang gehört und auch nur ganz viele Leute hinter sich hat? Dann sage ich der Gang meine Meinung. Das habe ich auch schon bei den Maxis einmal gemacht. Und dann kriegst du 20 Stiche. Das waren zwei Messerstiche, ja. Das stimmt. Das ist dann eben so. Ich halte nichts von Gewalt, Sir. Genau, Gewalt ist das für dumme. Ich finde, ja. Ich mache auch lieber Daumen-Caption. Okay, dann sind wir hier fertig. 1100 habe ich gerade eingetragen. Jawolle. Verband. Platzwohnung. Und mit, was war das? Pferdchenpflaster. Ich schreibe nämlich jetzt das auch so rein. Pferdchenpflaster. Mal gucken. Irgendwann kriege ich bestimmt einen Anschluss dafür. Pferdchenpflaster. Pferdchenpflaster. Okay, fertig. Gut, Herr Kusch, dann sind wir fertig. Dankeschön, Mr. Milch. Sieh mal. Einfach Pär. Pär? Pär. Ja, Pär. Ich muss das ja eintragen. Was? Nicht rumschreien hier. Hab nicht geschrien. Willst du dich nicht noch anziehen? Aber ich... Nö. Bitte, schreib mich nie wieder so, ja. Ich zieh mich gleich an, wenn's rechte. Musst du meinen Hose hochziehen. Mir ist das völlig egal. So, wie ist der Brustkorb nochmal? Torso. Nee, ja, das ist der ganze Körper. Thorax. Thoraxo. Weißt du, wie der Rücken heißt? Der Rücken, weißt du, wie der heißt? Ähm... Ja, genau. Rücken. Nee, Dorsum. 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 Okay. Also dann, achso, welchen Schwur kommst, machen wir heute, dass du heute nicht wieder hier aufschlägst? Welchen Schwur kann man machen? Weiß nicht. Kleiner Fingerschur. Kleiner, mittlerer, kurzer Fingerschur. Heiliges Indianer-Ehrenwort. Was gibt's noch? Ich kann Valla Berkwani sagen. Valla... Okay, das kann ich nicht aufgeregt. Valla Berkwani. Okay. Okay. Lass dich nicht anquatschen, Thorsox. Ach nee, sind schon alle versorgt. Alle fertig, glaub ich, ja. Hey, Körse, ich dachte, du wärst schon immer gelaufen. Dankeschön, Herr Medic. Muss mich anpassen. Hast du einen Einlauf bekommen? Nur, der hat mir nix zu essen gegeben. Gut, alles klar, komm, wir gehen. Ich muss in die Apotheke. Auch. Hast du Ibus? Ja, Schmerztabillette. Hast du welche? Ich glaub, ich hab noch welche. Dankeschön. Bitte, bitte. Schatzfrau, Medizinfrau, nicht so traurig sein, okay? Ja. Ich schließe dich in meine Gebete ein. Danke schön. In Schall wird alles wieder gut. Ich find, das ist der beste Medic, Alter. Der redet so richtig auf einen hier, äh, hinunter so. Der nimmt dich überhaupt gar nicht ernst. Aber der macht das auf ne Art, dass er das so eigentlich nicht checkt. Mach ne Bixkarra auf! Was machen wir? Weiß nicht, was soll man machen? Oh, das ist ein Mädchen. Hallo! Okay, dich! Keine Bucke wurden. Wir haben einfach keine Freunde. Ich dachte immer, so ein Auto wäre ein Frauenmagnet. Aus dem trinke ich zu Hause. Ich muss genau nix ab, von vorne. Komm, geh dann einfach da hin. Was machst du, Junge? Bist du soffen? Spargel! Ja, der ist verrückt. Ja, der war gerade vor uns gewesen. Irgendwie Würfelparks rum. Was für ne Vergrößerung? Na, Würfelparks rum. Also, Würfelpark, der war, ach egal, der war vor uns gewesen. Wir sind am Würfelpark. Ja, wir sind gerade nicht mehr. Wir sind gerade auf Weg zum Kanal. Was für ein Kanal? Da, Hausdings hier. Kanal unten. Okay, warum? Ja, weil wir das Haus ausbauen. Achso. Wir haben Termin. Aber ich hab Dings hier noch nicht erreicht, wegen Hotel und so. Ja, super. Heute ist eben Scheiß-Tag. Nee, mir liegt eine tote Taube auf dem Wohnen oder so. Ja, bist du ja Würfelpark oder Würfelpark? Ja, haben die Wunderholt in der Plätsche. Oder einer hat zu viel gefurzt, da. Bieti, guck mal, liegt eine tote Taube links neben mir auf dem Boden. Was? Ja, das ist Frühstück. Hä? Na, der sieht das schon wieder nicht, Mr. Bing. Uns ist langweilig. Gib uns mal aus der Tourneur. Ja, uns ging's bis gerade genauso. Und keiner hat Bock gekauft. Jetzt haben wir endlich Termin. Ja, toll. Brauchst du deinen Anwalt beim Termin? Wir waren gerade drei Stunden im DOG gewesen. Ich hab genug von Anwalt und keine Ahnung was für Scheiße. Dann wär ich mit Mr. Bing gekommen. Aber ich hab jetzt auch mein Vorkaufsrecht für meine Villa bekommen. Was musstest du zahlen? Gar nix. Hä, warum musst du nix zahlen? Keine Ahnung, ich hab gar nichts bezahlt. Dann zahlt schon nix. Ja, wie sag ich, ich hab, musst du nix bezahlen. Keine Ahnung, warum. Vielleicht, weil wir früher schon bei Gewerbeerstellung bezahlt hatten da, ein Gewerbeamt. Weißt, hattet ihr da auf was bezahlt? Na, na klar, musst du doch. Ja, dann, pff. Normalerweise musst du das eigentlich auch nicht bezahlen. Pff. Aber ich kann jetzt nicht zum Friedhof gehen und sagen, ja, der Hure musst du auch nix bezahlen, will ich auch nix bezahlen. Ja, musst du Gewerbeamt halt gehen, ne? Dann schreib ich dem Martin Postfachding. Ja, schick dem noch ein paar Joints mit vielleicht, der ist dann entspannter. Ja. Oder mal dem ein Bild. Ich mal dem Bild. Da. Okay, wohl, dann bis später. Alles klar, komm schon rein. Da. Ja, das hielt, du hast immer gesagt. Tschüss. Tschüss. Wollt ihr nicht mehr, der Quatsch? Deine meinte, ich hol den Teddy, hab ich gesagt. Okay, die, die auch. Aber die sagen erst mal gar nix. Wir könnten nur mal zum Russland fahren und dann vielleicht nach oben zu Speedo fahren. Gucken, ob seine Freunde da sind. Weil diese Haare, die hat mich schon weggedrückt. Warum? I don't know. Was geht, der hat schon noch? Hat der jetzt Schiss gehabt, dass wir den Auto klauen? Vermisst der Bild, musst du Angst haben. Du weißt, wie lange wir jetzt brauchen, um oben zu sein. Wie schnell fällt das Auto? Ich glaube, 80. Das sieht mir rollen, der hat dann. Ja. Du, warum ich den auch mit NoRider? Was schuf nochmal in den Russland? Nur geht keine dran. Ich schuf nochmal Hardy. Der Foto fährst so vorbei, Junge. Und die Science Shoes geht auch nicht. Schoßpixel. Warum drückt der mich immer weg? Ist der dumm? Pass auf, Kuppers. Ja, ja, pass auf. Da sind Kuppers, siehst du? Ich habe gute Augen. Wenn sie schnell sind, brauchen wir schon mal keine Saugen haben. Das ist aber echt schickes Auto. Du guckst recht konzentriert beim Auto fahren, ne? Tartel. Ich habe dich angeguckt, das war ein Fehler. Hardy. Der eine hat mich gerade als Fanboy bezeichnet. Das sage ich jetzt von der Grove. Warum? Der meint, weil ich ist der Bienen-Schwarz. Du komischer Cosplayer. Und ich bin Fanboy. Aber der hat geredet wie du. Da habe ich gesagt, okay, gerade müssen wir zusammen. Das sage ich jetzt. Hallo! 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 Guck mal, wir tanken, Alter. Guck mal, da geh mit tanken. Ui, Pucko. Tuttle. Da war ich ja sowas. Jaja, stellen Sie mir erst in Rechnung, kein Problem. Welche Maßnahme? Können Sie bitte zum nächsten Markt fahren? Ja, aber trotzdem ist hier eine polizeiliche Maßnahme. Ja, das sehe ich, wie ihr im Kreis steht und tanzt. Willst du mich verarschen? Ja, das heißt, der Laden ist im Moment noch nicht freigegeben. Bitte fahren Sie einmal zum nächsten. Wir haben extra den U-Torn mitten auf dem Heimer gemacht. Das zauten Sie so oder so nicht. Warum? Das ist so eine Verkehrssinsel. Tuttle! Das ist die Verkehrssinsel. Du glaubst nicht, ey. Also, wenn Ihre Mutter sie PD16 genannt hat... Oh, PD16, das ist die Polen von Max? Nein! Doch! Krass! Die Freundin von wem? Von Max. Von Max? Von Max? Nee, das stimmt nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Alter, hätte auch ich sagen können. Mr. Bean, das ist die Polen von Max? Hallo! Haben Sie einen Teddy dabei? Teddy! Wo ist Teddy? Haben Sie einen? Wo ist Teddy? Haben Sie keinen? Wir wollten eigentlich den Teddy klauen und wir dürfen schon fangen dann rein. Der hat den Fährte jetzt weg? Oh mein Gott, und der hat echt ein Auto wie Mr. Bean! Das ist Mr. Bean! Oh nein, Quatsch! Ja, Herr Quartus, was machen Sie hier? Ich heiße Herr Kursch! Können wir jetzt weiterspielen oder? Herr Kursch! Nicht im Laden! Auf dem Laden? Auf dem Laden? Ja, von mir aus auf dem Laden, wenn er das mit dem Besitzer abklerrt, aber nicht in dem Laden. Ich wollte Teddy kommen. Wie fällt Ihnen das alles nicht? Hallo! Machen Sie mal! Da fällt uns in die Rechnung. Wie wurde gerade gesagt, das ist hier eine polizeiliche Masse? Das sieht aus wie das Loch für welche. Ja, ja, ja. Hier werden alle festgenommen. Alle. Tschüss, Max wollen den Tor. Nicht, nicht, Max wollen den Tor. Ja, ja, ja. Grüßen Sie ruhig, Max. Hallo! Tschöken Sie uns mal im Junkie-Park besuchen? Eine Freunde, Maxi! Iiiiih! Irgendwann kommt der Tor vorbei. Ach du Scheiße. Mein Gott! Das war die Polen von Max. Hallo! Telly! Hallo! Hallo! So, so. Das ist also PD16. Wenn die alle wissen, dass ich Taserfunkgerät und so hier im Auto habe. Und keiner das sucht mal, ne? Das sucht ihn scheiß! Stell dir vor, gib es einfach ein, Junge. Laufst du mit Scheiße voll. Dein Kopfraum voll mit allen illegalen Scheißen auf der Welt. Junge, Junge, Alter. In dem Auto könntest du komplett essen. Ich wäre der Waffenhändler, ne? Ich wäre der Waffenhändler von allen, Junge. Da hier würde ich keinen anhalten. Was denn da oben im Koffer rum? Was denn da oben im Koffer rum? Schon haben die keinen Bock mehr für dich. Ich brauche nur vorbeifahren. Die haben keinen Bock mehr für mich, Alter. Lass mal hier so ein Flugzeugstuben und Trombone. So eine Rakete, Alter. Oder so eine Die, 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 die. Wurde, abschließen wir mal nicht. Ich weiß ja nicht. Hallo. Ja, falls einer neben uns herrennt und das Auto klaut. Wenn er mit dem BWX vorbei so Hallo. Wollt ihr auch mit nach Putzbach? Jetzt fangen wir hundertprozentig nach oben und es ist keine da. Vielleicht riechen die ja schon dein Parfum. Parfum. Ui! Diese Bäume sind so realistik. Was? Diese Bäume sind so realistik? Das sind doch echte Bäume. Ja. Ja. Sag jetzt. Das ist so realistik. Das sind Mammut-Remix-Bäume. Von Zabasch. Ja, Remix trifft es ganz gut. Ein Remix. Ja, ja. Realistik. Abau. Und heute auf morgen einfach realistik. Ja, das ist bestimmt eh keiner. Ui, Mammut. Ui, Mammut. Kommt, fragen. Das wollen wir mal. Ja. Guten Tag. Tagsam. Kann man die Herren befragen? Kostet 3,50. Ich habe keinen 3,50. Das ist aber schade. Ich bin auf der Suche nach dem Herrn Rüsseln oder dem Rüsseln. Aber eine Frage haben sie uns eigentlich schon gestellt. Ja. Darf ich zwei Sachen fragen? Drei, vier, fünf. Das hält nicht aus. Ich habe meinen Anwalt dabei. Und wir sind auf der Suche nach dem Herrn Rüsseln oder dem Hadi. Ja, nicht gesehen. Nicht gesehen? Ja, hier sind sie nicht. Wir warten hier schon ewig auf Mitarbeiter. Was möchte ich? Teddy? Ignorieren sie den Anfall. Das Mr. Bean ist dumm. Ich habe ihn nicht verstanden. Was hat er mich gefragt? Ob sie mitmöchtern? Wohin denn? In ihrem Zweisitzer. Mr. Bean wohin? Teddy? Oben ist doch noch eine Couch. Teddy? Nach Butzbach? Nach Butzbach. Nee. Butzbach klingt nicht so nett. Offenbar. Ich glaube, er ist kaputt. Na, ich bin. Los Wuppertal. Okay, dann haben wir wieder ab. Tschüss. Dankeschön. Wir sehen uns. Auf Wuppertal. Bye, have a great time. Klingt einfach wie das Original. Ich hör auf alles. Bye, have a great time. Einfach nie ausreden lassen. Weil die sagen Tschüss sagen wollen. Einfach machen Sachen drin. Warte, ich guck mal den Pisch-Pisch an. Jawohl, jetzt will ich eine halbe Stunde zurückfahren. Wie du atmest. Pisch-Pisch. Junge, hast du Atemprobleme? Musst du irgendwie hier beatmet werden? Ja, ich hab ein Loch im Bauchnabel. Du hast einen kleinen Pips, hast du. Ja, das stimmt auch. Der nimmt mal einen Tick-Tack. Aber hat man immer frischen Atem von. Ja. Aber der gibt frischen Atem. Nein! Junge, schrei mich nicht so an. Entschuldigung. Kann sie mir sagen, ob die PD16 zängelt ist? Wieso? Hängerweg, das ist mein zweiter Plan. Was ist dein... Was ist ihr zweiter Plan? Hä? Sie sind doch mit einer Französin verhaltet. Ja. Schmeckt die Laba gerade nicht mehr? Wie, was ist so, Brian? Jetzt schreibe ich nicht ins Ohr. Was ist das? Wie, was meinst du? Er wollte nur wissen, ob PD16 zängelt ist. Ja, ich weh schon, ne? Die hat aber auch so diese... Ich weiß nicht. Zwischen 17 und 18 sind halt 10 Jahre Haft, ne? Das verstehe ich nicht. Und der O'Brien soll die Klappe halten mit seiner Erin. Aber ich muss nicht enttäuschen. Warum? Ich glaube, die ist verheiratet. Ja, und ich glaube, dass sie fremd geht. Wieso? Mit Mr. Baby? Weil ich weiß, dass die mal jemanden zusammen ist und nicht verheiratet. Mit wem? Mit O'Brien? Nach der hat doch diesen Aschenbecher. Du hast doch den Aschenbecher. Ist es hart, oder was? Ja, komm, wir sind auf dem Ost-Highway. Mit Mr. Bean in seinem Auto. Auf Ost-Highway? Ja. Mit was? Mit Mr. Bean in seinem Auto. Mit Mr. Bean in seinem Auto? Und der hat Funke ritt bei und einen Taser. Du bist gewohnt. Und der beleidigt mich gerade, weil der stimmt verpetzt habe. Ja, komm, nördlich weinen wir durch die Parkplation. Nein, wir kommen nirgends zu hören. Wieso? Weil die uns dann verhandeln. An alle Einheiten, wir suchen so einen Mr. Bean-Verschnitt auf. Okay, ein paar. Der hat durchgepunkt. Ich war bei Gott, der hat durchgepunkt. Verpiss nicht. Wir müssen unbedingt davon. Du bist so ein 31-Jahr-Wenn-Fall. Die weinen uns so fecken, ne? Der hat durchgepunkt an alle Einheiten, wir suchen so einen Mr. Bean-Verschnitt-Auto. Fahr besser. Oh, jetzt ruf du Pein mich an. Wie können wir die ersten Seelen sehen, oder? Schwarz macht Kopp-Equipment, wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Kennzeichen habe ich in 17 Sekunden, Freundchen. Was für ein Kennzeichen? Ja, vom Mr. Beans Auto. Heil, das war doch... Heil. Das war doch nur Spaß. Mach SLW. War doch nur Spaß. Die Einheiten suchen jetzt danach. Ach, das war doch nur Spaß. Ja, also, rück das freiwillig raus, oder? Das war doch nur Spaß. Hör auf zu lügen. Hör du auf zu lügen. Du snitchst alles und die Einheiten, also glaube ich, das war kein Spaß. Ich snitch nur, wenn ich davon was hab. Ja, du kriegst 5 Dollar. 5 Dollar ist zu wenig. Wie viel? Ja, rück meinen ganzen Check aus. Ich brauch Geld, ich bin Unternehmer. 10.000. Das ist viel zu wenig. 100.000. Das ist auch zu wenig. Ja, warte mal, für was eigentlich? Was krieg ich dafür? Also, wir haben gerade jemanden was abgenommen. Ja, was denn? Warte mal, was haben wir abgenommen dem Typ? Mr. Bean? Was? Was fandet ihr dabei? Was haben wir dem gerade abgenommen? Taser, alles. Ja, sag doch. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Was für ein Typ, Digga. Boah, bist du dumm? Was willst du dem gerade abgenommen haben? Was hast du dem aus der Tasche genommen? Boah, Alter. Einen Taser. Und was noch? Und ein Funkgerät. Einen Taser und ein Funkgerät. Okay, was willst du dafür haben? Wenn ich jetzt irgendwas sag, dann kommst du und verhaftest uns eh. Nö. Ich hab polizeiliche Geldmittel. Was heißt denn? Oh mein Gott. Ja, das ist schon was wert, ne? Naja, geht so. Funkgerät ist voll viel wert. Ja, Funkgerät. Ich geb dir für beides 150. Das ist das von Bademann. Das ist das Funkgerät auch, ne? Für beides 150.000. Ja. Das ist viel zu wenig. Funkgerät ist schon nur 50.000 wert. Ja, dann nehm ich dich fest. Ja, dann nimm uns fest. Okay. Du hast, glaub ich, nur ein Zeitfenster von 6 Sekunden. Dann ist das Zeug hier weg. Von was? 6 Sekunden. Wieso 6 Sekunden? Ja, weil das Zeug dann weg ist. Ja, ich weiß ganz genau, wo ihr seid. Aha, wo denn? Keine Ahnung. Nein, wollte Sam? Ja. Ja, auch nicht. Parayok, ne? Ja, du Bruder. Das ist ein Taser, Bruder. Das ist ein Spielzeug, ja? Das Funkgerät ist wichtiger. Ich werde kurz mit meinem Anwalt quatschen, bis gleich. Hör auf zu lügen, du hast kein Anwalt. Na klar, mein Stabilen ist mein Anwalt. Ja, gut. Sollen wir denen das verkaufen? Funkgerät? Funkgerät, ja. Taser will ich beheilen. Dann bring den Taser weg. Die verhaften uns so ne Pro. Den Taser bring ich weg. Ich sag 200.000 fürs Funkgerät. 200.000 wird der niemals machen. Ich verhandel. Mach, sag beides verkaufen. Sag beides verkaufen. Beides für was? Ja, keine Ahnung, Digga. 250 oder so. 220 für beides. Okay. Die verhaften uns so ne Pro. Ja, aber dann machen die gar keine Idee zwei mit uns. Wenn die das durchziehen. Ja. Für beides 230.000. Wie viel? 230. Das ist ein guter Preis. Für den Taser, Bruder. Und Funkgerät. Das ist relativ, das ist zu viel. Dann komm mir ein bisschen entgegen. Warte mal, was hab ich da gerade gesagt? Ich soll dir ein bisschen entgegenkommen. Ja, dann sag mir was für beides. Okay, lass mal den Taser außen vor. Nur Funkgerät. Warum wollt ihr kein... Hallo, das ist Koppelkommel. Das haben wir gerade einmal abgezogen. Ja, wen denn? Ja, so ein Typ oben im Norden. Ja, und wenn ihr aufrichtige Bürger seid, dann bringt ihr das jetzt beim PD vorbei. Was quatsch du denn da? Aufrichtige Bürger. Wie, was quatsch ich denn da? Ich hab meine Familie verraten für einen Snickers. Ja, siehst du? Dann sei doch mal ein aufrichtiger Bürger. Ja, aber ich brauch Kohle. Ich hab Gewerbe am Laufen. Ich muss 600.000 zahlen, Mann. Ich brauch dein Gewerbe nicht, wenn ich will. Ich muss 650.000 Dollar zahlen. Vorverkaufsrecht für Objekte im Gewerbegebiet. Was? Ja, Mann. 250k oder das Knall. Okay, warte auf, ich rede kurz mit meinem Anwalt und dann melde ich mich nochmal. 220.000. Für beide. Ey, ruf gleich zurück. Komm um. Komm um. Jetzt redet der mit seinem Anwalt. Die können uns aber nicht orten, oder? Hä? Die können uns aber nicht orten, oder? Haben die dein Nummernschild hier? Nö. Bist du sicher? Es sei denn, die machen einfach das Nummernschild. Aber da kommt ja auch ein anderes Auto, weil ich hab zwei Faust. Ich dachte, da ist mir irgendjemand abgezogen. Also mein Anwalt sagt auch 150.000. Aber nicht für beides. Doch. Da kommt 200 für beides. Dann gibst du nur für den Tase 50. 160. 200 für beides. 160. 160. 200. 160. 200 und das nächste, was wir finden, ist kostenlos. Das nächste, was ich finde, ist kostenlos. Den hab ich ja auch gefunden. Was wir finden. Ja, und was soll das sein, was die als nächstes finden? Keine Ahnung, ganz viele haben Schlagstücke und so bei. Allmöglichen Kram. 175, letztes Angebot. 190. 175, letztes Angebot. 190. 175. 190. 175. 180. Mein letztes Ding. Wallabrikwani, letztes Angebot. Was letzter Preis? 177.500. Okay. Okay. Wo treffen? Ja, wir müssen in einen Ort, wo uns... Ihr verhaftet uns, ne? Ja, das ist gut. Wir sind gesetzestreu Bürger. Ja, wenn du gesetzestreu würdest, dann würdest du das ohne Finderlohn übergeben. Ja, aber ich will den Finderlohn. Ja, siehst du. Außerdem veranzt ich immer Koppers, wenn ich die See verletze und Pads auch immer, woher die Koppers stehen. Wir treffen uns neben dem PD, da ist so ein Oberdeck. Weißt du, was ich meine? Auf der rechten Seite? Dieses Parkding? Ne, linke Seite. Wenn du vorm PD stehst, linke Seite. Ja, das ist das, wo du hochfährst, ne? Und du parken kannst. Ja, aber das ist links, nicht rechts. Okay. Okay. Bis gleich. Wann? Wie lange brauchst du denn das Geld zu holen? Keine Ahnung, du musst zum PD fahren, zum Automaten, Geld abnehmen und fertig. Okay, wir kommen wieder hin. Okay. Erwarte uns. Bis gleich. Ja, ich erwarte euch. Links neben PD sind wir zu treffen. Wir holen eine Prozentsche neben den Zug. Wie viel? Ähm, Pola hat 77 irgendwas. Pola ist aber ein bisschen unverpreistiger. Was quatschst du da? Wir bekommen überhaupt gar nichts. Wir nehmen uns fest jetzt. Und dann bekommen wir dann nie wieder was. Auch keine Infos. Warte mal, ich suche erstmal deine Taschen-Nummer. Ja. Warte, ich hab einen Joy dabei. Zieh, zieh, zieh. So, die 500 Knarren und Dash 10 Teddybass werden jetzt erstmal so sichergestellt. Ich hab das Funkgerät jetzt in der Tasche. So, oh Mann, Junge. Das geht doch. Das ist wie ein CSGO-Case öffnen. Das bringt einfach nichts. Oh mein Gott, bin ich dicht. Wohin links neben PD? Von welcher Seite aus? Wenn man vor dem PD schnitt links. Also jetzt hier links und dann rechts. Ui. Wir haben das... Ach, der Schatz. Der Decke, irgendwo den... Die schweißen da irgendwas. Wir haben das so einem weißen Typen abgenommen, ne? Oben bei Speedo. So ein weißer Typ oben bei Speedo, ne? Weil er Leute getastert hat. Komm, stellen Sie cool, denn das ist ja ein Machverbot. Okay, warte, warte. Wir machen die Straße zu. Gambo, Gambo. Nein, pack vernünftig. MrBeat parkt immer so. Nein, pack vernünftig. Boah, meine Augen. Eieiei. Boah, dich mal nicht gekifft. Bist du White King Kong? Ist nicht cool das so? Ja, 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 ja. Grüne Klamotten, gut. Ja, ja. Ich meine, gute Klamotten, ja, ja. Komm, Mini. Da kommt was. Oh, oh. Das war's. Hände über den Kopf! Das ist für die Hände über den Kopf! Los, hoch damit! Alle weiter! Die sind verhaftet! Hoch damit! Ihr seid Betrüger! Hoch damit! Hände über den Kopf jetzt! Teddy! Einmal umdrehen! Weil er hört auf zu lachen, so ein Fenster! Ich verarsche nun! Wir haben das gerade wirklich einem Typen abgenommen, oben bei Speedo, ne? Das ist kein Witz. Mann, warum kackst du denn so schnell ab, Mann? Wegen die Mauten, Teddy! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Teddy, wir trüger! Wohin rennt er halt! Da brauchst du einen Sessel auf dem Dach! Oh, ja, stimmt! Und dann wird es noch teilen lenken! Ja, dann Wo habt ihr das denn abgezogen? Oben bei Spildo, wir haben ihn in Russland gesucht Oder in Hardy Da war da so ein Typ ganz alleine Da hab ich mir gedacht, okay, guckst du mal was dabei hat Das ist eine Lüge Na klar Wusstest du eigentlich, wer lügt, kriegt auf der Nasenschutz einen roten Punkt? Ach ja, frag doch die PD16 Die hat uns nämlich auf dem Heime getroffen Nein, also jetzt wirklich, wer lügt, kriegt einen roten Punkt auf der Nase Ich bin kein Clown Nein, nein, kriegt einen roten Punkt Du hast einen roten Punkt Sicher, dass du kein Clown bist? Sicher, dass du mal nicht nachgucken willst? Wollt ihr euch kloppen? Ach, scheiße, es klappt nicht Kleine Side Story, das hat meine Mutter früher mir als kleines Kind gesagt Und wenn ich dann irgendwie geantwortet hab Wenn ich immer zum Spiegelkacken Guck, ob ich einen Punkt auf die Stirn krieg Dann musste sie immer, dass ich lügt Ich bin zu dumm für so Meine Mama hat mal gesagt Du bist gar nicht so dumm Du tust immer nur so, als ob ich dumm wärst, du Penner Ich hab halt Spaß am Leben Lass mich doch Ich hab meinen Anwalt vertrieben Was ist denn jetzt mit Bean los? Keine Ahnung, du hast nach Hause gelaufen Ja, dann nimm das Zeug mal entgegen Ja, ihr Per? Ja, der Anwalt hat das Ernsthaft jetzt? Mr. Bean, komm zurück, wir müssen dealen Wie das der Anwalt Tandy Ja, Tandy, komm Die Jungs, ich muss halt verkaufen Kommen sie, kommen sie Ja, ich verkauf den jetzt Was verkaufst du? Ne, ich red, komm jetzt Ich komm jetzt hoch Soll jetzt herkommen Ja, kommen wir doch Ich habe meinen Anwalt dabei Was? Wo ist denn denn? Unwohl Kennst du den Film? Welchen Film? Wie ein Loops in Las Vegas Was? Da habe ich einen Sprachfehler? Ja Bist du doof? Hey, du hast eine Frage gestellt Ich antworte Warum schreißen du, du Choleriker? Ganz viel der Vater Ja Stimmt gar nicht Deshalb bist du auch mit so einer Dings zusammen Ach ja, zu den Aschenbechern kommen wir gleich, Fräulein, ne? 50 Shots of O'Brien Was? Ne, damit Warte mal, erstmal die Kohle Nein, die Bahre Opa Ähm, Falla Der hat dich Opa genannt Teddy So, der erste Teil, dann gibt's die Kohle Dann gibt's Griechner, zweite Teil Das klärt der Anwalt So, jetzt reicht's mir Ich trete mal jetzt raus Teddy? Teddy Hey, hey Hallo Weg, gehst du weg hier Zurück Ich würde nicht mit dem kämpfen, der ist gerade, Profi Ich habe einen Schlagstock dabei, hör auf jetzt Das ist egal, der beiß den Taser, Taser, Taser Boom Oh, das tut sehr weh, glaube ich Aua, ich bin auf meine Nase gefüllt Ups Ups So, jetzt Jetzt sind wir mal So, jetzt halt Jetzt reicht's Hände über Kopf Hände über Kopf Nein, kein Spielstopp Das geht nicht, das ist das reale Leben hier Was machst du da eigentlich? Nix, nix, alles gut Und dann denkst du dir Das ist jetzt hier dein, 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 dein Exit Ach, hast Glück, ich habe keine Handschellen dabei, stell dich in zur Aude Ach, dein Ernst? Du hast doch keine Handschellen dabei Dafür habe ich Kollegen Das ist, by as well, das echte Leben, ne? So, bleiben sie so stehen Jetzt kannst du die Sache gleich updaten, aber ich spare mal ein bisschen Geld Ich suche jetzt ihre, ihr Höschen Pff, ja Dieser klebrige Tell, die lassen sie den General da drin So, der Taser, guck mal, jetzt habe ich sogar zwei Funkgerät nehme ich ihn auch ab Der Kusch, haben sie auch noch was dabei? Oh, was ist das denn? Ja, pack mich da an Ich habe zwar nicht so eine tiefe Stimme, aber ich glaube, das gefällt dir trotzdem Es schmeckt aber irgendwie nicht nach Eis Ich fand das lustig Hallo, was nimmst du mir da weg? Gar nix Ich merke, meine Tasche wird leichter Ja, ich guck da halt rein Ey, umdrehen! Hallo, was nimmst du da aus meinen Wurzeln? Ich habe ein Funkgerät und einen Taser Guck doch Geld Ich vergesse, weil er dafür die Beleidigung hat für den Achtung Also Beleidigung, Körperverletzung Warum? Das ist eine Tatsache, dein Freundin hat eine Stimme Die können ja Kronensprecher werden für Bruce Willis Dein Kollege hat jetzt natürlich ein Problem gemacht Was denn? Weil er bei den Koranibus geht Was? Ach komm, Fisch, Fisch, der Schuss ging neu in die Kette In die Weste Ja, aber in die Weste Oder in den Stern Bei mir ein Paddy Paddy liegt auf dem Boden Wollte ich dir eigentlich geben, das sollte eigentlich eine Überraschung werden Ja komm, einen kriegst du wieder Ja, du musst dich wieder neu klauen Also Krankenhausrechnung 20.000 Ach komm Beleidigung 5.000 Du bist doch privatversichert Was hatten wir gemacht für den Preis? 177.500 Es war 177.000 Nein Du? Nein Wir hätten gesagt 177.000 Ich muss auch Krankenhaus abziehen Ich muss auch Krankenhaus wegen dir Aber ich darf das Das heißt wir kriegen noch 152.500 Dollar Das soll mein Gang sein Paddy Ah ok Ach warte mal, wir haben ja auch noch Porto Nein, du bist auch so ein Porto Was sind denn nicht 152.500, sondern 152.468? Wir bekommen genau 177.500 ans Route 2.0 The Brain Bitte, bitte Nein, das ist Das zählt ich jetzt nach Das ist mein Geld Das zählt ich jetzt nach 152.000 Wir müssen 152.000 Guck mal, ne Hier, meine Nase, die sieht jetzt aus wie Krüger Da fehlen 20.000 20.000 fehlen? Ja, ist doch gut, dass du aus siehst wie Krüger Kannst du Werbung machen für Kaffee Von Chibo Von Chibo Junge, du bist du behindert Das sag mal nicht Das war gefährliche Körperverletzung Ach, das war geh nicht Du bist eine gefährliche Körperverletzung Ich hätte da hinfallen können Das war Notwehr, Notwehr Wäre ich im Koma gewesen Notwehr Warte Warte Ey, ey, ey Den Maul von deiner Freundin, oder? Ja, weißt du, wie viel du prässt? Ja, dann... Wie viel deiner raus, will ich gar nicht wissen Ich kann gar nicht so viel sagen Ich kann gar nicht so viel sagen Ja, dankeschön Ich fahre weiter Gibt genau das weiter, was du mir gegeben hast, ja? Ja, natürlich Sind genau 20.000 Tu im Rucksack Ja, was? Tu meinen neuen fancy Rucksack rein Wow Wow, eine Tasche Boah, das wiegt aber nicht so viel wie 20.000 Da fehlt aber was Ja, echt noch Ich gucke nach, ich rechne Du warst nicht, weil du warst nicht Mathe, du warst Magis Ja, da fehlen 44 Dollar Was Kreide holen 44 Dollar? Mhm Die hab ich nicht mehr, die sind hier nicht mehr Tja, dann wirst du Bescheid, ne? Oder 65? Da gibt es 50 Gib Brett So, ich bin vorhin an einem gewissen Ort vorbeigefahren, wo halt böde Sachen passieren Hab ein Brett rausgeschmissen, hab gesagt, komm gleich wieder mit meinen Kollegen Haha Dankeschön, der Herr Bitte Du hast das nicht nachgegeben, ne? Hab mir jetzt 56 Dollar gegeben Achso Wie sieht's denn da mal du überhaupt los? Ich hab geholt, ihr kauft wie auf dem Bazar alles an Kommt drauf an Man kann einfach zu euch kommen, wenn man jemanden kennt, der sowas verkauft Und sich Sachen besorgen, die Wir könnten auch einfach nach der Aussage einfach jetzt verhaften, erstmal in Knast bringen und sagen Von wem du das hast, dann kommen wir nicht mit da oben Ihr wisst, dass man jemanden kennt, der sowas verkauft Hä? Ihr wisst das Bei ihr selber Bei ihr selber Bei ihr selber Dann sitzen sie auch im Gepängelnissen Warum? Saß ich schon Weil sie sind auch im Verbrecher Warum? Wo bin ich ein Verbrecher? Ich weiß alles Okay, was denn? Ach du weißt den Scheiß Ich bin das allzehnlaue Illuminati Ja ich auch, warte mal Links Rechts Und siebzehn Sekunden Und siebzehn Sekunden Wo willst du hin, was du bin? Außerdem könnt ihr mich gar nicht kaufen, Twitch Prime is not a crime Gib mir mein Geld Was? Was? Oh Mh 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 Oh Waren sie schon mal in Frankreich und haben Urlaub gemacht? Ich Mh Nur in Butzbach hat er gesagt Was hat er gesagt? Nur in Butzbach Mh War er kurz? Frankfurt Frankfurt Los Wuppertal Wuppertal? Los Wuppertal Wee Wee Hab ich nicht, nur Playstation Wee Hab ich nicht Wee Ja Ja Ja, so macht mein Auto Wee Warum darf man bei einem Privatgespräch füllen im Dienst? Darf er immer? Kann jeder Oh Schatz, ich muss mir nur ein Zigaret mit Was das denn? Was? Nick? Weiß nicht Multiple Persönlichkeitsstörung Hallo? 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 Wie mein Vaterkomplexe Komischerweise macht mich das irgendwie geil Ich glaub ich muss los Ich glaub ich auch Fuck 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 Bye Auf Wiedersehen Wenn wir was zu verkaufen haben, sagt Bescheid Ja Na Ich Was los hier? Warte mal Ich hab nix, aber ich kenn halt Leute Ja komm jetzt leg das Thema wieder an Was? Ja wenigstens so Was ist denn was für ein Crutch? Das ist halt wirklich so Kann ich mal deinen Ausweis nehmen, weil du geboren bist? Oder sag mir wie alt du bist Keine Ahnung, guck Fuck Hätt's ja sein können, dass du ein 90er bist Hä? Hä? Wann ist er denn? Dann ist er ja 31 Jahre alt Ja, du wolltest grad was sagen, erzähl mal Wer hat denn noch was? Ihr wisst das doch Oh Brian, du weißt ganz genau, dass du andere Sachen bekommst Ja, ich kann dir das gleich erzählen Ja Also nix mehr weiß Wir haben nix, wir kommen nicht zu euch wie in den Bazar und verkaufen nicht was und werden nicht dafür verhaftet Ich bin da Ich bin da Ja Mashallah Balla badekouani, inschallah bist du 200 Jahre alt Ja, aber komm mir nicht an mit Schlagsteckern, die interessieren uns nicht Keine Ahnung was du das Du kriegst die Information oder so oder so Ja, dann Ihr habt das, guck mal, ihr hättet halt Ihr hättet halt einen ganz großen, großen Fisch aus dem Verkehr ziehen können Aber ihr habt reingeschissen Ihr habt komplett reingeschissen Ich hab ja eigentlich reingeschissen Ja, irgendeine aus dem PD Aber das ist nicht mein Bier Meinst du auch? Ey, die gibt's immer Also ich hab 100, also mit dem Arsch etc. sind das 125 Kollegen Da gibt's immer schwarze Schafe Ja, vielleicht sollte man die nicht verhandeln lassen Warte mal, ich kick den Klappstuhl weg Der braucht gar nicht so tun, der hat voll unnormal mit uns geredet Hör auf! Ich schwör's ja, ich nehm jetzt nicht mal Fett! Ach ne, jetzt rufen die Stinker an Ja Agent Oh Brian, du weißt Bescheid, klär das mit den Jungs Ja, 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 ja Ich hab da sowieso nicht den Überblick Was da abgeht Wir haben dem Typen das grad nur abgenommen Und dann dachte ich, okay, bist du vielleicht ein bisschen Einformal rufen Ja, rufen einfach an Ich hab immer ein feuchtes Öhrchen für dich Ja und ich hoffe, volle Brieftaschen Ja, die sind eh immer voll Ciao Oh Gott 60.000 Euro Abschippkosten Euro? Euro? Äh, Dollars Teddy 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 Teddy, Euro Ja, ja Was heißt der denn für Paranoia jetzt? Ich weiß nicht, der Typ ist mir so suspens Weil Teddy hat von normal geredet Das ist doch jetzt auch normal mit deinem Cosplay hier, Junge Ja Komm aus deiner Rolle raus Ja Das ist ja kein Rollenspiel Näh, dann kriegt der Tickel nur Begas Ey, der hat von normal mit uns geredet Ja Mr. Binnen magst du Begas? Teddy Hast du den Ausweis gesehen? Ich würd dich schon wieder nicht wundern, wenn das schon wieder Truloff ist Nein, das ist nicht Truloff Truloff würdest du erkennen, der ist voll tätowiert in der Fresse Ja, Alter Wie komm mal her, zeig er den Ausweis Ausweis vergessen Ah, okay DNA Probe, warte mal kurz ääähähähäähähähähähäh Was? Ja mach mal äähähähähähähähähähähäh Ey Nein Obyen Eäähähäh Achso Das hat bestimmt wieder was mit Erenz zu tun Keine Ahnung, wie heißen sie denn? Mr. Bean Na gut, dann reicht das Gut, dann danke für Ihre Kooperation Er bedankt sich gerade für die supertolle soziale Arbeit, dass Sie das Zahnlosverhalten von ein paar Bächern Und das Sie macht sehr traurig, dass die Kriminein nicht verarbeitet werden Ja, wir versuchen unser Bestes Sieben, jeden Tag Autotune? Tune doch dein Auto Ist die Batterie alle? Wahlzeit Okay, geht wieder Okay, okay Puh, der ist andauernd am Telefonieren mit seinen Arren, ne? Das müssen Sie mal unterbinden, Herr Fischfisch Was? Äh, eh Warum spuckt er jetzt die Laterne an? Fragen Sie den doch Der wird Ihnen bestimmt eine ausführliche Antwort geben Warum spucken Sie die Laterne an? Bäh So, wo ist jetzt dein Teddy? Teddy Teddy Ja, wo? Teddy Wo ist Teddy? Wusstest du, dass dein Teddy entführt wurde? Ich habe eben einen Jeep angehalten auf dem Highway, der hat er den vorne am Grill angebunden Oha Sagen Sie nicht, der Teddy hat so ein ausgerissenes Auge gehabt Doch Dann sieht Teddy aus wie sie ungefähr Teddy darf überall parken Was ist das heiß cool und sind wir abhauen? Bäh Jetzt kommen schon die Kollegen, dass wir euch endlich hochnehmen können Vielleicht sind sie da Das war ja schnell, typisch Ist nicht schlimm, wir werden beobachtet, uns passiert nichts Ne? Ich sag, ist nicht schlimm, wir werden beobachtet, uns passiert nichts Tschüss, Herr Fischfischfisch Ja Teddy Schönen Abend noch Bye, have a great time Machen wir 50-50? Oder willst du das haben? Du kannst ruhig 50-50 machen Eigentlich will ich dir gar nichts nennen Hä, das sind meine Sachen Hä, das sind meine Sachen Du bekommst bestimmt Ärger, ne? Weil das verkauft haben Ja, egal Das sind meine Sachen Was ist denn die Hälfte von 100? Ja, 177.000 172.000? 177.000 ist die Hälfte davon Hä? 172.000 Teil des 2 Moment Taschenrechner Rechner 177 Komma 0.000 Ach ne, nicht Punkt 0.000 Geteilt durch 2 Gleich 88.500 88.000? 400 Ich kann Ich gebe dem für 900.000 900.000 Ich bin nicht so gut in Geografie 90 Mal Ich bin nicht so gut in Geografie Das bringt mich in Rage Das bringt mich in Rage Das bringt mich in Rage Ich kann das nicht lassen, ich kann einfach ein Cocktail sonst danach fahren, Digga Oh, noch ein Chief oder was das ist, Digga Aber der Schiss ging noch in die Beste Ja, die Kette Ja, die Kette Ich hab den eigentlich an den Eier getroffen, aber der alte Mann spielt da eh nicht Geil Eigentlich muss ich vom Krankenhaus wieder, ne? Was geht denn hier ab? Ratiofarm Die wird wieder abgeschleppt oder so Wo sind die alle? Ich ruf von Bademeistern Meinst du, das ist nur ein Tobax? Also gerade eben waren die da, wollten mich abholen Oh ne, sind nicht mehr da, okay Ich geh jetzt auch ein Eier Hä, wir gucken das rote Licht ja durch durch die Wand Magic Hat einer Chamlight geworfen? Wie geht noch das Outro von Mr. Bean? Warte Oh, Samu Oh 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 Danke für den bis zum siebten Und weit mehr Dankeschön für den Primester Boner herzlich willkommen Und Rhinbillen Rhinbillen? Ich hoffe ich hab riesig ausgesprochen Danke für den Prime Ebenfalls im zweiten Ich fucking liebe dich du Knallkopf Ich schwöre feilig Mein Prime gehört ab sofort Monat für Monat dir Dankeschön Wir gehen jetzt in der Heiaboof Die Mods sind müde Was ist denn da oben los? Was ist das denn? Unos momentos Hallo Hallo Herr, wo bist du? Was ist los? Bist du immer noch am Telefonieren? Ja ich tele... Ne wir waren PD nochmal Ich hab deine Freundin getroffen PD16 Ja die hab ich grad dran Ich hab gesagt du bist die Freundin von Max Und die so Ja das stimmt Nein hat die nicht gesagt Hat die wohlgesagt Hat die scheiß Schnauze Hat die gesagt Fuck Beatty Mit ihrem engelsgleichen Haar Frag mal ob die so herkommen Ja der Kurt sagt mir grad dass du gesagt hast Ja klar auf die Frage ob du meine Freundin bist Max wurde schreit grad rum Aua Nicht so laut bitte Richtig verliebter Cringstrom Wir sind behindert das sagt man nicht Behindert sagt man nicht Nein das sagt man nicht Die soll mal vorbeikommen Ja das geht jetzt schlafen Die soll mal vorbeikommen auf ne Kippe Sag der das Die soll vorbeikommen auf ne Kippe Was ja wenn wir Joints haben Kommt uns so vorbei Na klar haben wir Joints Wir haben alles Komm Ja komm Da pfäustert dich ne Da flattern die Ohren Ne die sagt grad die will grad 9 1 1 Willen und Bullen rufen Der hat mich grad gefragt was die Nummer vom PD ist Man die soll herkommen Ja komm los Komm oder du kriegst Brett Tragsam Was findet mich in meinem unaufälligen Auto Moment ok gib mir zwei Minuten Das ist ekelhaft sowas Ok wir bleiben doch noch Wo warst'n du schon mit auf wieder in CringeWorld Nö Ich hab grad mit Ben telefoniert Von der Hustler Die Kaufzeit ist voller Cops Warum Ich hab keine Ahnung Hier sind überall Cops Überall Wir haben grad Funkerhead verkauft Oho Da hat man auch kaputt Aber Jaja überall Was geht denn hier ab? Die Kaufzeit ist komplett voll Ben schlepp nicht schon mal ab Kids Weiß ich nicht Weiß ich nicht Aber den Ben von den Hustlern suchen die auch Weiß nicht ob du Postgunspread Versuch einfach Oh Junge was ist denn hier los? Was geht denn hier los? Guck mal bitte Da auf dem Parkplatz hinten Alles voll Ich glaube ich muss mal den Opa ein anrufen Ja Sag mal habt ihr irgendwas angestellt? Oder warum ist die ganze Southside voll? Aber redet mal weiter Pshitl Opa was geht denn hier am Beachpack ab? Was geht denn da? Hier stehen ungefähr 17 Abschlepper Alter.. Das hab ich noch nie gesehen Ja, ich hab doch gesagt, wir haben heute einiges geändert. Gehen hier hoch bis zur nächsten Kreuzung. Das sieht echt krass aus. Ja. Ja, lustig. Ja, das passiert... Kannst du keinem erzählen? Wenn wir ein Durchsorgungsbefehl kriegen. Ja, so muss das sein. Weg mit den Kriminellen. Alle Einspüllen, alle State Prisoner, Butzbach. Ja, du als erstes. Ich bin nicht Kriminal. Klar. Blö. Ja. Ich werde immer ein Polizist, wenn meine beste Bilder sauber ist. Ja, dann musst du erst bei deinem... Wie ist das? Gibt es eigentlich Undercover-Polizei? Das war mal angedacht, aber die Umsetzung weißt du selber wieder. Warum? Ich könnte ein undercover-Polizist werden. Was kannst du? Ich könnte ein Polizist werden. Wie stellst du dir das vor? Undercover. Aber du musst ja trotzdem irgendwie die Ausbildung und so machen. Was für eine Ausbildung? Ja, damit du verstehst, wie das funktioniert und so. Ja, gib mir einen Taser, Mann. Ich rasiere dich. Hä? Oder was meinst du? Akten schreiben. Auch. Ja, ich kann nur milder malen. Milder malen? Ich kann nur schreiben. Was denn malen oder schreiben? Ist ein Unterschied. Beides. Habe ich mir so noch keine Gedanken gemacht, aber dazu musst du mir erst mal zeigen, dass du... So wie du selber sagst. Du sagst selber, du bist zwar dumm, aber ich sag, du bist nicht dumm. Ich bin doch nicht dumm. Ich hab aber schon Spaß. Ja. Dann zeig mir mal, dass du ein bisschen den Grips in der Birne hast. Schon überfordert, oder? Was meinst du denn, woher du alles bekommst? Das war ja ich alles bekommen. Woher du alles bekommen hast? Ja, von den Jungs da, die da bei dir mit rumpümmeln. War das gerade dein Bösewicht lachen, oder was? Ja, ich bin ein Bösewicht. Achso, du willst mich jetzt gerade verklickern, dass... Wir quatschen nur mal ein andermal darüber. Ja, okay, machen wir in Ruhe. Ah, ich habe gleich Zeit. Ja, rein. Mir schleicht das schon wieder was im Kopf rum. Das könnte lustig sein. Junge, was ist mit dir denn runter vom Rasen, wenn das der Hausmeister sieht? Boah, den Mecklenmeister. Ach du Scheiße. Sag mal, hast du einen in die Perze, oder was? Junge, Bruder vom Rasen mit dem Scheiß. Oh, runter vom Rasen, Junge, wenn das der Hausmeister... Das hier Gewärmegebiet. Only for local. Was machst du mit unserem Rasen? Guck dir das an. Ich dachte, ihr wolltet hier neue Blumen anpflanzen. Alles kaputt. Guck dir die neue Blumen. Brauchst du eine Backpfeife, oder was? Neue Blumen. Ich dachte, hier soll ein Hosenbeet gepflanzt werden. Ich geb dir gleich ein Hosenbeet, Junge. Ich schmeiß dir gleich meine Tobe ab. Was haben die überhaupt schon wieder für einen Auftrag hier? Ja, Autos parken. Von wo kommen die? Von wo kommen die? Ja, von ganz weit von draußen. Sag doch mal, Micha. Ja, das kann ich leider nicht. Warum? Aber wir bereiten hier alles für einen neuen Autoflohmarkt vor. Boah, nur nicht hier. Das ist wie mexikanisch im Essen. Ah, mexikanisches Essen? Ja, Tacos und so. Sind die in den Autos schon drin? Komm schon, Micha. Sag mal, woher sind die auch los? Nein, in manchen? Weiß ich nicht. In manchen ist mexikanisches Essen drin vielleicht? Nein, du bist doch kein Kopper. Du kannst nichts mehr sagen. Da vorne ist noch ein Tacowern gekommen. Ja, den hat aber so viel dabei zu stehen. Ja, also. Sag mal, von wo kommen die? Weiß ich nicht. Alpino, einfach weg. Einfach weg. Ungefähr Richtung. Ja, also das ist halt schon weit weg. Boah, was geht ab? Na? Alles gut soweit? Ja, und bei dir, Bruder? Ja, und bei dir? Ja, alles bestens soweit. Ja, super. Wollen wir dir helfen? Bist du auch fallender vom Abschleppdien? Das ist so richtig. Woher kommen denn die ganzen Leute? Das ist für die Angebotzeitstellung wichtig. Ja, das können wir leider nicht verraten. Ich durfte dir das nicht sagen. Nein, ist Datenbeschutz und so. Und wenn ich mehr zahle als die Cops? Ich könnte dir ungefähr den Bereich sagen. Also die ungefähre Ortschaft. Ja, wo ist denn die ungefähre Ortschaft? Das wäre bei Crapeseed. Was ist denn Crapeseed? Ohhhh. Was ist denn Crapeseed Nummer? In der Nähe vom Erdbeerfeld. Das ist in Crapeseed. Ja, da Maxis. Maxis. Das habt ihr gesagt. Das sind ja auch Kriminelle. Das ist alles so richtig gemacht. Ja, nur der Junkie Park. Der ist Halal. Ja, ja. Ah ja. Halal das Gute oder das Schlechte? Das Gute. Das Gute. Das Gute. Entweder kommst du Jehanem oder Jehanem. Ah ja. Kommst du in die Hölle oder im Himmel? Ja, dann komm ich hoffentlich in den Himmel. In Challa kommst du im Himmel. Ja. Jeden Tag eine gute Teil. In Challa ist doch hier der von... Halal pscht. Ist das nicht der hier von Marvel? Was? Was? Ey, wer wird denn nie wieder abgeschleppt? Die Maxis. Ich sag's nur ungern, aber du hast keine Motorhaube. Der hat keine Mutter. Ja, der sieht aber schöner aus so. Ohren sein. Ohren. Ja, wo? Aber du bist ziemlich schick abgezogen dafür, dass... Oh. Kann nur sein, dass du vor dem Abschlepper bist, ne? Ah. Ja. Wer ist für die Angebotserstellung? Der macht Angebote, die man nicht aufrichten kann. Warte, ich muss nur mal... Ja. Ich bin eigentlich nur für die Organisierung. Ich hab wirklich die ganzen Maxis weggeschleppt. War der kurz? Für die was? Das hat mich jetzt... Wie lange dauert, um zu erfahren, wann die Autos kommt? Ja, nicht lange. Von den Maxis, Mann? Ja. Das... Alter, sind das viele Autos. Alter Schwede. Okay, ich wollte nur zeigen, dass es ganz schnell eine Information kommt. Tschüss. Ja, na klar, wenn du halt viele Kontakte hast. Geht so was zu tun. Du musst beim Haushalt gut vernetzt sein, ne? Ich brauch Kohle. Opein, Kohle. Ja, wie viel brauchst du denn insgesamt? Ich brauch so viel, wie es geht. Ich hab große Pläne. Ja, du hast vorhin irgendwas von 600.000 gesagt. 650. Ja. Aber wenn der jetzt auch auf meinen Rasen fährt, dann gibt's auch eine Stelle. Ja, dann solltest du uns die Tage vielleicht öfters telefonieren. Unterhalten, was auch immer. Frag mich, frag mich. Der ist jetzt grad spontan fertig sein. Nein, nein, nicht jetzt. Frag mich mal, was das mit ist. Ich hab nen Glas-Auge und nen Tennenschläger. Ich seh alles. Okay. Bye. Ich komm drauf zurück. Oha, sehen meine schielenden Augen da die Jazz? Oder wer ist das? Komm Curtis, wir haben ne Erlebnisparkrundführung. Okay. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Hier sind unsere Bänke. Was hängst du mit dem Tupen hier ab? Aufpassen, hier legen wir nochmal Spritzen rum. Hab ich mein Auto lackiert? Und das ist der Spritze. Wenn du nochmal dein Auto zum Dummler packst, dann schlepp ich dich wieder ab. Klabe. Hier sind die ganzen Fixer. Frag vernünftig hier. Klappe. Du gehst gleich Klappe, dann nimm euch den Chokeslam. Ja, 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 ja. Kommen sie mit, kommen sie mit, kommen sie mit. Was machst du? Chokeslamst du meinen Attacker? Ja. Warum lachst du? Dann haben wir da vorne unseren Eierbrunnen auf. Hier haben wir genannt, der Pissbrunnen. Weil da wird reingepisst. Dann crinchen. Da am besten nicht reinfallen. Eieieiei. Und ich kann nicht, weil mir krank ist. Hä, wer ist das eigentlich der? Ja, was kommst du jetzt mit deinem PD16 her? Die Jazz will die auch mal kennenlernen. Ich bin krank, ich kann grad nicht. Halt deinen Schlauen zu gucken. Boah, ist das halt ein Dreck, Dreck, Dreck. Kein Wunder, der hat 15 Katzenzaußen und 13 Egel. Echt? Boah, die Maxis wurden abgeschleppt, ne? Die oben, die Maxis? Mhm. Warum? Keine Ahnung. Der Hotel hat mir gesagt, jetzt kannst du mal sehen, wenn wir einen Durchsuchungsbefehl haben, was passiert. Ich dachte, das Ding hat den in das Haus geklaut. Ich rufe deine Nummer halt. Der ruft mich auch nicht zurück, der Hund. Ich will deinen Freund noch mal kennenlernen. Ich kann nicht telefonieren, den Schlauch gleichzeitig halten. Das wird schwer und ich muss auch noch bezahlen. Komm doch mal her. Du dreckiger Bord. Warte ab. Ich sag einfach, Juni morgen der hat das böse gemacht. Dann krieg der Befrisse. Oh oh. Das ist aber gemein. Aber lustig. Du bist gemein. Pack deine Autos für mich gleich. Hab ich doch. Nächstes Mal schmeißt du die im Kanal. Hä? Außerdem steht das im fucking Parkhaus. Hä? Das stand im Parkhaus. Ich hab beides abgeschleppt von dir. Nein, die standen im Parkhaus. Ich hab die letztens eingepackt. Ich hab die doch dahin geschleppt. Hä? Aber ich hab die gestern eingepackt. Du kriegst gleich her. Du kriegst einen vom Dutz. Selber. Was quencht die überhaupt mit so einem Jali rum? Der hat mein Auto lackiert. Ich hab doch nur die Autos lackiert, Mensch. Und Perlweiß auf Zähne, ne? Wegen Tabak. Wie viel Tabak? Mein Genie versteht keiner das Problem. Ach so. Eigentlich würdest du Scheuer machen. Aber irgendwie hab ich doch keinen Bock noch. Eigentlich genießt du das grad hier. Das ist chillig. Sympathisch. Man kann es so unterhalten. Ja? So, Schuhe allein lassen? Nee. Wolltest du ein bisschen Hähnchen halten? Nee. Kann ich Hähnchen halten mit dir? Ich glaub da hat Mila was gegen. Das geht nicht. Ich mein nicht. Mila ist meine Freundin und das geht nicht. Mila nicht weiß, macht sie nicht heiß. Nein, Mila ist meine Freundin und das geht nicht. Mila ist krank. Was hat Mila? Beine ziehen und Husten am Ohr. Wow. Die ist zuhause. Eingewickelt wie ein Burrito. Ich muss die gleiche in Waldemann tun. Ja, mach das. Und Rücken eincremelt. Big Waprup. Aha. Big Waprup. Was ist das? Das du Honig mit Minze. Bisschen Uhu-Kleber. Kommt auf Rücken. Na gut. Dann kannst du besser atmen. Ach so. Was machen die heute nur so? Geht die Mount Jailert? Ich wollte eigentlich fangen gehen, weil nichts mehr geht. Nee, sie wollte nicht. Lass uns doch was machen. Was denn? Weiß nicht. Könnt euch küssen. Ich fotografieren bisschen. Ich kotze gleich. Ich kotze gleich. Boah. Boah. Die hat dich voll disrespected, ne? Ach, das war's schon. Die finden dich so nicht schön. Ich hab den vorhin zu Begrüßung geschlagen. Von der Lust. Hab ich von Önke gelernt. Hab du das beigebracht? Hallo, Paul. Hallo. Kannst du mal rumfragen, ob irgendjemand von euch eine D10 kaufen kann? Hat ein übelst geiles Kennzeichen. Was? Was? Eine D10? Eine Kokette. Holo oder Non-Holo? Was? Die ist Holo. Kennzeichen ist Premium. Also, Kennzeichen. Das Kennzeichen ist geil. Sag nochmal. Wie heißt das? Äh, Kokette D10. Was ist eine Kokette? Sie haben wie eine Champagnerplasche. Ist dir gut, das Auto? Warum? Verkauft ihr das? Ja, der verkauft das. Was für ein Kennzeichen? Was für ein Kennzeichen Premium, ne? Ne, Kennzeichen ist Onlyfans. Onlyfans ist das Kennzeichen. Ui. Oh, das ist wild, ne? Das ist schon wild. Das muss man eigentlich kaufen. Kostet Quanta? Äh, so wie Neupreis. Was ist ein Neupreis? 1,1. 1,1. Willst du kaufen? Why not? Hä? Das hat 1,1 wie so ein Auto. Nee. Das ist ja viel zu teuer. Das ist viel zu teuer. Abwrackprämie. Neupreis, Junge. Außerdem ist das Kennzeichen. Außer dem Satz du da dran mit deiner Erre. Wirst du? Ja. Das bedeutet, das ist ein Raucherauto. Schon weniger wert. Ey, verprügel dich noch deswegen, ne? Ich frag mal nach. Ich frag mal nach. Ich frag mal nach. Was ist denn der? Hast du dem Bauch nochmal gepopelt? Boah, ich mag's halt, den aufzuziehen mit seiner Freundin, ne? Ja, wenn er wüsste, was die so alles damals gemacht hat. Die alte Dark-Wilder-Cosplayerin. Mach doch gerne, äh, Strippoker. Ja. Oh, Brian, ich bin mein Vater. Hahahaha. 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 John, willst du ne Kokarate kaufen? 1,1 Millionen. Vom Umpalen. Das wird Onlyfans-Kennzeichen. Onlyfans-Kennzeichen. Ja. Die Kokett-DC. Onlyfans. Ich hab so viel Geld nicht. Ich hab leider schon eine, deshalb kann ich keine zweite kaufen. Also, ich würd gerne eine haben, aber ich hab so viel Geld nicht. Vor allem wegen nem Kennzeichen würd ich die gerne haben. Wie viel Geld hast du denn? Äh, 150 Taunen oder so. Deine Armut kotzt mich an. Ja, ich darf leider kein Geld ausgeben. Alter, du mir schon mal. Sag doch mal vor, sei doch mal Freund. Ah, wohl de Pipi-Mex. 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 Haben die einfach die ganzen Mags abgeschleppt? Ja. Die freuen sich. Das bedeutet, die müssen zu den Copper-Skillen und müssen alle Fahrzeuge aufmachen, ne? Also komplett durchsuchen. Haus. Auch. Boah, zum Glück hab ich denen nicht mehr den Taser verkauft. Obwohl. Ich glaub, de Pipi mag das nicht, wenn ich Witze über seine Freunde mache. Du musst mir fragen, ob sie auch schon Strip-Horror gespielt haben. Strip-Horror? Ja. Bei Shoppers. Ja, die hat damals immer mit, äh, Vater, äh, Strip-Horror gemacht. Aber du warst für'n Vater. Ach so, der mit 3K. Der hat den Kimolo getragen hat. Ja, genau der. War die Eren, hat's Cup-Horror-Kammer-Ding gemacht? Ja. Psch, wa? Ja. War die da nicht bei Polizei? Nee, die war doch in der Easthead damals noch in Gang-Gang. Die war doch damals noch in der Gang-Gang. Warst die halt bei euch abgehangen? Nicht bei uns. War ja auch auf der anderen Seite. Hat die gechillt. Mit, äh, mit dieser Kendra, die jetzt bei der B.U.M. ist. Mit diesen, äh, Scott. Glaub ich. Gieß er? Ne, ich will das nicht, wie die alle heißen. Und da hab ich die gut mal erwischt, wie die, äh, nackt, also beziehungsweise Unterwäsche in der Shopper waren, ne? Pff, war das nicht schlecht. Ja. Das klingt aber nicht so, als wenn die die Autos so nämlich einpacken, das klingt so, als wenn die einen vorüberschmeißen. Ja. Warum tanzt du, Alter? Ich will los tanzen. Ich will nicht. Ja. Was machst du denn zu Zeit, Jess? Gar nicht. Du bist voll du neidend unterwegs, ne? Ich bin einfach nur arbeitslos. Ja, warum hast du gekündigt? Ich hab nicht gekündigt, ich wurde gekündigt. Ja, weil du dich kündigen lassen wolltest, auf Scheiße zu essen. Wie viel Geld hast du angespart? Bist du reich? Äh, 300.000 oder so, ich will ja nie arbeiten. Kannst du mein Schuggermauer sein? Guck mal süß, ich bin Schmuggelschnurke. Ne, schon meine. Ach. Aha. Der, John wird selbst mit nem Anspitzer abhauen. Das stimmt. Ist richtig. Wird auch ein Anspitzer reinvögeln. So sieht ein Dingeling aus. Ja. Ja. Ich weiß. Young Dagger Dick. Tschüss Da Vinci. Für Geld mach ich alles. Ich sag wie er das. Herrlich. Ja, ja. 10.000 und du klopfst den Dingens ab. Ja. Jemand den Schlepper abziehen. Mit 10.000. Machst du das? Zu viele Cops. Zu wenig Geld. Okay. Wo ist denn der Skulli? Die sind alles schlossen. Er hat ja so ne Bude. Ich kann euch nie was ineinander halten, ne? Hä? Ich hab rosa Haare. Ja, du bist der, warte Schwurbel. Oh wow. Der Dicke. Der Dicke. Ja, der Schwurbel. Genau, der Dicke. Aber du bist gar nicht dick. Der fette Mr. Guck ihn doch mal an. Der ist doch nicht dick. Guck mal wie der Schnute macht. Aber guck dir mein Jazz an. Der hat kein Kinn. Der hat ein Ticketball. Der hat ein Ticketball. Wie der Bademeister. Der hat Duckface. Ich bin ja der Hübscheste. Wie nix bist du. Auch. Was sagst du mit deiner komischen Brille? Wie heißen diese komischen Leute, die man tragen? Diese komischen DJs. Die von dem Lied. Wie heißen die? Wie sehen sie nochmal? Hab nicht verstanden. Mach nochmal. Wie heißt das nochmal das Lied? Take that. Genau, take that. Wie heißen diese komischen DJ Rapper. Jetzt hab ich ein Ohr. So ist rein Fallon. Du hast dann nicht dich auch nicken lol denn. Weil du bist ein absoluter Clown. Hey. Alter, ich hab jetzt gute Sachen. Bin ich ein kleines Äpfchen? Na, ich will ein Öffchen. Mach mal wie ein Äpfchen, Curtis. Hast du Clowns Nase? Boah, Junge. Du Arschloch. Wird wieder triggert. Was ist das? Warte, was ist das? Sind du die und nicht? Warte, was ist das? Sind du die und nicht? Äh. Blubberts. Warum? Du kannst bald bei Qualys arbeiten, wenn der Herz zieht. Oder in unserem Klamotten-Shop. Aber ich... Ich will aber nicht arbeiten. Oder als Tänzerin in der Bar. Oder in der Bar. Als Barfrau. Als Barfrau. Wir brauchen eine Tänzerin. Ja, ne. Ja, ne. Warum nicht? Medics haben mir auch schon angeboten, dass sie mich wieder einstellen. Dann mach das doch. Ja, dann mach das doch. Kein Bock. Dann gehst du so ab in die Stange. Ne, das ist so anstrengend. Dann geh mir wieder auf den Sack. Dann machst du nur Onlyfans, wenn die Barm wird. Weil damit kalte Luft dauert. Ich geh auf die kriminelle Laufbahn. Das ist viel besser. Was? Was? Kriminelle Laufbahn. Kriminelle Laufbahn? Also ich würd das ja filmen, wenn sie komplett holländisch unterwegs wären, ne. Weil das ist echt außergewöhnlich. Ich hab bisher, hab ich letztes Mal auch gesagt, ist ja nur ein Holländer immer hier getroffen. The people hang. Hab ich euch verstritten Prinz? Oh, er. Ja. Ja. Echt? Nein. Weiß nicht, wenn du draufkommst. Weil der vorhin bei Schokolade stand, der kann nur شي null klicken. Und sagt nicht man Grüß Gold, oder so? Er ist jetzt abgehoben. er hat doch jetzt bessere leute gefunden ich lebte dreht man und ich gehe zahlen machen ja das ist der leiter von der abschweb unternehmen das ist ein ganz verrückter tipp gute nacht dann geht nichts ab und dann kommt abends noch kommen die krieger jungen obwohl das bisschen wenn du auf zeit triffst du mit mit dex das zusammenhalten dann hast du nur den bieter bei jungen dann kann das eine katastrophe wäre wie vorhin da kannst du ja gar nicht normal bleiben er ist doch mein sterling wo war stimmt ich habe die ellie ausgepackt kennt ihr den kinder fahrzeug wir haben uns zum letzten mal darüber unterhalten ich glaube den lasse ich lackieren muss ich kamen für kajaja tschuss an ich gehe jetzt aufschlafen schaue ich zu dex das rüber ich habe hunger hoffentlich kriege ich gleich noch was zu essen wenn mein schweiz mal so lieb ja 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 ich mache schon moderating an ich glaube immer ein bisschen schlappi dankeschön für 150 bits äh tacy dankeschön für louis am sechsten max ist dope dankeschön für den prime sub und herzlich willkommen in kürtistan und rein hatten wir schon ne wenn ich irgendjemanden vergessen haben solltet tut es mir leid auch dir vielen lieben dank dankeschön für euren support dank für alles ohne euch wäre das hier nicht möglich zumindest nicht als aktive mit zeigen und bla 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 und nicht so oft ich wünsche euch eine wunderschöne gute nacht seid äh brav wenn ihr zu dex das geht und lasst euch nicht anquatschen wir sehen uns nachher wieder tschuss tschüss tschüss lasst euch nicht anquatschen peace bye 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 Vielen Dank.